Ah, Hallöchen, da bin ich wieder. Ich habe mich gerade gewundert. Ähm, ich würde nur sagen, Jon darf sich jetzt erstmal anziehen. Na, wie geht's euch? Der Tag gestern, der war ja schon, also der hat mich schon sehr K.O. gemacht. Ähm. Hm, was geben wir ihm denn heute? Hm, 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 hm. So, dann machen wir das so, 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 so. Und das. Oder? Ach komm, weißt du was, der geht heute komplett in schwarz. Geht's an der Beerdigung? Nein, das will ich nicht. Aber hier, was ist das ich meine? Ach, das ist Jon, wie er leid und lebt. So, er hat uns dann angerufen. Oh. Oh. Ähm. Oh, Gott. Und Röschen. Was, wie Dornröschen. Sag mal. Ausgeschlafen? Ja, du? Nein. Ja, siehste. Keine Beschwerden. Ich beschwere mich nicht. Ich habe nur die Frage beantwortet. Oh Mann, ey. War gestern schon sehr lang, würde ich sagen, ne? Also knapp über der eigentlichen Zeit. Also ganz knapp. Mhm. Die Sonne ging auf. Ich sag's nur. Ja, äh, Jon, ich habe versucht, diesen Fakt zu verdrängen. Ja, das war gestern schon was ganz Besonderes. Mhm. Ich muss erst mal was essen. Ich habe Hunger. Brauchst du noch Stockfisch? Nee. Er war gestern sehr gut, aber es lag mehr an der Gesellschaft als an dem Essen selbst. Was? Was? Du sagst, du hast Lust auf Fisch? Ich setze alle Hebel in Bewegung und jetzt liegt es nur an der Gesellschaft? Ich meine, ich freue mich, aber ich bin empört. Nein, nein, die Geste zählte. Na gut. Ist so. Ich sag's dir, wie es ist. Mhm. Mhm. Guten Appetit. Danke. Danke. Schmeckt gut. Was gibt's denn Schönes? Rippchen. Rippchen? Mhm. Nicht schlecht. Mhm. Bin ich nicht so begeistert. Bisschen Grünzeug dazwischen. Aber du weißt ja vom Salatschrumpf der Bizeps. Du fasst so gar nicht. Das ist ein Standardspruch von mir. Okay, den kannte ich noch nicht. Mhm. Aber da kommt dann wohl der Boxer durch. Mhm. Vielleicht. Aber du vielleicht. So ein bisschen. Ich habe eine Frage an dich. Nee, zwei. Dann frag mal. Ähm, aber wir können uns dafür auch treffen, wenn du magst. Mhm. Soll ich irgendwo hinkommen? Mhm. Überlege gerade. Bin noch zu Hause. Aber das wusstest du bestimmt. Oh, ich habe es mir zumindest gedacht. Ich esse gerade. Vielleicht hast du eine Ahnung. Mhm. Mhm. Ja. Also wirklich was geöffnet hat. Nee. Möchtest du dein Auto noch spazieren fahren? Mhm. Oder war das gestern nur so dahergesagt? Also, nee, also ich mache das jetzt eher so davon aus, wo wir uns gut zusammen einfach treffen können. Also jetzt nicht, ob Auto fahren oder nicht, mir ist es egal. Ach so. Na gut, ich meine, ich muss eh Richtung Stadt. Spätestens wegen der Fahrschule um 19 Uhr. Heißt, ich muss eh in die südliche Richtung. Okay. Dann kannst du ja nach Sandy kommen. Ja, 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 meine ich ja. Ach so, okay, gut. Da würde ich dich dann einsammeln oder, ja, weiß ich nicht, dass wir dann von da aus weiterfahren. Komm doch erstmal nach Sandy. Das klingt auch gut. Mhm. Dann bin ich gleich da. Trinken oder essen? Ähm, erstmal habe ich noch was da, aber nimm ruhig was mit. Nein, willst du etwas trinken oder essen? Hm, jetzt aktiv nicht. Hm, okay. Ich habe mein Frühstück schon hinter mir. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich. Okay, bis dann. Super, bis gleich. Sehr schön. Dann rufe ich Ben an. Schön, Hallöchen. Moin, Meister. Moin. Wie geht es dir? Danke gut, und selbst. Sehr gut, ich bin am Essen. Ja, guten Hunger. Danke. Man sollte nicht mit vollem Mund reden. Ja, alles gut. Ich habe eine Frage an dich. Du arbeitest ja im Kaser, ne? Hm. Ähm, es ist so, wir haben, also vom Felfen Social Center haben wir eine kleine Komplikation. Ja. Wir haben nämlich eine Hochzeit am 2.9. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das darfst oder wie das im Kaser geregelt ist. Könntest du theoretisch auch Hochzeitsreden halten? Ich selber? Ja, also bezüglich landesamtlich oder so. Ich weiß nicht, wie das da geregelt ist. Ja, ich selber nicht morgen. Ach, verdammt. Okay. Weil ich bin nicht in der Abteilung vom Standesamt. Und wie ist das eigentlich bei, ähm, ähm, bei Hochzeiten? Also die müssen dann nochmal zum Standesamt und dann, ähm, können sie auch nochmal, keine Ahnung, äh, da wird Formalia gemacht. Weißt du, wie das funktioniert? Genau. Warte mal bitte eben kurz. Mhm. Ein wunderschöner Allöchen. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Ja, genau. Ja, bin ich auch gerade noch, aber ich wollte Sie gerade schon mal begrüßen. Ja, ich versuch's. Ja, wenn Sie dann einmal kurz an der Seite Platz nehmen, ich bin gleich bei Ihnen. So, sorry. Ja, genau. Also, äh, wie das gemacht war, du bist ja, du kennst ja das Faith and Social Center, wie wir das machen. Ja. Und da wollte ich dich direkt anfragen, ob du da eine Ahnung hast, wenn Paare dann eben zu uns kommen, wie sie das am geschicktesten machen sollen. Weil wir stehen gerade komplett auf dem Schlauch tatsächlich. Okay, also grundsätzlich ist es so, ähm, die Traurrede kann auch, äh, ein Standesbeamter übernehmen. Also entweder bei uns ist es dann entweder, ähm, Henry, ähm, Freya oder, ich glaub, der andere Kollege macht's auch, ich bin mir grad nicht sicher. Auf jeden Fall ist es dann so, dass die ein Vorgespräch bekommen, ne, wo dann drüber gesprochen wird, äh, ne, ja hier ganze Traugenöns, ne, wo dann wirklich die Rede gemacht wird. Ähm. Dann kann das entweder so gemacht werden, dass die Leute direkt vor Ort dann die Trauung bekommen und es ist aber auch möglich, wenn ihr die macht, die komplette Trauung, dass die da entweder davor oder danach dann ins Kasa kommen und dann hier nochmal das ganze Formelle erledigen müssen. Also die Ehepapiere dann unterschreiben, okay. Genau. Das ist aber so oder so, dass die dann hier hinkommen müssen. Okay, gut. Dann, ähm, haben wir endlich einen Rahmen, weil das Problem ist, ich wusste halt nicht, was beim Kasa passiert. Ja. Und dann muss ich denen halt immer sagen, ich weiß nicht, dann müssen sie vielleicht nur Formalia unterschreiben, das konnte ich nicht, äh, wirklich beantworten. Und jetzt weiß ich das, bedeutet, die können eben im Kasa dann eben die, also werden dann die Formalia unterschreiben zum Beispiel. Und wenn sie dann von mir die Trauräde halten wollen, dann, ähm, genau. Das geht trotzdem. Ja. Sehr gut. Das ist super. Das ist schön zu hören, dann passt das auch ganz gut. Äh, weil, ja, dann kann ich dem Ehepaar gerade noch weiter, also dem zukünftigen Ehepaar, der jetzt schon mal weiterhelfen. Ja. Ja, super. Du hast mir sehr weit gehört. Ja, sehr gerne. Ja, danke da. Und, ja, ansonsten, wenn du was isst, kannst du mich immer gerne anrufen. Jo, mach ich. Dito. Danke schön nochmal für die ganze Zeit. Dann, ja, gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, bis dann. Tschüss. Danke, bis dann. Meine Güte. Ähm. Ein Wunderschön, der Herr. Na, wie geht's hier? Ja, gut soweit. Und selbst? Was ist denn passiert? Mir geht's auch ganz gut. Ich bin gerade am Essen, Entschuldigung. Äh, ich hab dir beschrieben. Ach so, weil es klang irgendwie so, als ob da ein Notfall war oder so? Ach so, ja, da ist irgendwie ein Abschleppwagen von Bennys ist da scheinbar. Er hat sich da irgendwie überschlagen, so auf dem Gelände von denen. Oh, okay. Ja. Und da ist die Aule plötzlich irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall länger als eine halbe Stunde weg gewesen. Na, scheiße, okay. Ja. Okay, gut, dann hat sich das ja sehr gut geklärt. Ich dachte, dir wäre was passiert, oder? Misha oder so. Ach so, nein, nein, nein. Du hast da voll Sorgen um euch gemacht. Na, nein, uns geht's so. Okay. Das freut mich. Ach, hu, dann kann ich da ja schon mal durchatmen. Ja, Entschuldigung. Alles gut, nein. Das könnte vielleicht etwas präziser sein. Nee, alles gut, du. Ich meine, lieber rufe ich dreimal an, ähm, ne, und erkundige mich, wie es dir geht. Äh, süß. Äh, na, ja. Äh, ja, ja, super. Yeah. Ja, oh mein Gott. Und was treiben Sie so? Äh, ich, ähm, bin gerade zu Hause, warte noch auf jemanden, ähm, musste gerade noch ein, zwei Sachen klären. Ja, mhm. Ja, verstehe. Und von daher werde ich jetzt, ähm, gleich losdüsen. Und dann hören wir uns, wenn du magst, auch später, oder wie auch immer die Zeit da sein wird. Ja, natürlich. Na, natürlich. Supi. Dann bis später. Okay. Bis später. Tüdelü. Erstmal alle durchrufen. Gut, wenn Haru keine Zeit hat. Weißt du was, ich bring mal kurz meine, meine leeren Sachen weg. Dann hab ich das auch schon fertig. Okay. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ah, da ist er, ja. Ja, hi. Na? Ich, äh, ich renne schon nicht weg. Was? Was? Warum wegrennen? Äh, keine Ahnung. Sicher nicht. Okay. Okay. Wunderbar, ich geh später auch noch auf Arbeit, von daher. Hm. Ähm. Ja. Na? Na? Wollen wir jetzt hier rumstellen, oder wollen wir irgendwo hinfahren? Äh, John, du bist ausgeschlafen als ich, heute darfst du entscheiden. Ich bin aus, was soll das denn heißen? Ich bin ausgeschlafen. Sag, du, du hast ausgeschlafen. Ich hoffe, ich habe sowas zu sagen. War gerade eben deine Info. Ähm. Miropark war schön, aber wir können auch mal Orte wechseln. Äh, was gibt's denn so Schönes? Ich guck gerade mal auf der Bus-App. Was hältst du von Ausblick? Okay, auf Wart. Fällt mir da gerade ein. Ähm. Erst mal ein Auto, das ist ja relativ in der Nähe. Ja, ja. Wir können gerne deins nehmen, wenn du möchtest. Ähm, für die Strecke ungünstig. Okay. Gut, dann. Meinst du, meins ist mehr geeignet, oder du bist einfach nur müde? Beides. Schon fahrt du, ich bin viel zu müde. Dann musst du mir nur sagen, wohin. Ähm, ich meine, hier müssten wir hin. Ja, dann. Aber warum deins zu... Also, egal. Ich frag nicht. Der Weg ist da nicht so gut. Ähm... Verdammt, ich hätte noch... Fank mal so. Warte mal. Da gibt's noch was, was ich machen muss. Fanken? Nein. Nein. Vielleicht. Du unsicherst mich. Warum? Einfach so. Darf das nicht sein? Es wundert mich nur. Äh, ja gut. Du weißt, dass geradezu auch eine Zapfsäule gewesen wäre? Äh, nee. Äh, meinst du da einfach geradeaus durch? Hm? Wo, ähm, damals Flywheels war? Ähm, ich glaube, wenn es die Tankstelle ist, die du meinst, dann war die letztens leer. Oh, okay. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist gar keine Theorie. Okay. Oh, sehr gut. Ruhe für heute, ha? Ja, naja, ich habe dafür halt die praktischen Prüfungen. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber das ist okay. Meinst du? Ich mache Theorie zwar lieber, aber ich bin da flexibel. Mehr die Erzählerin statt die... Mach doch mal. Ja. Und das ist halt auch... Ich finde die Resonanz ganz schön, weil der Theorieunterricht kann ja furchtbar trocken sein. Aber ich habe es irgendwie geschafft, dass die so ziemlich immer aktiv mitmachen. Ja doch, das stimmt. Das hast du tatsächlich, soweit ich mich noch erinnern kann, hast du das wirklich toll gemacht. Und ich hatte jetzt die Woche, habe ich unseren Azubi auch im Theorieunterricht begleitet. Und das war halt das krasse Gegenteil. Total trocken oder was? Ja, man hat halt gemerkt, er hat sich... Warte mal, ich glaube... Hier kannst du schon reinfahren. Links? Ja. Er hat sich halt vorher nicht mit der Materie beschäftigt und das hat man komplett gemerkt. Er hat dieses Wort Materie, ich hasse es ja, erzähl weiter. Nee, er war halt absolut nicht vorbereitet und das hat man komplett gemerkt. Es gab Pausen, es war ein stumpfes Ablesen und Fragen stellen. Also wirklich so ein richtig trockener Unterricht, wie man sich ihn vorstellt. Ei, 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 ei. Mhm. Wie versuche ich Wissen kreativ zu vermitteln, hm? Ja. Ich sag dir beim nächsten Mal, ich kaufe mir ein Pick-up, eh, sagst du, wie ist das? Oh, das finde ich cool. Oder ein Gelände. Aber guck mal, hier kannst du an die Seite irgendwie, ähm, kann man ein Stück nach hinten packen, da an der Seite. Ah ja. Was denn, ich habe nicht die gescheite Kleidung, dafür ist ja auch egal. Die hast du nie, John, wenn du nur ein Anzüge rosa bist. Wenn du mit mir unterwegs bist, brauchst du befehle Kleidung und vorzugsweise eine Badehose. Oh Gott, okay, Badehosen habe ich doch gar nicht geholt. Ja gut, ich werde mich drum bemühen. Oder wie sagt man so schön, einfach tun? Ja, das klingt auch gut. Also siehst du mal. Also ich hatte ja bequeme Kleidung, also zu Hause. Und gefühlt auch nur dieses eine Set. Ja und ich brauche nicht so viel, ich bin nicht so viel freizeitlich unterwegs. Ich bin mal nur am Arbeiten. Du musst es doch nicht gleich jetzt vor irgendwo verstehen. Das ist ja auch nicht. Ich will mich trotzdem wehren, lass mich. Oh. Meine Güte. Jetzt schritte mich hier noch hoch. Dafür lohnt es sich. Es freut mich. Oder kriegst du da morgen direkt Muskelkater? Nein. Vielleicht. Ich habe das Fragezeichen beim Nein rausgehört. So schlimm kann es ja nicht sein. Mhm. Das lustige ist, State Park Rantan haben wir auch vor kurzem gesagt, hier wäre es doch schön. Ach, du kennst das hier? Ich war hier noch nie, aber mir wurde immer gesagt, fahr da hin. Mhm. Oh nein, das war nicht Justin. Oh, weißt du, was ich Justin mal einfach mal so schenken sollte? Was denn? So einen Zahnstocher und sagen, hier du Biber. Biber den versteht? Ich deut' den schon, ja. Ja, ist ja ein lustiges Kerlchen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, mit Justin gibt es einfach keine schlechte Laune. Ja, das stimmt. Der ist ja ähnlich wie du. Wenn er sich aufregt, dann ist das eigentlich nur niedlich. Was soll das? Okay. Weil ich sollte nicht... Hat, dass wir eigentlich viel zu weit gehen für die Uhrzeit. Aber gut, egal. Naja. Du schaffst das. Muss ja eine Dreiviertelstunde bei der Fahrschule sein. Schaffst du. Wir können auch abkürzen. Also... Ja, nicht so weit laufen, wie du möchtest. Ja, jetzt ziehen wir durch. Jetzt willst du noch durchziehen? Mhm. Ja, jetzt... Was? Hast du was dabei, oder? Ich bin da immer noch strikt dagegen. Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber... Die Wortkombination war, ja. Jeder versteht das, was er verstehen will. Ich würde das niemals in dem Kontext verbinden. Du hast da echt anscheinend... Ich würde sagen... Schon mit dem bloßen Witzen ein kleines Problem. Also gehe ich davon aus, dass du entweder eine Vorgeschichte hast oder du einfach grundsätzlich aufgrund einer konservativeren Haltung so etwas ablehnst. Aber ich... Du bist für mich nicht konservativ, also gehe ich eher vom Ersten aus. Gut kombiniert, Sherlock. Danke. Ich komme was. So, Ziel erreicht. Das ist mal eine Aussicht, du. Mhm. Sowohl nach rechts, als auch nach links. Mhm. Mhm. Hat was. Ja. Wurde mir nicht zu viel versprochen. Das freut mich doch. Ja, siehst du. Ich habe dir noch was mitgebracht. Ja. Ich habe Kontakte spielen lassen. Das macht mir Sorge. Echt? Es wird ein Bieber sein. Ja, es wird ein Bieber sein. Gott, John, ey, du bist unmöglich. Warum? Warum bin ich jetzt unmöglich? Warum bin ich für dich so berechenbar? Ähm. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ist halt so. Ey. Dankeschön. Nö. Will ich jetzt auch nicht mehr hören. Wie? Wie? Jetzt sei nicht so eingeschnappt. Ah, ey, du bist schlimm. Warum? Es ist doch einfach. Nein, wirklich, danke schön. Ja, gerne. Och, sei jetzt nicht so eingeschnappt, ey. Als ob die Welt untergehen würde. Nein, aber weiß ich nicht. Das kam jetzt so. Keine Ahnung. Was soll's. Jetzt hast du deinen Bieber. Dankeschön. Ich hab'n Bieber. Ein Broke-Bieber wohlgemerkt. Ja. Direkt adoptiert. Also wenn's so weitergeht, dann... Adoptier ich wirklich diesen komischen Bieber. Hast du dich jetzt so abgemüht dafür? Über den Bieber? Ja. Das hat mich nur ein Anruf gekostet. Ja, dann hast du noch so einen Broke-Bieber. Wer sagt, dass die von Justin kommen? Ich geh'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Nee, der weiss'd'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n. Echt? Ja. Okay, 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 okay. Du weiss' gar nicht, wo's die Schlüsselanhänger gibt, oder? Nö. Bekies. Da muss ich auch noch hin. Also nicht wegen dem Schlüsselanhänger. Ich nehme an für einen Zweitschlüssel. Ja, ja, genau. Muss man sich halt organisieren, das komische Ding. Ich würde sagen, das dumme Ding, aber dann, ja, egal. Du wolltest mich irgendwas fragen. Ich weiß nicht mehr was. Ei, ei, ei. Dann war es nicht wichtig. Also wenn ich dich noch was fragen wollen würde, ist nach der, warum du so auf Drogen so extrem reagierst. Aber ich glaube, das ist eine Geschichte von einer längeren Unterhaltung. Im Grunde nicht. Im Grunde, ich meine, ich muss nicht alle Details aufzählen, weil... Du wirst mit so Leuten selbst schon genug tun gehabt haben, um dir eine Vorstellung davon zu machen. Ich habe zu Hause in Pittsburgh meinen besten Freund, ich sag mal, zurückgelassen. Wir sind quasi zusammen aufgewachsen. Eben, naja, so nette Nachbarschaft und sowas alles. Man hatte viel miteinander zu tun. Die gleiche Schule, dann später auch Highschool und so weiter und so fort. Aber mit dem Schulwechsel haben sich natürlich auch die Freundschaften geändert, die Kontakte, die man gepflegt hat. Und er ist da leider an die falschen Leute geraten. Und ich konnte quasi dabei zusehen, wie es angefangen hat. Natürlich total harmlos mit Gras und was weiß ich. Und wie es aber immer weiter gesteigert werden musste. Und immer mehr kamen. Und dieser Zerfall hört einfach nicht auf, weil er davon nicht wegkommt. Er sieht einfach schrecklich aus. Man merkt es an seinem Verhalten, man merkt es an seinem Gebaren, an der Nervosität, die er nicht mehr loskriegt. Und wenn man das bei einem Menschen miterlebt hat und einfach auch schon wieder diese Hilflosigkeit merkt, weil man nichts tun kann. Das ist... Ich möchte das nicht nochmal durchmachen. Verstehe ich. Naja, Drogen machen Menschen extrem kaputt, wenn das denn... Wenn es zu einer Abhängigkeit kommt, am Anfang psychisch, dann später. Ja. Irgendwann auch körperlich, je nachdem, was man dann auch konsumiert. Wobei man auch sagen muss, psychosomatisch gibt es dann auch noch dazwischen. Und es macht Menschen sehr, 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 sehr schnell kaputt. Und wenn Menschen eben nicht davon wegkommen... Nein, was ist nicht wegkommen, wenn du schon gewisse Drogen konsumiert hast? Dann zerstörst du den Körper auch extrem nachhaltig. Ja. Nein. Ich meine, er hat es versucht, er... Aber es... Er schafft es halt einfach nicht. Ne. Das ist unfassbar schwierig. Das ist genauso wie Alkohol. So traurig es klingt. Nur, dass bei Drogen eben viel mehr auf dem Spiel steht. Wobei man nur sagen muss, Alkohol hat ja nicht... Hat ja sowas ähnliches. Du kriegst auch ein Zittern. Du kriegst es wahrscheinlich nie wirklich weg und so weiter. Deswegen nehme ich da einfach, sofern ich kann, jeglichen Abstand, der irgendwie geht. Also ich kann dir auch ehrlich sagen, ich habe mit Drogen auch null zu tun. Das interessiert mich nicht. Das ist auch nie meine Welt gewesen. Und dementsprechend, ich mache meine Witze drüber, ja. Aber ich sage dir so, wie es ist. Ich kann gerade nicht. Ich sage dir so, wie es ist, aber... Andererseits ist es wirklich so, dass ich da großen Respekt vor habe. Das sollte man auch haben. Ja, das ist... Ich habe Mitleid mit den Leuten, die gerade auch viel konsumieren, ne? Naja, klar, es ist im Endeffekt eine Sucht. Also selbst wenn sie irgendwo wissen, dass das aus den Fugen geraten ist und dass das nicht mehr gut tut, dann kommen sie halt da trotzdem nicht so einfach raus, weil es nicht nur einfach eine Entscheidung ist. Ja, das ist wirklich so. Also irgendwann ist es nicht mehr eine Entscheidung. Am Anfang ist es eine Entscheidung. Ja, ja, ich meine ja wirklich, wenn es zu tief drin ist. Und ich weiß nicht, einfach nur weil er an irgendwelche Idioten geraten ist und cool sein musste oder als cool gelten musste, um mitzuziehen. Ich meine, wie gesagt, er ist am Leben, aber im Endeffekt hat man ihn damit komplett verloren. Ja, aber was ist das noch für ein Leben? So traurig es klingt, ne? Ich meine, je nachdem, wie viel er konsumiert und wie häufig er konsumiert und je nachdem was. Wie gesagt, das Wichtige ist ja immer, dass was, dann zerstörst du den Körper so nachhaltig. Ich meine, da sind so Krankenhausbesuche dann wirklich noch ein Witz gegen. Also wenn du da an der Beatmungsmaschine liegst, dann weißt du ganz genau, okay, dem geht es gar nicht gut. Ja. Aber irgendwann rappeln die sich vielleicht wieder auf und dann konsumieren sie wieder und dann passiert exakt dasselbe wieder von vorne. Richtig. Und es ist so unfassbar schwer, das Gleichgewicht zu finden zwischen den guten, also den gesunden Abstand für mich, aber auch trotzdem irgendwie für ihn da sein zu wollen. Weil letztendlich war oder ist er nach wie vor eine wichtige Person in meinem Leben. Ja, klar. Nach wie vor. Ja. Ja, macht sich da zwar ziemlich kaputt, aber das heißt nicht, dass ich ihn einfach abschreibe. Mhm. Verstehe. Ja, klar. Man leidet dann auch ein Stück weit mit, ne? Ja, sehr. Ja. Es tut mir leid. Mhm. Es tut mir leid, dass du sowas erleben musst und natürlich dann auch je nachdem näher erleben musstest, ne? Ja. Mhm. Ja. Ich hab, ähm, erst mal eine Frage an dich. Ich glaub, die zweite fällt mir gerade jetzt wieder nicht ein. Mhm. Ähm, die erste Frage wäre, ähm, was machst du Montagabend? Mhm, bin ich in der Fahrschule. Mhm, auch um 18 Uhr? Mhm, da noch nicht. Mhm, ich brauch jemanden, der mich zu Flughafen fährt. Oder fragen, ob du Zeit und Lust hast. Dann hast du mir auch eine Frage vorweggenommen, weil ich dich ohnehin fragen wollte, wann dein Flug geht und ob ich dich, also, zum Flughafen begleiten dürfte. Ja, also dann, äh, machen wir da einen Haken dran. Also, so, ähm, ich glaub, 18.30 spätestens war das. Mhm. Mhm. Also, von daher muss Tommy noch die Schlüssel geben und so weiter und dann, ja. Mhm. Das freut mich. Ja, mich auch. Und du bist dann die Woche drauf von Montag dann aus weg? Am Sonntag schon. Am Sonntag schon, okay. Mhm. Sonntag bis Sonntag oder länger noch? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ah, Sonntag bis Sonntag. Ich hab das gar nicht so, so klar, äh, spezifiziert. Ähm, bis Sonntag voraussichtlich dann. Okay, gut. Dann hast du es nicht erwähnt. Ich hab gedacht, ich hätte es vergessen. Mhm. Okay, gut. Gut. Aber ich schau mal, dass ich mich zwischendurch mal melde. Ja, wie gesagt, da, ähm, stresst dich da nicht. Alles gut. Jetzt möchte er, dass ich mich melde. Jetzt sag ich, ich melde mich. Ich melde mich. Das ist auch nicht richtig. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ihr habt gesagt, ich, äh, ich hab nur gesagt, du sollst dich nicht stressen. Wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Weil ich zum Beispiel werde mich die Woche tatsächlich gar nicht melden können. Mhm. Bin ich ein bisschen sehr eingespannt. Aber, ähm, danach bin ich wieder da. Okay. Und wehe, ich sehe ihn postet bei mir im Garten. Und wenn, dann nur nette Sachen. Hey, der wird so oder so nett sein. Ja, gut, das stimmt. Aber er wird traurig. Hm, dich mit einem zu erschrecken wäre zu fies, oder? Ich würde drüber lachen am Ende, aber. Nein, ich, ähm, geb mir Mühe, dass es nicht nötig ist. Ich geb mir Mühe. Ich mag dieses, es gibt mir Mühe. Ich geb mir Mühe nicht. Es sind so viele unberechenbare Faktoren, John. Ich. Ja, ich weiß doch. Ich kann nur mein Bestes geben, aber ich denke, bis das in irgendeiner Form relevant wird, ist noch eine Geigenfrist gegeben. Okay. Im Grunde könnte das nur passieren, wenn es in irgendeiner Form auffliegt, dass ich im Hintergrund nicht so mitspiele, wie ich es vorgebe. Ja, eben. Also, ich denke auch, dass das die größte Gefahr ist. Deswegen bin ich da auch recht, also, nein, was heißt recht, ich bin da einfach still. Weißt du ja selber. Mhm. Ähm, ja. Es darf halt nur nicht an die falschen Leute kommen. Mhm. Ist es denn allgemein bekannt, dass es Probleme gibt zwischen dir und irgendwelchen Leuten? Ich sag jetzt unspezifisch. Hm, eigentlich nicht, nein. Okay, gut. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Also, bis auf die Sache mit dem Unicorn habe ich halt auch immer ein gutes Verhältnis zu allen gepflegt. Das ist mir, also auch wenn es private Differenzen gibt oder so, kann ich da sehr gut auf, ja, professionell umschalten und entsprechend agieren. Ja. Hm, ist auch wichtig. Aber ich glaube, da haben wir etwas gemeinsam. Mhm. Und ich habe noch eine zweite Frage an dich. Ist sie dir eingefallen? Ja. Traust du dir das wirklich zu mit der, ähm, mit dem, äh, mit der Hochzeitsrede? Hm, schon. Okay, weil, ähm, Isabella würde sich selber darüber freuen. Oh, wirklich? Dann gerne. Sie hat mir nämlich geschrieben und genau, dann sage ich nur im Center Bescheid, dass sie nicht da irgendwie Panik schieben, so, warum macht das jetzt jemand anderes, sondern, wie gesagt, ich habe dich beauftragt und, ja, weil ich selber nicht da bin. Und, ja, dann schreibe ich dir das. Mhm. Schön. Ich habe auch mit dem, ähm, mit dem Dings auch neu geschwungen mit dem Casa wegen Hochzeiten, wie das jetzt ist. Ähm, also der Ablauf ist so, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Ohne Faith in Social Center kann man jemanden vom Standardsamt beauftragen, der eine Rede hält, ganz normal, das kennst du ja. Mhm. Und mit Faith in Social Center geht man vorher oder nachher, das geht beides zum Casa, macht das Formale und, äh, zum Beispiel, ich mache dann die Trauung. Ach, das klingt doch aber gut. Mhm, genau. Also, nichts zweimal. Und den lästigen Papierkram kannst du halt auch abtreten, also eigentlich eine Win-Win-Situation. Ist es, ist es auch. Ich freue mich darüber auch, dass es so einfach geht. Also, von daher super, super Lösung mit den Kinden, ah, nee, habe ich ja schon gefragt. Nee, alles gut, never mind. Ja, also von daher, da haben wir auch schon eine Lösung, ne? Mhm. Wir sind eigentlich ein ganz gutes Team. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Sehr gut sogar. Manchmal gruselig gut. Ist doch aber zu dem restlichen Chaos drumherum mal eine nette Abwechslung. Ja, das stimmt. Ich weiß sogar, was du mir für Sachen schenken möchtest. Ja, bloß auf, ey. Hast du eine Idee, was das Geburtstagsgeschenk ist, was ich letztens schon besorgt hatte? Tatsächlich gar nicht. Immerhin. Bevor du das Geburtstagsgeschenk überreichen willst, rate ich es einfach und habe dann noch recht. Wenn du da recht hast, dann haue ich dir das um die Ohren, das sage ich dir gleich. Du magst Geschenke machen, wie ich merke, und Überraschungen. Ich mache anderen gerne eine Freude, aber es wohnt mich auch ein bisschen, dass ich für dich scheinbar so berechenbar bin. Wenn man sich auf Menschen einlässt, dann versteht man das irgendwann. Aber ich sage dir, wie es ist. Es sind nur so ein paar kleine Momente, wo ich das habe. Ein paar kleine Momente. Du hast gestern gegen Abend, also gegen Abend, gegen Morgen, gegen Ende hin. Ende hin, als ob es der Weltuntergang wäre. Zum Ausklang des Morgens. Ach, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ich mache Spaß, ich verwirre dich nur. Ja, aber du hast ja Spaß dran, also sei es dir gegönnt. Oh, dankeschön. Wenigstens, was bleibt mir mal im Leben hier? Ja, ich meine, wir sehen uns bald zwei Wochen nicht, da ist das okay. Verhältlich, ne? Da hattest du halt auch schon gesagt, dass du mir das angemerkt hast und alles. Und normalerweise ist das halt nicht so. Ja, ich meine, man merkt, also, meine, gestern war ich viel zu müde, um die richtigen Worte zu finden. Ja, ich glaube, du auch. Ach, Quatsch. Ach so, ja, das war alles schon von dir geplant gewesen, mich dann anzusprechen, wenn ich nicht mehr die richtigen Worte finde. Ich war gestern, also, das ist kein Witz, ich war über zwölf Stunden unterwegs, also, ich war super müde am Ende. Ja, ich auch. Ähm, aber ja, also, es klingt doof, aber ich hab, ich weiß noch, du hast einen Satz gesagt, der mir nicht aus dem Kopf ging. Ähm, es wird sich entscheiden, ob ich ihn vermisse oder nicht, weißt du noch? Mhm. Und genau dieser Satz hat mir, hat mir direkt gesagt, okay, dann, ähm, so, so hart es, oder so traurig es klingt, aber ich hab in dem Moment gedacht, dann werde ich den Unterschied machen. Verstehst du? Mhm. Und in dem Moment hab ich begriffen, wo deine Gedanken sind. Oder wie sie gerade, wohin sie schweifen. Mhm. Ähm, ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen eher das Gefühl, du willst Abstand wahren, ja, das stimmt schon. Ähm, aber umso schöner ist es, dass du es nicht getan hast. Also jetzt am Ende jetzt nicht. Ja, der Versuch war natürlich da. Ganz ehrlich, von mir doch auch. Ich hab's ja auch versucht, in allen erdenklichen Weisen. Aber es klappt halt nicht. Ja. Ist auch okay so. Ja, aber wie gesagt, das gerade mit dem Schlüsselanhänger, ich weiß nicht, also. Das war gerade so das Sahnehäubchen. Ach du. Gern geschehen, I guess. Mhm. Blim mit dir. Was? Blim mit dir. Ja, irgendwann musst du sagen, ja man, diesen Typen kann man eh nie eine Freude machen, der weiß immer alles vorher. Ach, sofern du gestern nicht gelogen hast und du wirklich nicht erwartet hast, dass wir angeln gehen. Nee, das hab ich nicht erwartet. Dann kann ich's doch noch. Äh, vielleicht. Vielleicht bist du für ne Überraschung da, oder was? Wie, vielleicht bin ich für ne Überraschung da. Ja, also vielleicht kannst du auch nur... Vielleicht bist du ne Wundertüte. Oh Gott, du nicht auch noch. Was denn? Oh, John. Du hast mich provoziert, was denn jetzt? Hab ich das nicht erzählt? Nein. Ach, in der Fahrschule hat jeder irgendwie einen Spitznamen. Aha. Sei es Glücksbärsiegel. Achso, ja, 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 du bist die Wundertüte. Ja, richtig. Ja, ja, ich weiß noch, ja. Was meinst du, ja? Äh, toll. Ich hab's doch lachen. Nee. Dann. Was denn? Es geht da echt tief runter. Ist das ein Drogen oder ein Versprechen? Ein Hinweis. Also ein Hinweis. Mit dem Zaunfall, wa? Mhm. Naja, du haust mir mit dem Schild auf den Kopf. Sag bloß nicht mehr. Ach. Mhm. Furchtbar. Furchtbar mit dir. Mit dir? Warum jetzt mit mir? Du fängst hier mit Wundertüte an. Ja, ist doch... Ja, okay. Ich bin still. Die Klippen sind tief. Ich hab's verstanden. Wiederhol dich nicht nochmal. Sehr gut. Du konditionierst mich. Das ist ganz schwierig. Inwiefern konditioniere ich dich? Naja, indem du mir Angst machst, dann erwähne ich Wundertüte nicht mehr. Achso. Du konditionierst mich. Ich weiß nicht, das klingt einfach blöd. Erst recht, wenn du da doch einen ziemlich guten Durchblick hast. Warum? Jetzt weiß ich gar nicht, was du meinst. Mhm. Konditionieren ist was ganz Normales. So. Man, also Konditionierungen sind ja, also, oder, wie soll ich sagen, erworbene Verhaltensweisen sind ganz normal. Ich mein, das merk ich ja auch schon bei uns. Was merkst du da? Dass wir immer wieder gleiche Sprachweisen haben. Ja, das stimmt mitunter. Ich mach mal eine Witze. Du sagst, äh, ja, achso. Das ist, äh, ist dein, äh, Tagesziel oder was auch immer du nennst. Es gibt ja einige Worte, die du dabei verwendest. Und dann sag ich ja. Zum Beispiel, das ist so ein, so was, 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 was man so als eigen hat. Hm. Siehst du? Dann hör auf zu analysieren. Ja, okay. Du kannst doch nicht aus deiner Haut, oder? Waren das gerade deine Gedanken, die ich gerade gesagt, erwähnt hatte? Nein, äh, also, achso, du wolltest mich damit quasi zitieren. Achso, nö. Okay, ach verdammt, was hast du denn sonst gedacht? Eigentlich, also für jetzt wirklich die Gedanken schlechthin bin ich noch viel zu müde. Ich find's hier gerade einfach sehr, sehr schön. Und hör dir gerne zu. Ich find's sehr schön. Ja, nein, nicht noch, sondern du findest es sehr, sehr schön. Du hast nicht noch gesagt. Ja. Oh, ich glaube, reiche. Du wirkst auch müde. Toll. Du hast, äh, ziemlich, äh, äh, kleine Pupillen, das merkt man einfach. Ja, es ist, ähm, ich bin sowas halt wirklich nicht gewohnt. Gar nicht? Nein. Na gut. Ich bin's, ich bin, ich bin das irgendwo gewohnt, weil, das Dienste kannst du dir nicht immer aussuchen. Da musst du halt auch durchhalten können. Also so bis, so, ich will Osternacht oder so. Und wie lange gehen die? Na ja, Osternacht beginnt grundsätzlich um 12 Uhr nachts, ne? Oh, weia. Mhm. Mhm. Das heißt, du hast so mal den Kreis gedreht. Du hast Karfreitag, Karsamstag abends. Dann hast du Ostern, ähm, nochmal morgens, wenn du natürlich gerne, ähm, noch morgens halten möchtest, gibt's auch immer wieder. Und dann gibt's die Osternacht und dann gibt's am Ostermontag eben nochmal Gottesdienst. Das heißt, du pennst eigentlich fast eine ganze Woche in der Kirche. Ah je. Ah. Aber gut, du hast ja gesagt, du bist das gewohnt. Jetzt weißt du warum. Mhm. Genau wegen sowas. Mich wundert's da eher, dass es da nicht dann irgendwie direkt eine Schlafgelegenheit eingeplant wird oder so. Ähm, Fahrhäuser. Die sind grundsätzlich ja immer in der Nähe der Kirche. Ach so. Mhm, da schläfst du halt, keine Ahnung, fünf Minuten Fußweg. Mhm. Ähm, aber wenn du kein Fahrhaus hast, das wird ja auch immer seltener. Äh, einfach deswegen, weil man kann nicht mehr Kirche und Fahrhaus finanzieren. Das geht nicht mehr heutzutage. Die Kirchenmitglieder, das werden ja immer weniger. Mhm. Dann ist es eben so, dass du halt dann in der Kirche in irgendeinem kleinen eingerichteten Büro schläfst. Zum Beispiel einige Kirchen machen das ja mittlerweile so. Die schieben das Fahrbüro in der Kirche und trennen extra ein Abteil ab, damit du dort das Fahrbüro hast. Einfach nur, damit du nur noch ein Gebäude hast. Okay. Und dementsprechend kannst du dann dort auch schlafen. Hast du eine Schlafcouch oder sowas. Über Kirchengebäude kann ich die Vorträge halten. Ich erinnere mich, dass du da ein Faible für hast. Ein Faible habe ich definitiv dafür. Mhm, hattest du mal erwähnt. Ich glaube, das war noch bei dem ersten wirklichen Treffen beim Genki. Stimmt, ne? Mhm. Gottesdiensträume und Gottesdienste in sich. Ja. Das ist total spannend. Ach ja. Aber wir driften es beruflich ab. Ist ja was ganz Neues bei uns. Ja, das stimmt. Immer wenn das Handy klingelt. Haben wir noch irgendwas wegen dem Auto? Mich bitte nicht daran. Die Frau ging mir ja so auf den Keks, ey. Dafür hast du das aber souverän gemeistert. Dankeschön, dankeschön. Die Alte hat einen Schuss weg, ey. Was ist denn da mit der los gewesen? Da ist er wieder, der Rohrspatz. Was soll das jetzt? Ja, ich bin doch auch schwarz aus mich. Faszinierend. Was, der Geist? Nein, die Intelligenz dieser Frau, die er angerufen hat. Das ist hundertprozentig ein Geist. Das Auto geht an. Wer Horrorfilme guckt, der weiß, dass Geister eher in Gebäuden rumspuken. Du hättest dir halt einfach sagen sollen, hier ist die Nummer von den Ghostbusters und das wäre dann, weiß ich nicht, Notfallhotline vom MD oder... Oh, oh, das ist ne... Das mach ich beim nächsten Mal. Das hast du davon. Direkt die Seelsorgenummer. Die hast du doch. Ne, die haben auch eine. Ach so, okay. Ja, direkt an die verweisen. Hallo, das Alice Andy, wie kann ich ihnen helfen? Sind sie die Ghostbusters? Ähm... Genau diese Reaktion. Oder einfach die Nummer vom Little Italy geben. Das ist jetzt böse. Ja, was denn? Und wenn die rauskriegen, dass das von dir kommt und das ist nicht unwahrscheinlich. Natürlich kommt das raus. Ja, deswegen. Mach das nicht. Oder nimm irgendwie die Nummer von jemandem, der dich eh nervt. Oh. Einfach deine Angebmasse. Danke. Das ist... Du bist so herzlich heute. Oh, sehr gerne. Glaube ich dir aufs Wort. Du hast doch gesagt, du willst den Spaß auch haben, also beschwere dich dich. Jetzt auf einmal heißt es nein. Und gestern hieß es, ich will noch am liebsten in deinen Beruf rein wechseln. Du kannst dich auch nicht entscheiden. Hm, ich hab dir aber auch gestern gesagt, dass ich die Befürchtung hab, dich zu nerven, wenn ich mich zu oft melde. Ja, und? Hm. Und jetzt sag ich dir, gib dir die Nummer von jemandem, der dich nervt und du bringst mich ins Spiel. Ach. Nerven. Ich hab dieses Nerven überhört. Ich wollte dir einfach nur einen guten Tag machen, weißt du? Ach so, ach so. Oh, ich würde mir den Spaß machen und da mit Staubsauger und Co. auftauchen. Oh mein Gott. Hilfe. Ja, ich weiß nicht, also unsere Mitarbeiterin, die hat irgendwie mit Geistern und Dämonen und Austreibungen, die ist da ein bisschen sehr empfänglich für. Oh, Justin sucht doch noch nach einer Unternehmensidee. Soll er wirklich die Ghostbusters oder Winchesters oder sowas machen? Oh, das wäre doch super. Das könnte ich, also ich meine, er lernt da auch sicherlich einige Frauen kennen. Wenn das das Problem ist. Ich kann ihm gerne Nummern weitergeben, ich weiß gar nicht, hab ich welche? Ich werd angerufen! Timing. Ja, bitte. Hallöchen, John. Hallöchen, ich bin gerade im Gespräch, kann ich dich gleich anrufen? Ja. Super. Bis gleich. Hallö. Gib seine Nummer weiter. Oh, doch. Ich hätte eine Person, wo ich, also wo ich es jetzt nicht weiß, aber die könnte sogar was für ihn werden. Okay. Ansonsten kenne ich immer nur verheiratete Frauen. Verdammt. Du hast ein Schema, John. Ja, weil die alle heiraten wollen. Ja. Ich hab ein Schema, sagt sie. Mhm. 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 Solange sich nicht irgendwelche Gerüchte rumtummeln. Ich, äh, äh, keine Ahnung, ich, äh, treffe mich danach noch mit den einzelnen Damen oder so. Dann ist alles gut. Habe gehört, Leute sind nachtragend. Ja, mitunter. Wir sollten uns aber langsam auf den Rückweg machen. Wollte ich gerade aussagen. Sehr gut. Sonst schaffst du's nicht. Mhm. Wäre furchtbar. Absolut. Wenn ich schon einspringe, dann muss ich auch pünktlich sein. Ach, du bist heute nur eingesprungen. Ja, ich hab heute eigentlich frei, aber dadurch, dass so dermaßen Not am Mann ist. Der-ma-ßen. Mhm. Wahnsinn, Hammer. Naja, es ist halt pro Stunde zwei oder drei Prüfungen und ursprünglich war Jane alleine eingetragen. Ach, du meine Güte. Hm, dadurch, dass irgendwie das halbe Team wegbricht. Akkordarbeit, ich hör's. Das ist so, das wär so gar nicht meins. Ach, ich zieh mir halt die positiven Sachen daraus, weil es macht trotzdem Spaß. Die Schüler sind in der Regel auch sehr nett. Nee, ich meine alleine sein, weißt du, und, ähm, also sich da durchquälen quasi mit... Nee, nee, da hatte sie, äh, separat die Erlaubnis bekommen, dass sie die Fahrschule dann für diesen Tag schließen darf und, äh, die Prüfung halt verschieben muss. Mhm. Ähm, aber wir haben halt gerade, hatte ich dir erzählt, so viel in der Warteliste. Mhm. Es wäre halt Unsinn, das wär nur ne Aufschiebung des Problems. Ja, klar, natürlich. Satte Motto, ja, irgendwann. Mhm. Nee, nee, das geht halt nicht. Und dadurch, dass ich heute nicht aktiv irgendwie was... Musst du was trinken? Das ist viel zu anstrengend, ja? Mhm. Nee, weil ich halt aktiv nichts hab, hab ich gesagt, ich bin dann mit dabei. Achso, okay. Ja, schön. Ich wollte auch noch mal kurz auf Arbeit gehen und dann ein paar Sachen erledigen, die auch liegen geblieben sind. Ah, wer ist denn da noch müde? Ey. Sag ja doch ein Röschen. Was soll denn das heißen? Ich wär so müde, dass sie sagt, bitte, ähm, ich hör dir gerne zu und so weiter. Oh, das hab ich dir auch schon im munteren Zustand gesagt. Achso. Wahnsinn. Und vergessen. Ja. Nein, natürlich nicht. Nein, hey, nein. Hey, ich doch nicht. Bleib bei der Wahrheit. Ja, äh, okay. Ich hab's vergessen, ja. Ah, diese Enttäuschung. Warum? Ich kann mich doch nicht immer an alles erinnern. Nein, keine Sorge. Das würde ich auch nicht erwarten. Ja, siehst du, was glaubst du, weil ich meinen Spitznamen habe, ne? Den nur du kennst. Und mir aufgegeben hast. Aber... Und den auch gerne benutzt. Und im Telefonbuch stehen hast. Hm? Ja, ist doch total legitim. Warte, soll ich noch um Dornröschen ergänzen? Sauer. Sag mal, ey, du wolltest aber irgendwas sagen. Irgendwas Sinnvolles. Wollte ich das? Ja. Nee, ich glaub nicht. Ja, okay, gut. Dann war's nicht sinnvoll. Und ich bin, äh, ich versuche nicht irgendwie jetzt, äh, charmant zu sagen, äh, ja, du sagst ja sonst nichts Sinnvolles, weil das ist gemein. Hättest du das jetzt nicht erwähnt, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Okay, du bist wirklich müde. Okay. So was darf auch mal sein. Ja, gut. Ich betone noch mal, 5 Uhr morgens. Ja. Ich war halt auch schon seit 16 Uhr unterwegs. Ja, siehst du? Nach müde kommt doof, ich sag's dir. Ja, das haben wir gestern gut bewiesen. Wieso? Du hast doch, äh, nichts Doofes gesagt. Oder hast du was Doofes gesagt? Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass, äh, ich sinnvolle Sätze im Kopf hatte und was ganz anderes bei rauskam. Ja, gut. Das war bei mir nicht anders. Das ist beruhigend. Diese Strecke hier, schön. Du hattest gesagt, generell hat dein Bruder ein Auto, ne? Nein. Achso. Er wird sich das hier leihen. Na, John, möchtet ihr, solange ich dann die Woche weg bin, den VSTA haben? Ich glaube, er würde sich sehr darüber freuen. Dann, ähm, morgen kriege ich den wieder. Aha. Ähm, beziehungsweise ich hole mir den Zweitschlüssel zurück. Und dann, äh, gebe ich dir den schon mal. Ah, sehr schön. Dann kann ich den ihm stehen lassen. Mhm. Morgen, hast du gesagt? Ja. Okay. Dann hast du da auch keine Eile jetzt mit dem Zweitschlüssel. Sehr gut. Ja, gut, ich hätte jetzt eh geguckt, ob die gegebenenfalls offen haben. Mhm. Ähm, ab 20 Uhr heute. Ja, ist ja bald. Mhm. Ab 20 bis 22, wenn sie regulär aufmachen. Mhm. Ja, ich wollte gestern hin, aber die haben ja samstags nicht offen. Mhm. Von daher, ja. Also ein Zweitschlüssel wäre so oder so mal nicht schlecht. Ja, das ist sehr hilfreich. Ja. Was kostet das? Nochmal 200 oder so? Hm, irgendwas zwischen 200 und 300, glaub ich. Es ist aber zu lange her, dass ich einen gemacht hab. So lange kein neues Auto gekauft. Mhm. Ja. Das letzte war der Roller. Und dadurch, dass der eh für Alice Moments war, ähm, ging der halt ins RDP und läuft über Schlüsselkarte. Ja, gut, okay. Verstehe ich. Ich überleg grad, das letzte, das war der Impala. Den hab ich vor anderthalb Jahren gekauft. Ah, süß so. Aber von dem VSTR hab ich den Schlüssel irgendwann letztes Jahr nachmachen lassen. Auch ewig, ja. Mhm. Ich, die reichen mir halt. Also ich seh den Sinn dahinter nicht, mir zig Fahrzeuge entweder zu holen oder auszutauschen. Ja, das ist... Ich hab halt den, den hübschen und ich hab den schnellen. Ach so. Den hübschen und den schnellen. Mhm. Ja. Ich bin auch extrem zufrieden mit dem Wagen hier. Glaube ich. Ich hab da, äh... Also viele waren da immer überraschend, äh, zufrieden, weil sie das gar nicht erwartet haben. Ja. Warte mal. Aber... Ja. Ne, das hab ich auch nicht. Das war auch ein Geheimtipp, wie gesagt. Mhm. Dann hätte ich mir irgendwas anderes geholt, aber das war ein guter Tipp. Ja. Und sieht auch ein bisschen besser aus als der... Was war das? Panto? Panto, ja. Ja, der passt auch viel besser zu deinem... Naja, egal. So ein Berufsbild. Ja, das stimmt. Ja, so ein Pickup ist auch cool, aber... Ja, ich hatte auch mal einen Bison. Ich hab den auch geliebt, aber der ist halt echt schwerfällig. Ja, extrem. Das merkt man halt. Wobei ich sagen muss, das mag ich auch an dem so ein bisschen, ne? Mhm. Aber... Ey. Ich kann über die alte Mühle hier nichts, äh, über die neue Mühle hier nichts sagen. Ja. Das ist super. War eine gute Entscheidung, auch vom Preis. Mhm. Sehr schön. Ja. Ja, ja. Du, äh, ich weiß, ich, äh, will dich nicht... Nicht aufhalten. Ja, nee, ich muss los. Die Zeit drängt. Ähm... Ja. War schön, dich zu sehen. Dann, ähm... Ebenfalls. Falls wir uns heute nicht mehr sehen oder hören, dann morgen gegen 18 Uhr. Genau. Ich hab morgen vielleicht sogar eine halbe Stunde früher, je nachdem. Mhm. Äh, äh, ich hab auf jeden Fall heute Abend dann auch nicht mehr so viel zu tun. Also bei mir wird's wahrscheinlich heute... Niemand wird mir die Bude einrennen, also wie gesagt. Naja, ich bin bis 22 Uhr halt in der Fahrschule. Ja. Also ich versuch ein bisschen eher Feierabend zu machen, weil gegen Abend hin, äh, ich hab ja mit dem Einspringen eine gute Ausrede, dass ich nicht so lange bleiben möchte. Ja, verstehe, verstehe. Also vielleicht für eine halbe Stunde, Stunde gerne noch, aber ich werd heute pünktlich ins Bett schon. Ja, bitte. Nein, bis die Sonne wieder aufgeht, hab ich gehört. Nein. Alles gut. Ähm... Also wir gucken einfach mal, wie's passt. Nee, ich wollte's dir nur erwähnt haben, damit du weißt, wie mein Tag heute aussieht und ja, wie gesagt, darum musst du dich nicht stressen. Ja. Ansonsten komm gerne mal die Fahrschule besuchen. Ja, das könnte ich auch machen. Alles klar, dann bis später. Winke, winke machen. Ja. Weißt du, warum ich das gerade gesagt habe? Mit, äh, dass ich heute Abend nicht viel los hab? Nein. Damit du vielleicht eine geringere Hemmschwelle hast anzurufen. Also, ich wünsch dir was. Gute Fahrt, pass auf dich auf. Du auch. Also, ich, ähm, muss mir schon ein, zwei Sachen machen. Nein, ich muss selber was machen. Von daher, sehen wir uns gleich wieder. Ola, so. Ich hab noch Sushi bekommen. Das ist total lieb, so ein paar kleine Stückchen. Ich ruf mal hier an. Gut. Ja. Ja. Ja, wie geht's dir? Ja. Soweit gut. Bin grad beim, äh, Social Center. Ah, okay. Wirst du grad arbeiten. Ich komm auch gleich. Ja, sehr gut. Ja, schön. Liegt heute irgendwas an, weißt du was? Ähm, steht irgendwas im RDP? Äh, das hab ich noch nicht geguckt. Ich hab grad mit, äh, wie hieß sie, die andere auszubinden. Ich hab schon wieder ihren Namen vergessen. Äh, ja. Nicht Mary Weather, sondern Mary. Ja. Nora war gerade kurz auch hier. Ah. Oder die ist gerade kurz drin. Mhm. Aber ja, Alessa war kurz hier, weil ich ihr noch Miete bezahlt hab. Beziehungsweise Miete gegeben hab. Weil nicht, dass mir dann gesagt wird, äh, ne? Weiß ja. 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 Ja, aber sonst, äh. Ja, cool. Dann würde ich später, würde ich gleich vorbeikommen. Ich ess noch kurz zu Ende und dann ja. Dann lass es dir noch schmecken und bis gleich. Bis gleich, ciao, ciao. Alles klar, bis gleich, Job. Gut, dann mach ich Pause. So, da bin ich wieder. Eieieiei. Eieiei. Bye. 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 Ich stelle es in Grunewaldnussend. BDM Seabreeze. Ah ne Wollen wir warte mal Ich tu den Rogue Bieber Warte Ich muss das organisieren Der kam von Scarlett Der sollte man dann schon behalten Dann ab in die Stadt Ah ne Ich kann auch geradeaus Sohle Und dann fahren wir erstmal zum Center Können wir noch ein bisschen Geld verdienen So 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 Ja die beiden sind schon Goldig ne Aber irgendwie so körperlich sind sie sich noch nicht nahe gekommen Okay Ja denn Los geht's Los geht's Es schaffen wir Das Auto ist einfach furchtbar hübsch Gerade in diesem Stil hier Ich meine der eine Typ Die beiden Jungs die uns ja da gerade Ähm Gestern überfallen haben Ähm Das war ein bisschen blöd Äh warum Weil ähm Im Moment gibt's auf dem Server eine neue Regel Also gab erstmal eine neue Regel Dass man nicht ohne ERP Hintergrund überfallen darf Und jetzt heißt es naja Überfallen Aber man muss das schon ein bisschen verpacken So ne Also nicht einfach Hände hoch Geld her Ähm Ja das ist so Ist ein bisschen schade Und ich meine Ich hätte mir zum Beispiel gestern von den beiden gewünscht Dass da so ein bisschen mehr zusammenkommt So ey 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 Habt ihr so Und so weiter Ey gib mir bitte Gib mir dein Geld Und so weiter Dass man das ein bisschen schöner verpackt hätte Ist aber okay War jetzt auch nicht wild Die haben jetzt nicht einen so extrem weggehauen und so Und ja hier Ne Voll Ärger geschoben oder so Dementsprechend ja Bin ich eigentlich ganz froh wie es gelaufen ist Aber trotzdem Ich hätte mir so ein bisschen Ja ich muss meiner Grandma was kaufen Das ist so Oh ich weiß nicht Ich glaube weil es einfach für mich ausgelutscht ist Weil es immer kam Ich würde mir gerne wünschen Dass die vielleicht so ein bisschen mehr draus machen Weil die hätten ja auch einen Anführungsstrichen überfallen können So mit Ja ein bisschen anders halt Ne Kreativer oder so Ey Hier kann ich dir ein bisschen Geld Ey Ich brauche ein bisschen Geld und so Und bla und blubber So richtig Ärger machen halt Ne Die müssen sich ja nicht mal vermummen für einen Sondern Ist schon ein cooles RP Ne Also wäre ja schon was Nettes Crucial fix Das ist ja nicht mal vermummen für einen Ratsch Das ist ja nicht mal vermummen für einen Ratsch Das ist ja nicht mal vermummen für einen So Jetzt ist aber auch ein bisschen bei mir Ähm Das ist mal nicht Scarlet Ich mache es nur ein bisschen affect Ich mache es nur ein bisschen Ich mache Entschuldig Ich mache es nur ein bisschen Dann Ich bedenke Ich mache es nur ein bisschen Ein bisschen Er 저도 auch immer Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wir haben gerade ein Rätsel um den Venture-Account gelöst. Was für ein Venture-Rätsel. Ihr wisst, was ich meine. Was für ein Venture ums Rätsel. Mary hatte Probleme in den Account reinzukommen. Ja, obwohl ich schwarzhaarig bin. Also ich habe gerade gesehen, wenn du das Kopieren zu versuchst, da zu weit mit dem Finger rüber ziehst, dass der über den Face & Social noch den ersten Buchstaben quasi mitzieht. Ja, das ja leider. Ich stemmel mich mal ein erstmal. Also quasi das. Ich mag das bei ihm. Sorry. Ist toll. Aber das schon etwas länger her und er sagt, er ist nur noch eine Stunde unterwegs. Das war jetzt ja schon länger her, eine anderthalbe Stunde. Ich habe mir seine Nummer aufgeschrieben, weil er hatte eine Frage zu beispielsweise der Southside. und er mietet sich da jetzt bald eine Wohnung wohl an und er kennt sich ja auch noch nicht so gut aus und wird gern ein bisschen quatschen über die Southside, wie die Gegend hier so ist. Und ich konnte ihm da halt keine Infos geben, weil ich da selbst noch nicht so lange hier wohne. Deswegen habe ich mir seine Nummer aufgeschrieben und gesagt, ich gebe das weiter. Er sagt, er ist dann wahrscheinlich heute Abend nicht mehr zu erreichen. Also solche Sachen, wenn du selber Probleme hast, das jetzt gerade nicht weißt, den kannst du ins RDP reinschreiben. Okay, dann mache ich das einfach mal. Genau, beim Orga-Board ganz hier rechts oben auf Bearbeiten klicken und dann halt neues Datum oder das Datum von heute und dann halt einen Punkt mit. Der Herr mit der Nummer so und so wollte das und das wissen. Genau. Also am besten immer sowas ins RDP schreiben, dann vergisst ihr das nicht und dann sehen es die anderen und können dann vielleicht ihr helfen. Mhm. Hola. Hola. Na, wie geht's euch? Hallo. Schicker Hut. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Heute viel wieder unterwegs mit dem Taxi. Ja, verstehe. Aber Kunst, ich brauche das Geld für meine Kunst. Oh. Die Produktion ist nicht billig. Glaube ich sofort. Okay. Niederfahrten heute gehabt? Ja, geht so. Also ich habe kaum das Ding angemacht schon. Klingel-Werling. Ja, also. Ich bin froh, dass jetzt ein Kollege noch gekommen ist. Und das, äh, dann kann ich immer wegen, können wir die Aufträge wegen uns zuschieben. Ja, einmal er, einmal ich. Kann ich mich auch mal wieder unterhalten, ne? Habt ihr schon gesehen? Hab ich meinen ersten Post gemacht, ne? Äh, hier, äh, über Rifa, ne? Warte, dann muss ich jetzt mal gucken. Warst du das mit den Gangs? Mit den Mädel-Gangs oder was ich da gelesen habe auf Venture? Ist das deine Film-Dingspunks? Ja. Ja? Ja. Ich habe direkt gedacht, das könnte doch zu dir gehören. Ich sehe, also, äh, ich habe zwei Filme, die laufen. Das eine ist der Dealer und das andere ist, äh, die Mädel-Gang. Ja, richtig. Und, äh, in dem Film wird gezeigt, so, schwere Leben und so, auf der Straße und so weiter. Und natürlich, ich will nicht spoilern, ja, aber es kommt natürlich dazu, dass es nicht ging, weil sonst würde ich jetzt nicht so heißen. Ja, wirklich nicht so heißen. Aber, äh, ja. Ja. Da ist euch überraschend. Wenn ich jetzt noch die Idee von Dings abwischen würde, wäre super. Mh, mh. Mh, mh. 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 Ich schau mal vorbei. Mh. 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 ihr gleich mal fix die ganzen Standorte abfahren, was wo ist hier. Ja mach das, das ist doch super. Dann kann sie sich das schon mal vorstellen wie es geht. Wohin sie die Leute dann verweisen kann. Oder wo die Leute denn nicht hin sollten. Oder, ja gut, das ist das andere. Weißt du wo die Sozialwohnungen sind? Ne. Eine war hier irgendwo um der Ecke, da war ich mal ganz am Anfang wo ich eingereist bin. Glaube ich zumindest, dass das da war, aber sonst genau weiß ich die Standorte nicht. Nora kennst du die Standorte? Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, wir haben fünf Stück und die sind alle in einem Ort. Ja genau, das meine ich hier. Ja, also wo die Orte sind. Ja, ich komme noch nicht an die Schlüssel rein. Ja, einfach nur um zu zeigen. Ich glaube das war doch, war das noch vor der Davis Tankstelle rechts rein. Genau, vor der Davis Tankstelle. Ja genau, das ist dann hier bei den Gleisen vorbei und ich glaube die zweite Straße links oder so. Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Meine Güte, ich bin vergesslich. Aber so ein Ding ist das. Ja, ja, ich. Genau, so ein Block in. Ist das der Front Drive oder Chamberlain? Das ist genau das. Ich glaube es ist der Foreign Drive, der südliche. Oder war, oder war es... Die südliche ist doch Chamberlain, oder? Chamberlain ist nördlich. Davis Tankstelle ist sie bei Grove, ne? Achso, ne Moment, Chamberlain Hills. Ja, du hast recht, südlich. Chamberlain Hills, genau. Äh, was meinst du? Die Tankstelle, die ihr meint, welche ist das? Die Davis Tankstelle, ne? Genau, aber die Carson Avenue, da sind wir lang gelaufen und ich bin mir jetzt sicher Forum Drive, oder? In der Strawberry Avenue ist der Eingang. Also dann direkt dort bei der Bushaltestelle. Okay, das kann ich sagen. Genau, ein Stückchen, weil das nördlich sogar noch. Drei waren unten, zwei waren oben oder so, ne? Mir wurde gesagt, die 1 bis 5 haben wir. Ja, okay, gut, dann gucken wir uns die 1 bis 5 an. Ja, ich brauche, glaube ich, eine Straßensuchfunktion in dieser Bus-App. Ich kann dir das gleich zeigen, das ist wirklich zwei Minuten entfernt von hier. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch beide ja mitnehmen. Wir haben hier eine McDonalds. Genau, also, wenn man bei Bestellungen eingibt, haben wir Sozialwohnungen mit den Hausnummern. Das ist 1b bis 5b haben wir. 1b, genau, b war das, genau. 4 Stück gerade benägt sind. Eine ist noch frei. Welche? Die 1b ist frei. Ah, super. Schön, schön. Du bist Montag nicht da? Ich jetzt? Ja, du. Also, ich könnte da sein. Nur, ich weiß nicht, ist überhaupt schon irgendwas organisiert worden? Nein. Und Gabi hat händeringend jemanden gesucht, der oder die das organisiert. Ich war halt die Tage halt auch ein bisschen eingebunden. Ich weiß nicht, worum es geht. Irgendwas wegen Meet & Chat oder so. Genau, Meet & Chat. Ja. Ähm, wir hatten nicht mal einen Ort oder so. Entschuldigung, ich bin voll müde. Tut mir leid. Du willst einen Kaffee? Äh, nehme ich mir gleich, ja. Oder hast du einen? Ah, ich hole dir an. Oh, das ist lieb, danke. Ich muss sagen, dass die Tage war noch recht wenig, morgens offen und wir noch nie, also ich habe immer geschaut, so ein paar Sachen, wo wir noch nicht waren. Hm. Na, wir haben leider, wie gesagt, jetzt für morgen nichts organisiert, ne. Weder Flyer, sonst noch was. Äh, ich habe eine Erdung. Die Frage, ob ihr irgendetwas machen könnt, wo wir schon waren, wo wir schon Flyer haben. Hm. Muss man im Archiv gucken. Habt ihr gesehen, die Wäscherei, die Wäschekammer ist wieder ziemlich voll, ne. Äh, die eine Dame hat echt viele Wäsche mitgebracht. Ich glaube, das waren über 105 Teile, was sie mitgebracht hatte. Oh, bitte. Dankeschön. Kommen wir zu der Safe Zone Flyer. Hm. Ähm, nee, also jetzt weiß ich nicht. Ich gucke gerade mal im Archiv nach. Ähm. Da waren wir jetzt schon eine Weile nicht mehr, also das könnte man wieder machen. Und die sind da auch recht spontan, ne. Wenn wir halt ein Flyer schon hätten, müssen wir halt nur noch klären, dass es klappt und dann... Äh, sag mal, kommst du an die Arbeitsklamotten ran? Ähm, puh, müsste ich gerade mal gucken. Ähm, wo waren die nochmal? Sind die vielleicht auch im gleichen Schrank wie die Schlüssel? Ähm, müssen wir mal gucken. Äh, weiß ich jetzt gerade persönlich nicht. Prima schauen gehen. Wenn's in dem Schrank ist, komm ich nicht ran. Hm. Oh, hier der Schrank. Hm, nö, nö. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich guck mal, ob ich irgendwo rankomme. Nö, 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 nö. Ähm, ich hab, glaub ich, noch drüben in, 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 in der Kirche noch ein Shirt. Müsse ich mal gucken. Müsse ich, müsste ich vorbeifahren. Äh, Hayley noch nicht da? Oder kommt sie heute überhaupt? Gucken wir gerade nach Urlauben. Hayley war bisher noch nicht. Die war gestern... War das Hayley, die auf einer Einweihungsfeier war? Warte, kann ich euch... Ja, doch. Hayley war das. Die war gestern auf Einweihungsfeier. Okay. Ich frage sie gerade mal... Äh, oh Gott. Was ist das? Also ich hatte sie gestern deswegen schon angehauen, ne? Ja, ich frage sie, ob sie heute vorbeikommt. Sieht schlecht aus. Okay, gut. Ähm, wir können nochmal dann bei der Kirche vorbei, weil ich kann nochmal später vorbei. Ähm, da könnte noch was liegen. Ja, es eilt ja jetzt auch nicht so. Ja, eben. Äh, ja. Äh, ja. Ansonsten... Ähm, gibt's noch was Neues? Im Archiv hast du jetzt nichts Flyertechnisches gefunden? Ähm, achso, ja, Flyer, da waren wir noch. Ich hab im... Äh, genau, Archiv hab ich jetzt nichts gefunden. Ähm, ich kann nochmal... Und vielleicht hab ich was übersehen. Hm. Was sucht ihr denn genau? Dann guck ich auch mal. Ähm, Flyer für die Safe Zone. Ich suche auch gerade, aber hier finde ich jetzt erstmal nichts. Ähm, ne, das ist das nicht. Aber die alten Termine wurden halt schon ins Archiv verschoben. Mhm. Genau, die kannst du ja im Archiv sehen. Ähm, ich guck mal hier vielleicht. Weil Flyer meistens direkt verlinkt, wenn's einen gab. Mhm. Ich wissen nichts. Hm. Das ist schwierig. Hm, 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 hm. Hier ist nichts. Das sind Vorlagen. Nee. Nee. Hm, hm. Nichts. Schwierig. Oh, warte mal. Ich hab ne ganz wilde Idee. Ähm, haben wir denn schon mal was auf Venture gepostet? Vielleicht kommen wir da rüber ran. Hm, 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 hm. Jetzt müssten wir nur wissen, wann das letzte Meter im Chat im Dings war, ne? Ja. Ich müsste schon, auf jeden Fall, bevor ich angefangen habe, also auf jeden Fall über einen Monat her. Mhm. Hm, über einen Monat saß da. Hier ist Genki. Boah, ich muss mich halt jetzt echt erstmal durchklicken bei all dem. Oh, hm. Oh, hm. Cool Beans. Oh, mm. Oh, no. Oh, no. Oh, mm. Um. Oh, mm. das war für sannis Da hab ich was Altes. Geh mal raus. Jo. Warte kurz. Ich schicke dir das gleich mal per Mail. Lass mal kurz an den Rechner. Warte. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass ich das einmal abspeichere. Ja, wenn es einen Flyer gibt, dann müsste Gabi ja noch auf jeden Fall hoffentlich den auch bei sich selber haben oder noch da, wo sie hochgeladen hat. Hm. Ja, warte mal. Ich muss jetzt mal noch... Also ich, wie gesagt, ich kann hier mal kurz gucken, ob ich das mit dem Flyer schnell über einen alten Beitrag rausbekomme. Weißt du? Das könnte nämlich klappen. Wir sollten echt irgendwie eine Übersicht im RTP haben mit den ganzen Flyers, weil irgendwann haben wir hier alle Unternehmen durch und dann müssen wir die einfach nur noch... Das ist echt so nah. Das wird nur ein riesengroßes Durcheinander. Wolltest du auch noch zu Prolabs? Ich? Einer von euch beiden? Ich sozusagen. Nein, die haben jetzt auf. Ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Ich muss, wenn schon, nochmal später zu QuickKeys. Ja, dann würde ich sagen, wenn das okay ist, dann würde ich immer eben die South, die Standorte und so zeigen. Achso, wenn du willst, können wir das ja nicht auch zu viert machen, oder? Ja, wir brauchen auch. Ich habe leider nur ein Motorrad hier. Wir können ja eins von den Center-Autos nehmen. Ja, stimmt auch wieder. Würde ich ihr vorschlagen. Warte ganz kurz, ich mache dir erstmal das eine hier fertig. Das ist okay. Perfekt. Zap, zap. Warte kurz. Wo habe ich das denn jetzt da? So, ich schicke dir das mal an deine Mail. Muss ich mich kurz ummelden, weil ich bin gerade beim Social Center dran? Warte, warte, dann schicke ich es ans Social Center. Warte, warte, warte. E-Mail versenden. An, äh, faith and social center.info. So. Social Center. Hallo. Hm. War das denn die Wolle drum geschnitten? Guck mal, ob das geht. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ja, ich glaube, ich muss mal kurz schauen, ob ich das nochmal... Ich hätte dir auch nur den Link schicken können. Warte mal. Mal was anders. Ja, aber ich kann das so öffnen, wenn ich auf Weiterleiten... Ah ja, sehr gut. ...quatsch drücke, dann zeigt sie mir den Link an. Perfekt. Hey, so ist der Flyer einer von den schönsten. Ja, ne? Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu grell oder so. Nein, das passt. Dann würde ich gleich noch... ...die waren auf Anruf erreichbar, dann könnte man die gleich noch anrufen. Genau, dann ruft er gerade noch an, ob die da... Und dann, ja. Wow, dann haben wir das... Nicht eingespeichert, muss ich jetzt die Nummer aussuchen. Okay. Wollen wir jetzt die richtige Nummer wählen zum Anrufen? So. Ich glaube, es geht keiner ran. Ui, warte, ich habe die Nummer von der Chefin. Ich würde mir kurz die Leitstelle schnappen, falls sie zurückrufen. Ich frage sie mal ganz kurz. Wäre echt super, wenn es halt spontan gehen würde morgen. Ist nicht erreichbar. Okay. Müssen wir vielleicht warten. Vielleicht machen sie heute nochmal auf. Weil die sind eigentlich super spontan. Das ist ja immer unsere Backup-Situation. Möglichkeit. Genau, also ich habe jetzt angerufen. Ich habe mir jetzt die Leitstelle geschnappt, Mary, falls sie zurückrufen sollen. Mhm. Okay, cool. Dann haben wir das auch. Na dann. Wurde ich so auf, will er es jetzt? Ja. Ja. Wissen Sie, wie lange dieses Prolapse auf hat? Ich will mal gucken, was die Stimme verkosten. Ob ich mir die leisten kann. Hier, wenn da keine große Schlange dahinter ist? Welche Farbe willst du denn haben? Dann lasse ich dir die mitbringen. Schwarz. Schwarz. Weiß wäre auch in Ordnung. Im Zweifel. Prolapse ist ja nicht so weit weg, oder? Weiß es leider nicht. Ja, Schätzelein. Bist du bei Prolapse? Magst du, wenn die die Strömpfe haben, die schwarz oder weiß mitbringen? Priorität aber auf schwarz. Gibt sich aber sehr viel Mühe. Ich gebe mal kurz deine Nummer weiter. Soll sie das mit dir eben selber klären? Alles klar. Schnapp dir mal eben dein Telefon, bitte. Ja. 860 Also mit 555 davor, ne? Ja. 860117 Der Name war nochmal? Alessa. Alessa Park ist das. Ja, danke schön. Er hat es mit dir selber eben gehabt. Sie bringt dir welche mit. Ich schreibe ihr deine SMS, oder? Ruf sie einfach direkt an. Falls du noch was brauchst, kannst du sie nochmal fragen. Sag mal, Noah, hast du wieder neue Haare? So, hier ist Madme, ich habe deine Nummer bekommen. Hast du schon eine Woche? Oh Mann, ich habe dich echt eine Woche lang nicht gesehen. Glaubst du gar nicht, ne? Ich war auch, glaube ich. Ich war gerade Montag bei Miet und Chat hatte ich sie noch nicht. Ich bin am Dienstag zum Friseur. Dienstag. Ja, so mindestens seit Dienstag. Mhm. Ne, gut. Und dann war ich am Mittwoch, war ich ja kurz am Abend am Center. Mhm. Wo ich eigentlich nur zum Quatschen vorbeigekommen bin und dann war ich doch fast eine Stunde eingestempelt. Mhm. Ach stimmt, wir haben uns ja nochmal so ganz kurz gesehen. Ganz kurz, ja. Ja, ja, ich erinnere mich, ja, ja. Das war da, wo mein Bruder auch gerade ankam, ne? Ja, das war der Abend, wo er so ein bisschen... Was macht der eigentlich jetzt? Ja, der, ja, das ist genau der Punkt. Ich hoffe, der wacht aus seinem so einen Röstchen schlafen am Morgen auf. Ach, gut. Aufstehen, pennen, aufstehen, pennen, so ungefähr. Und kannst du was klären? Und zwischen dem Schlafen und Pennen, was passiert da? Ne, warte mal. Ist was und, ähm, guck Fernseher wahrscheinlich. Ich hab's falsch gesagt, aber es hat keiner gemerkt, Gott sei Dank. Ja. Okay, gut. Also dann mit Prolabs erledigt. Das hat ich gerade gemerkt, ne? Gut. Äh, ja. Ich kriege einen Anruf auf der Leitstelle. Ja, wunderbar. Ja, ich müsste halt auch nochmal. Ich hab, wie gesagt, gestern erst ein paar Klamotten hierher gebracht. Mhm. War, weiß nicht. Oh, wo wir gerade dabei sind. Ich müsste mal gucken, ob ich was für Tommy finde. Der sucht ja noch was. Äh, irgendwas Schickes, äh, als Oberteil. Ich geh mal ganz kurz gucken. Er sei denn, sind keine neuen Herrensachen da? Ich bin gerade nach vorne durch. Äh, warte, ich guck. Okay, gut. Deine Hose ist auf jeden Fall super cool. Mit diesen Japanischen. Oh, der Dame ist vorne. Ich schau mal, was ich möchte. Äh. Ich geh mit. Ja, der David ist modisch. Naja, den passenden Pulli hab ich halt auch noch. Ja, siehst du. Geht ihr vor? Äh, ja, ich komm eben mit her. Ja. Ein paar Sachen sollte es, glaube ich, neu geben. Okay, dann gucken wir mal. Weil Tommy hat irgendwie auch gesucht sowas. Ach. Ach, eine schöne Lederhose. Geil. Geil. So ein Ding. Ich weiß halt nicht, was Tommy so für ein Hemd hat. Ach so, ne? Ah, okay. Ja, so wie ich, ne? Sommerrotte Sportsakko. Ja, das hat er schon angehabt und hat sich dann gesagt, naja. Sandfarbenes Manschettenhemd. Warte mal, ich hab da was. Ja, mach mal. Können wir stören? Ja, natürlich. Genau, rechts rum. Mhm. Okay. Dann. Mhm. Ja. Okay, dann stöber ich mal. Dankeschön. Also falls ihr die Tour machen wollt, ich kann auch mich um die Dame kümmern und ihr könnt schon mal los. Ja, äh. Wär schön, wenn du mit dabei wärst. Okay, mal schauen, wie lange sie schaut, aber... Ja, ja. Ich guck nicht. Müsst nicht warten hier. Ja, sehr gut. Äh. Machen wir trotzdem. Ich will eh nochmal kurz was von meinem Bruder gucken, deswegen... Sehr gut. ...der braucht halt auch noch was Neues. Genau, dann würde ich mal nochmal mit der Dame ein bisschen quatschen. Ja, tu das. Damit sie sich nicht langweilt. Okay, gut. Ich werd schon mal draußen. Eigentlich nichts gefunden. Guck mal. Leider nicht viel Neues. Also nichts zumindest in der Richtung. Ah. Ich hab gestern auch bei Brodinger ordentlich Geld gelassen. Alles okay? Ja, und selber? Ja, so. Ich hab grad so... Ich hab nichts kommentiert. Ich hab mir grad gesagt, alles okay? Deswegen. Deswegen. Wollen wir... Soll ich nochmal... Oder wollen wir ganz schnell zu Kirchen und gucken wegen den Shirts? Ähm... Weil ich glaub, die brauchen nochmal kurz. Ja, gut. Dann komm. Ja, weil ich sag den schnellbeschott. Äh. Ja, ich hatte schon irgendwie Lust drauf. Mal... Vielleicht nicht. Also ich hab jetzt bei... Äh... Alice Transit heißen die, glaube ich, oder? Da hab ich mich beworben und... Wenn ihr noch ein bisschen braucht, dann würde ich mit David Kutz die Kirche wegen dem... ...Felven Social... Social Center... Okay. Dann mach das. Gucken. Ihr seid fertig. Nee, die Dame hat erst angefangen. Okay, gut. Dann würde ich ganz schön mit ihm das machen, dann... Okay, gut. Mach das. Bis gleich. Bis gleich. Auf, auf. Zu neuen Ufern. Alles okay? Ja, ja, wieso? Ja, wir können los, wir können los. Ja, dann. Los geht's? Ja. Hey, ich, das Fahrzeug. Den Bison. Steht vorne. Hab ich schon gesehen. Geiles Teil. Ist ja das Schöne, dass wir hier die ganzen Firmenwagen haben, ne? Oder sonst, geht's dir gut? Ja, alles gut. Schön. Gab's nochmal was wegen dieser Geschichte? Mit... Mit der... Mit dem... Soll ich sagen, Gerüchteküche? Nichts. Okay, sehr gut. Für mich ist das Thema eh durch, wenn sie den Namen nicht sagt. Ja, ja, ja. Der Komplex sprach seine... Ich hab ihr jetzt noch Miete gegeben für die letzten paar Wochen, knapp 1.000 Euro. Mhm. Da hier, dann kannst du wenigstens das halt schneller abbezahlen, so. Ja, das stimmt. Ja, cool. Übrigens, hier vorne an... Hast du den 24-7 auf der rechten Seite gerade gesehen? Äh... Nein. Okay, warte. Ich drehe sogar, weil... Das ist... Ach, fuck. Kann man ja gar nicht richtig drehen. Egal, wenn wir zurückfahren. Ja. Da gibt's Grinder. Aha. Kannst du dir kaufen. Ich bin per Zufall da mal mit Gabby langgelaufen. Wir haben halt... Gucken wollen, ob die was zu essen haben. Und wir haben vorne eher so Zip-Blocks und Grinder. Okay. Also, wenn du mal suchen sollst... Was kosten die, weißt du das? Ah, die waren recht teuer. Ich hab's leider nicht mehr im Kopf. Müsste man mal gucken. Können wir auch nochmal später anhalten. Ja, sagen wir dreiviertel Stunde, dann auch... Machen wir den Adler. Oha. Den Abflug also. Mhm. Ja, okay, gut. Verstehe ich. Machen wir schnell und gucken nach dem Shirt. Ja, alles gut. Ich glaub, ne Jacke gab's dort. Auch, aber... Weiß ich, ob wir die noch haben. Also, ob wir die noch grundsätzlich tragen, weißt du? Ja. Oh, weißt du, ey. Sorry. Sorry, not sorry. Sorry, but no sorry, ja. Ja, der Haro ruft mich halt echt jeden Tag an. Ja. Wahnsinn, Alter. Oh, ich muss kurz aufs Toilette. So. So. Ah, die Mary ist ne Liebe, ne? Jo, auf jeden Fall. Das ist schon gut, dass sie dabei ist. Will sie sich auch bei den Coppers bewerben, sagt sie. Oh, nee, oder? Äh. Alter, die wollen alle zu den Cops. Was ist denn mit denen? Ja, sie will aber... Was hat sie genau gesagt? Ja, so diese soziale Schiene, da... Fiegt das nicht mehr zusammen. Was willst du bei den Coppers sozial sein? Echt? Da gibt's nen Taser ins Gesicht und dann ist gut. Freit zur Sicherheit hinterher. Erstmal tasern und dann so, geht's ihm gut? Wo ist mein Fahrrad? Wo? Ach, stimmt. Ähm. Ähm. Ey, ich steh den mal dahin, wo er hingehört, ne? Ja, nun. Okay. Alles schwierig hier im Norden. Kaum es man oben ist, ja, alles... Ja, nun. Hi, what the hell? Geiles Dich. Wo stand der denn hinten, ne? Äh, hinten rechts, ja. Oh Gott. Oh, der kommt ja überhaupt hoch? Der ist ein bisschen tiefgelegt. Das ist um mal durchzufahren. Ja, pass. Jetzt ist das gar nicht unserer. So einfach? Ja, das ist super, das ist super. Ja, ja. Hauptsache, die Leute nehmen den nicht mit, so wie... Naja, egal. So viel Fahrräder, danke. Ja. Huch. Hast du mal... Hast du beim Flughafen mal geguckt? Oh, dann dreh ich aber durch wieder 100 Dollar, dann können die das behalten, ey. Und das glaube ich sofort. Da hast du ja fast schon wieder das ganze Ding dabei, ne? Hast du wieder gleich das ganze Fahrrad, kannst du neu kaufen, ne? Ach, sech. Dann wären das 200 Dollar. Das ist echt so. Hier, guck mal. Ich hab das hier. Und ich hab das hier. Ich hab's nicht genutzt, das war schon im Schrank. So. Ich was nehmen, oder? Ne, alles gut. Was haben wir denn hier? Ja, das ist das Standard-T-Shirt. Ich weiß nicht. Ich behalte die Jacke an. Die Jacke ist super, ne? Also, ich mag diese engen Passformen. Meine ist ja quasi fast genauso von der Passform. Ja, ne? Ich hab die hier nochmal irgendwo in Weiß rumfliegen. Ich glaub, im Genki ist sie. Ja, siehst du. Lustigerweise. Ich hatte die noch im Schrank gehabt damals. Und dann hab ich halt gesagt, ja, okay. Ich brauch sie nicht. Na gut, wenn sie jetzt warm ist, dann ist egal, aber... Eben. Ja, siehst du? Hast du Shirt und Dings. Perfekt. Ja, sehr, sehr cool. Ich hab's nicht erwartet, dass es so coole Sachen sind. So hätt ich die nie gegeben. Nein, Quatsch. Nein, alles gut. Jetzt ist egal. Pech gehabt. Ja, nein, alles gut. Ich trag das eh nie. Ja, Mann, denn dich kennt ja jeder so. Ja, das ist genau das Problem. Also, mich kennt auch jeder in meiner Kleidung, aber wenn ich... Ja. Ja, ne? Ja, jetzt hast du ein Faith and Social Center T-Shirt. Das ist auch was Gutes. Dienstkleidung. Würde Hayley heute zu mir oder morgen zu mir kommen und sagen, hey, zieh auch so ein Shirt an, würde ich sagen, sag mal. Was ist das bei dir denn falsch? Wie viel Lack kann man saufen? Jeden. Ja, gut. Bei einer der Leute frage ich mich da schon gar nicht mehr. Oh, Haru. Ey, ich hatte gestern einen Anruf, das glaubst du gar nicht an der Hotline. Warte, 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 warte. Lass mich denken. Du wirst nie drauf kommen, das war so... Junge, Junge, Junge. Also, wenn du so reagierst, dann... Hat jemand Geist gesehen. Ey, das war gut geraten. Echt jetzt? Ja. Geil. Das war so. Mich rief gestern, Gabby hat die Nummer weitergeleitet. Da rief eine Frau an, die hab ich... Die ist, glaub ich, Kassiererin bei Brodinger oder so. Zumindest hat sie mich das gefragt. Klang so, als ob sie da auf jeden Fall wäre. Ne, stimmt. Sie hat sogar gesagt, Hanni, ja, stimmt. Das war sie sogar. Und dann hat sie halt so gemeint, ja, mein Auto redet mit mir. Oh, what the fuck. Was ist denn jetzt? Er sagt so, ja, ich hab mein Auto was gefragt und dann hat's Beep gemacht. Und ohne Scheiß, die ist so durchgedreht und hat gesagt, ja, ich brauch, äh, ich brauch jemanden, der den Teufel oder den Geist austreibt. Und ich so, ja, aber da sollten sie vielleicht ins MD gehen. Und dann lief das so weit, dass sie das FD verständigen wollte, damit die mit Wasser kommen, damit sie, äh, damit da Beiwasser draufkommt. Ey, die ist komplett durchgedreht. Äh, ja, gut. Ich hab auch gedacht, die hatten nicht mehr alle Latten am Zaun. Also kommt drauf an, wie alt das Auto war. Wenn das jetzt neu ist, dann verstehe ich das ja, dass die, ne, die Elektroautos machen das ja gerne. Die antworten auf bestimmte Fragen ja auch. Aber, äh, schwierig. Ganz schwierig. Also, ganz. Hast du gefragt, ob sie Drogen genommen hat? Ich hab sie gefragt, ob sie nicht ins MD gehört. Ich hab mich so, also, ich hatte so ein Gespräch noch nie gehabt, ey. Und das Lustige ist, Gabby hatte dann auch Angst, dass der Geist sie heimsucht. Ey, ja, was ist denn mit den Leuten, ey? Entweder mehr oder weniger. Guck mal, hier links siehst du das? Den 24-7? Ja. Fahr da mal eben dran. Jo, mach mal. Okay. Okay, okay. Das Ding hat einen Wendekreis, das glaubst du gar nicht. Na, passt. Ja, ich spring nur eben schnell rein. Drinnen war kein Wasser, ich will mal eben Wasser auffüllen. Ja, okay, gut. Alles gleich. Guter Mann. Ich spiels跳. Ja. 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 Amen. Ja, ich sitze heute mal wieder hinten. Ja, schwierig. Wir haben gar kein Wasser. Okay, aber die haben andere Sachen. Ey, nur andere Sachen. Ja. Hast du geguckt, wie viel der kostet? Nicht nur geguckt. Ah, okay, okay. Direkt einen mitgenommen. Sehr gut. Wie viel kosten die? 150. Oh, das geht ja. Das ist sehr, sehr günstig. Na, siehst du mal. Dementsprechend volle Gönnung. Ich kann mal eben zur Growth-Tanke, dann hole ich gleich mal Wasser. Ähm, ich kann dir noch was geben, wenn du magst. Ja, nee, ich hätte drinnen noch was hingestellt, weil da war fast nichts mehr. Ah, okay, dann fahren wir dann nochmal rüber. Jetzt holst du da noch was ganz anderes, oder was? Äh, nee. Ja, aber das ist gut zu wissen, dass es da sowas gibt. Ja, das war wirklich per Zufall. Also aus Ziplocs und sowas bis, bis ein halben Kilo, 500 Milliliter. Ah, süß so. Ja, gut, damit habe ich ja nicht wirklich was am Hut. Ja, aber wenn du mal was suchst, ne. Ich tank mal das Ding. Ja, gut zu wissen. Ja, mach mal. So. Okay. Dann bis gleich. 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 Jo, hast du noch ein bisschen was mitgenommen an Wasser, ja? Ach, bleib mal kurz stehen, die Tür hinten ist nicht richtig zu. Ah. Jetzt ist er zu. Perfekt. Ja, sehr schön. Ich glaube, da freuen sich die Leute. Wir müssen so oder so. Hat Hayley eigentlich Wasser gekauft? Ich habe keine Ahnung. Deswegen will ich ja auch nicht irgendwie mich einstempeln oder die Leitstelle nehmen, wenn ich alleine bin. Ne, mach ruhig, mach ruhig. Das ist gar kein Problem. Ja, weißt du, wie ich das meine? Ich kenne mich halt null aus. Ne, ne, das ist kein Problem. Also du weißt ja, wieso der Kernjob ist. Einfach vorne stehen und warten, bis jemand kommt. Ja. Und dann fragt er mich was und ich habe keine Ahnung. Ist nicht wild. Übrigens, wie gefällt dir die Lackfarbe? Du hörst jetzt zu den Reichen oder was? Sieht gut aus. Ich bin reich. Nein, Quatsch, gar nicht. Das war mein Part. Achso, okay. Deswegen hatte ich Mary auch gefragt, ob sie noch zu Prolapse jetzt will. Sie sagt, ja, er ist seit einer Woche hier. Kein Geld, muss noch Führerschein machen. Und sie hat nur Klamotten von hier. Dann wird man hier eben was gesponsert. Ich verstehe, verstehe. Ich bin da ja nicht so. Ich brauche halt nicht so viel. Weißt du, ist das wie, ja, nehme ich jetzt Alessa jetzt auch als Beispiel. Dieses schnell, schnell, schnell. So habe ich das Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Mir ist egal, ja, dann dauert das halt einen Monat, bis ich mir eine geile Karre kaufen kann. Ja, dann ist das so. Ja, das ist es eben. Oder auch hier. Hier verdiene ich jetzt die Hälfte wie beim Genki. Ja, ist mir egal. Eben, eben. Ja, aber wie gesagt, wenn was ist, wo du das nochmal ansprichst, sei ruhig gerne eingestempelt. Wenn du nicht weiter weißt, dann ist es ja schon viel geholfen, wenn du das einfach ins RDP einträgst. Ja. Wie viel Wasser stellt ihr da drin? Immerhin sechs Stück? Ja, würde ich so sagen. Ja. Ich werfe mal voll. Und zum Beispiel, was du halt nicht vergessen darfst. Wir kaufen zum Beispiel Lebensmittel. Okay, leg die draußen. Das ist okay. Lebensmittel und so weiter, da kaufen wir meistens selbst. Also ich habe zum Beispiel oben in der Kirche, habe ich den Kühlschrank selber voll gemacht. Also entweder spenden uns die Firmen was oder wir machen das selbst. Also von daher, da kannst du auch ganz behutsam sagen, okay, ich habe mein Geld da und verdiene es halt auch, wenn nichts los ist. Wie sieht das hier aus mit dem... Oh Gott. Entschuldigung. Was denn? Er schreckt mich doch nicht so. Äh, mit dem Kühlschrank, macht ihr den zu oder lasst ihr den auch auf? Zu. Kühlschrank wird einmal zugemacht. Okay. Genau. Ähm, Getränke gibt es dann dementsprechend hier draußen, ja. Ich guck mal, was wir im Kühlschrank haben. Nicht mehr viel. Okay. Du kannst mir die Kühlschrank Enter. Danke, danke. das ist natürlich schwierig schwierig was wollt ihr denn den kühlschrank rein haben ja das ist es halt da müssten wir gleich mal gucken also ich überlege weil wir haben ja spenden nummern wo wir mal anrufen könnten das ist nämlich im rdp ganz unten dann steht da zum beispiel so was wie geberpaus regelmäßige essen spenden ich habe von ihm lange seit ich hier bin tatsächlich in der ersten spender gesehen klamotten gehen auf mich übrigens was klamotten gehen auf mich übrigens welche klamotten wenn sie dir was mitbringen und nein oder einfach so hinnehmen passt schon einfach so hinnehmen das hat er schon gesagt wortwörtlich wir können ja mal gucken dass wir vielleicht gleich noch mal einkaufen gehen paar flaschen wasser holen und so weiter damit wasser haben wir jetzt ich kann da noch ein paar hinstellen sonst für uns als mitarbeiter im kühlschrank besser wobei wir haben noch diesen ganzen kirchsaft und so muss auch irgendwann weg wäre ich bei weißen t-shirts übrigens willst du nicht dein neues t-shirt anziehen oder ein poli ja t-shirt und jacke ja eine jacke die finde ich interessanter jack ist cool die jacke auch nur mir ist ein bisschen zu warm deswegen ein shirt angezogen partner look super das schlimme ist ich habe die im schrank gehabt und nie ausgepackt ich habe sie nie gebraucht du rennst doch ehemal in deinem anzug rum ja ist ja gut zu der hose aber auch nach dem passenden japan poli ja dann man sagte zu mir soll am besten gerade am anfang die shirts tragen weil ich dann ich habe ihn so gesagt ja das ist richtig deswegen habe ich auch gefragt ob ich noch welche kriege eben wenn du dann in das haus sei bestimmte straßen da ist halt schwierig ja aber damit werde ich sicher nicht an macht ihr einfach also du kannst immer sagen so hey alles cool also ich sag mal so wenn wir ich wurde gestern hier erst überfallen also nicht hier sondern auf dem weg zu bennys das war das war eine ziemlich coole unterhalten die kam da aus der ecke rausgesprungen ey 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 brauche ich gebe mir euer geld und ich dann so okay bruder machen wir erst mal ganz ruhig ganz ruhig und dann so guck mal ich habe hier für dich 50 ein 50er okay und der soll dann so hey bro danke i appreciate voll glücklich dachte mir so alter du hast mich gerade überfallen die sind ja manchmal ein bisschen komisch aber wie gesagt keine sorge machen die wollen nichts das ist das darf halt nicht passieren wenn selena dabei ist gut die fangen sich direkt welche ich sag dir wie es ist ich bin nett zu denen weil am ende des tages wissen die ganz genau wenn ich hier mal antreffen das halt dass wir wissen wen sie oder bei wem sie das versuchen es gibt ja auch leute die sich schon bei mir entschuldigt haben also von daher wo ist frau von und zu denn gerade ich habe den namen schon wieder vergessen das noch hin irgendwie ok 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 ich könnte noch eine mail an die steepark ranger schreiben moment auch noch das so blub blub so blub 1.000 Bettschaffer, ansonsten Dienstag. Ja, ganz kurz, David, du musst doch gleich los, ne? Richtig. Gut, dann machen wir jetzt die Tür, ich sag Nora Bescheid. Ja. Wir sind mal kurz auf Ausfahrt, ne? Wir machen doch schon mal die Tür. Gut. Oh, ich wohne. Okay, los geht's. Na, boah. Machen wir nur die South? Ja, ja. Es sei denn, wir wollten noch was sehen. Also ich kenne jetzt auch nicht so extrem viel von dir. Ja, Vespucci hättest du halt noch. Mhm. Die zwei Straßen, die da sind und da, wo ich halt wohne. Okay. Machen wir erstmal ganz kurz, damit ihr mal die Wohnungen gesehen habt. Ja. Und ja. Das schaffen wir. Ja, ist ganz entspannt. Sehr schön. Oh, da rennt jemand. Hallo. Hallo. War mir nicht über. Was hast du gesagt? Klock, klong. Ja. Das ist wenigstens ne Kühlerfigur. Ja, ne Galleonsfigur. Hallo. Jetzt muss ich gerade überlegen. Wir sollten zum... Also... Hier rechts wäre schon quasi das erste Gebiet. Genau. Das einmal. Ich zeige euch die Wohnungen. Die Wohnungen sind nämlich... Ja, machen wir das mal zuerst. Die sind hier vorne rechts. Das müssten die sein. Strawberry Avenue. Was sind das für Wohnungen? Das sind unsere Sozialwohnungen hier drin. Also wenn du da... Ich zeige euch das mal kurz. Komm halt. Ja. Also das war diese Ecke hier. Wenn ich mich mit Nora vorhin richtig verstanden habe. Da vermieten? Ja, oder? Genau, also wir haben die Möglichkeit, Leuten hier unterzubringen. Oh, echt? Wollt nicht mal Wasser im Pool, ey. Ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Oder ist das hier? Ich gucke nochmal kurz... Ich spring gleich mal rein. Bitte nicht ohne Wasser. Genau, also wir haben hier die Wohnungen 1B bis 5B. 1B ist noch nicht belegt. Die anderen sind belegt. Das haben wir mal im RDP vermerkt, ne? Genau. 1B bis 5B? Genau. Und eine davon ist frei. Genau, 1B. Ja, nur damit ihr es auch einfach mal gesehen habt. Genau, also wenn ihr mal Leute habt, dann könnt ihr die halt hier runter bringen. Wenn die noch eine Wohnung suchen, zum Beispiel sie haben noch kein Hotel oder so, oder haben nichts gefunden. Keine Wohnung oder brauchen übergangsweise mal eine Wohnung. Dann kann man die hier unterbringen. Also von daher, das ist kein Problem. Kostenlos? Ähm, soweit ich weiß, ja. Und wie funktioniert das? Haben wir dann Schlüssel, oder? Genau, also ich glaube, den kann nur Hayley rausgeben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nur Hayley das kann. Ähm, vielleicht auch Gabby. Äh, die können dann dementsprechend den Schlüssel rausgeben. Und dann bringt man die Leute dann hier hin und, ja, weist sie dann dementsprechend der Wohnung zu. Mhm. Genau. Okay. Gut. Dann. 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 So, ähm, das wäre wichtig. Und im Grunde genommen, äh, gibt es dann hier so ein, zwei Punkte, ne? Einerseits hier links, äh, die Davis-LTD. Davis-Tankstelle. Da waren wir gerade eben. Das ist immer so ein, äh, bekannter Treff, sag ich mal. Ähm. Was gibt's denn noch so? Äh, grundsätzlich immer aufpassen, äh, nicht unbedingt in die Gassen gehen. Oder am besten gar nicht in die Gassen gehen. Ihr könntet dann halt in irgendeinem Gebiet landen, wo die Leute dann nicht so nett sind. Ähm, bedeutet, versucht euch immer auf den Hauptstraßen zu bewegen. Ähm, wenn die Leute gerade nicht hier sind, sag ich mal, also hier in der Gegend, dann sind sie meistens am Stadtpark. Dann ganz wichtig, ich meine, wir fahren jetzt einmal rund ums Center, ähm, falls ihr das PD noch nicht kennt. Das Davis-PD. Das ist hier vorne links. Da fahren wir auch gerade mal rein. Mhm. Also vorbei, hier links, dieses Gebäude. Da, wenn was sein sollte, kann man da sich auch immer melden. Mhm. Das ist noch wichtig zu wissen. Dann natürlich hier vorne links diesen Barber, ne, also da immer im Auge behalten. Ähm, ich sag's einfach nur zur Sicherheit. Das klingt jetzt erstmal so böse, ist es aber nicht. Ähm, weil uns nie irgendwas passiert ist und die Leute wissen, dass sie sich eigentlich bei uns so etwas nicht leisten können. Und das ist, ähm, beim Barber gab es mal ein, zwei Schießereien. Da muss man einfach aufpassen. Direkt... Ja, genau. Also da gibt's ab und zu mal Ärger. Ähm, wie gesagt, ist jetzt ein, zwei Mal passiert. Da ist immer mehr los, also nicht erschrecken. Das PD ist ja direkt ums Eck. Moment. Ja, bitte, Nora. Hola, äh, habt ihr kurz Zeit, noch was zwischendrin zu erledigen? Weil ich hab gerade einen... Gerne. Ich hab gerade einen Anruf bekommen von einem Herrn, der hat bei uns eine Sozialwohnung. Ah, wir waren gerade da. Und der wurde, der wurde scheinbar heute oder gerade von einem Mülllaster angefahren. Und ist jetzt erstmal ein paar Tage im Rumpen und bräuchte jemanden, der ihn vom MD nach Hause bringt. Oh, der ist gerade im MD. Okay. Genau, MD. Ich kann dir auch die Telefonnummer weitergeben, dann können die auch gleich noch mal kontaktieren. Ähm, kannst du... Ich fahre gerade, kannst du David oder Mary kurz anrufen? Kann ich machen. Super, danke. Okay, adios. Wir fahren schon mal ins MD. Okay, adios. Gut, bis gleich. Adios. Ciao, ciao. Hm. Was ist mit MD? Wir haben einen jungen Mann, der hier anscheinend eine Sozialwohnung bei uns hat. Und der hat einen Unfall gehabt und braucht eine Abholung im MD. Ja. Okay. Also das machen wir auch gerne kurz. Ja. 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 1, 2, 4. Alles klar. Äh. Okay. Alles klar. Da sind wir Bescheid. Danke, ihr. Ciao, ciao. Gut. Und der Nummer habe ich. Ja, der hat wohl irgendwie Rollstuhl gerade und jemand müsste ihn nach Hause fahren. Kriegen wir hin. Ja, der Rollstuhl passt ja perfekt da hinten drauf, ne? Ja, ne? Perfekt. Von daher, Platz ist da. Du fährst auch wieder Umwege. Wie ich vor Umwege. Du hättest schon vorher rechts rein gekonnt, nicht strafen. Ja, ich weiß, ich hab grad geschlafen. Das war aber nicht gut während dem Autofahren. Ja, das war auch krass. Du hättest die Aube aufpassen. Ich bemühe mich drum. Dann ich übernehmen. Genau, die wollte ich nicht verpassen. Deswegen... Nein, Quatsch. Ach so. Das Grunding ist das. Ja, ja. Ich wollte genau... Dann hättest du aber weiterfahren müssen. Ach so, verdammt. Na, Quatsch. Dann hätten sie dann... Na, wie hieß das hier? Das Auto, das lag doch schon mal auf der Seite, ne? Ja, das lag schon mal auf der Seite. Aber wir müssen hier rechts sein schon. Mann. Mann, was Mann? Wollt doch los gleich so. Ja, ja. Wir fahren ihn noch. Ich lasse dich direkt beim Center raus. Ja, alles gut. Ich gebe ihn Vollgas. Wobei, das Auto kann ich Vollgas geben. Hier darfst du nicht wenden. Habt ihr einen PD gesehen? Nein, ich auch nicht. Gut. Nein, aber die junge Frau neben dir hat noch Theorieprüfung. Ja, sehen Sie Miss Mary? So macht man es nicht. Bitte nicht. Das war da eben vor, sonst musst du so weit. Ja, stimmt auch wieder. Ich denke, der kommt eh hinten raus, ne? Weil hier mit Rollstuhl ist ein bisschen schwierig. Was denn? Das sind meine Freunde. Die da rechts, oder? Also, was heißt Freunde, die ich kenne? Und ach, da ist auch Soju und ich bin die Einzige, die nicht ins Krankenhaus gekommen ist. Das ist für irgendjemand, der im Krankenhaus liegt, weil ich vergessen habe, wer das war. Das interessiert ihn nicht, Gott sei Dank. Ja, soll er doch was sagen, soll ich ja, wir müssen ein Wunderschön, das Socials. Du hast noch eine Theorieprüfung, also. Die bleiben da an der Seite stehen. Die sind ein bisschen abgedunkelt, dann erkennen sie mich für uns nicht. Du hast echt Sorge, oder? Ja, mein Gott, da schreiben alle, der ist im Krankenhaus und er will Besuch und ich bin die Einzige, die sich nicht meldet. Weil ich einfach nicht mehr weiß, wer das ist und er mir deshalb auch nicht so wichtig war und deswegen war es mir eigentlich egal. Aber es ist mir dann peinlich, wenn alle da hingehen und nur ich nicht. Das ist dann wirklich wie so ein schlichter Scheiß. Soll ich wegfahren? Der guckt dir her. Dreh dich doch. Oh Gott. Mary, Mary, weißt du was? Es ist nichts Schlimmes, wenn man mit Menschen keinen Kontakt hat, weil man sie nicht mehr kennt. Ja. Das ist vollkommen okay. Ja, das sind halt auch, das sind halt alles die Leute, mit denen wir hier so unseren Flughafen kennengelernt haben und ja, eigentlich sind die meisten ja gar nicht so sympathisch. Ja, so ein paar Minütchen braucht der noch. Okay, pass auf, dann nehme ich mal, mache ich mal irgendwo Platz, damit wir denen rüberkippen können. Ja. Komm mal vor. Kann man hier parken? Ich sehe das Rot nicht, siehst du das Rot? Oder warte mal. Ich fahre mal, ich fahre mal eine Runde, warte mal. Das macht am meisten Sinn. Ich weiß halt nicht, wo man parken darf und wo nicht, weil ich hab halt keinen Führerschein. Du darfst am roten Bordstein nicht parken. Ah, okay. Ne, also nicht parken und am orangenen Bordstein darfst du auch nicht parken, aber du darfst noch halten. Das sind Parkplätze, links, 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 ganz viele. Ja, das Problem ist, dass es ein bisschen weit wird, den jungen Mann, ne? Gibt's keinen Hinterausgang? Ne, wir werden hier gleich. Also. Den jungen Mann kenne ich auch, hier. Ist das ein roter Bordstein, siehst du das? Ich seh das nicht. Ich glaub, das sieht aus wie ein ausgegleichtes Rot. Ah, hier, warte mal, hier kann man. Unter dem anderen Bison. Gut, dann gehen wir grad mal vor. Okay, dann komm. Versteckst du dich gerade hinter mir? Mary? Versteckst du dich gerade hinter mir? Ja, tu ich. Da steht niemand mehr. Auch echt nicht? Oh, Gott sei Dank. Ich glaub, die sind gerade weggefahren. Perfektes Flaming. Ja, bitte. Ja, wo hast du dich denn jetzt hingestellt? Ähm, ein bisschen weiter hinten. Weiter hinten? Auf der gleichen Seite oder auf anderen? Auf der gleichen Seite, auf der gleichen Seite. Seid ihr denn schon da? Äh... Ja, du läufst gerade rein, ne? Ja. Komm mal fix raus, schließ mal kurz dein Auto auf. Dann kann ich mich mal, äh... zwei, drei Minütchen, äh... Ja, Kopfschmerzen kicken gerade. Okay. Ähm, du kannst auch... Achso, okay. Ähm, du könntest auch ganz schnell, wenn du magst... Oder warte mal. Ja, alles gut. David, das ist Wahnsinn. Äh, ich bin draußen, egal wo du lang gehst. Äh, stopp. Bleib einfach stehen, bleib einfach stehen. Ja. Stopp, 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 stopp. Ja, hier lang, hier lang. So. Folge meiner Stimme. Ja. Ja, ist ja. Das Auto haben wir ein bisschen weiter unten geparkt. Er braucht ja auch ein bisschen. Du sagst, es ist auf der anderen Seite. Ach so, äh, nee, hier, weiter. Weiter vorne, das war das andere vorne. Ja, das vorne, genau. Ja. Ah, da, okay, ich sehe schon. Genau. Dann... Das ist der zweite, nicht der erste, der zweite, ne? Der, der, der zweite Bison. Ah, okay. Äh, ja, ich habe versucht, so... Oh, das geht an der Lampe zu parken, aber ja. Warte, ist das ein Firmenwagen? Ja, ja, das ist unser Firmenwagen. Ach, Mann. Pst, geht gut. Der zweite! Okay, never mind. Entschuldige, erst mache ich mir ein bisschen kompletter. Dann habe ich dafür doch, äh, ne? Schlüssel und so. Ja, natürlich, natürlich hast du. Hey, ich setze mich auf der anderen Seite kurz. Ach so. Ja, ihr könnt das ruhig machen. Ich muss nur mal eben meine Augen tun. Ja, ja, alles gut. Dann, äh, Mary, komm, wir gehen wieder zurück zum, äh, Krankenhaus rüber. Ja. Ist ein bisschen verwirrend. Er wollte nur kurz ins Auto. Ach so. Äh, ich weiß nicht. Ist ein bisschen schwindelig, ausruhen. Ja, hätte sich auch immer eine MD-Hinsetzung, ist ja auch egal. Äh, genau. Was wollte ich dir noch erzählen? Irgendwas. Ich muss nicht. Ich auch nicht. Vergessen. Okay. Ah, äh, wer war eigentlich, äh, wer war, äh, warte, das waren deine Freunde. Wer war eigentlich der, also den einen kannte ich, der da stand, der mit der Mütze, mit der Kopfbedeckung, ne? Mhm. Den kannte ich, ähm, der war mal bei uns im Center. Und, wer war das mit dem Roten? Den hab ich ja auch mal, ich glaub, in der Kirche ist. Ich glaub, ja, der war auch schon öfter im Center. Und ich glaub, dass der, der verletzt war. Ich kann mir halt den Namen nicht merken. Ah, okay. Der war verletzt, okay. Ja, ich glaub, das war der. Okay. Ja, ich hab's nicht so mit Menschen und Gesichtern und Namen, das dauert bei mir ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Das ist okay. Gesichtern und Namen und so, alles gut. Ja, das ist halt schwierig, sich das alles einzuprägen. Müsst mir so ein Journal anlegen und von Ihnen ein Foto machen. Hallo. Hallo, die Dame. Hallo, der Herr. Hallo. Das wollte ich jetzt mitnehmen, ja. Hallo, hallo. Ja. Okay. Dann. Würde ich sagen, nehmen wir den Herrn mal mit in Ruhe. Ja, vielen Dank, dass Sie da einspringen für. Das ist ja nicht von Ihnen. Ja, das ist kein Problem. Ich mein, hat ja eine Sozialwohnung bei uns. Ja. Von daher ist das alles kein Problem. Alles klar. Ich würde Ihnen schon fast empfehlen, dass Sie dann einmal wahrscheinlich dann außenrum müssen. Über die Rampen. Sozusagen, dass Sie die Treppe runtertruckern. Genau. Außenrum. Beim Flower Shop, da einmal linken vorbei, links der Holzfassade vorbei. Okay, gut. Okay, dann machen wir das sofort. Der Kollege von uns, der kommt auch noch gleich vorbei. Dann wollen wir nochmal ganz kurz auf ihn warten. Alles klar. Alles klar. Toll. Super, vielen lieben Dank. Irgendwas sein, rufen Sie an. Ansonsten erholen Sie sich. Da gehen. Schönen Abend. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Oh Mann, das tut mir leid, dass ich Ihre Dienste schon wieder in Anspruch nehmen muss. Ach, das ist noch ein Problem. Das ist dann passiert seit ehem. Ja, wir haben uns eben noch gesehen. Ja, ich wollte, ich war relativ in der Nähe, wollte von meiner Bude weg, über die Kreuzerung, war schon mal über die Tramgleise drüber, aber dann kam so ein Riesenmüll-Laster. Und ich war ja nur auf dem Fahrrad. Okay, gut, dass ich mich dann anerwischt habe. Mist. Er hat mich gut mitgenommen, ja. Na, verdammt. Wie gesagt, gleich kommt noch der Kollege vorbei. Okay. Ja, und ich hatte es jetzt angerufen, weil die Option war, dass ich zurück in meine Bude komme, aber da sind ein paar Treppenstufen. Ah, ja, ja, ich sehe das Problem, ja. Moment. Das, das, das Hindernis. Moment, äh, Sie haben eine Sozialwohnung bei uns, oder? Genau, Apartment 2. Genau, und die ist ja weiter oben, ne? Ne, die ist unten, die sind unten. Ja, Chamberlain Hills, da bei der Haltestelle. Ja, genau, 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 das ist, wir haben ja die unteren Wohnungen. Hm. Genau. Alles gut, ne, weil eben, ich habe mich gerade gewundert wegen den Treppen. Ja. Aber Treppen bei, bei der, ah, nicht stimmt, da sind ganz vorne die Treppen, ne? Ja, ich glaube, nur ein paar Stufen, drei oder so. Ja, aber das kriegen wir hin. Okay. Ich gucke mal kurz, ob der Kollege schon da ist. Oh Mann, ja, die Ärzte haben schon gesagt, so ein Pech habe ich ja. Ja, das... Sofort im OP gelandet. Oh Gott. Ah, aber zum Glück sofort im OP gelandet, und dass jemand sofort da war, ne? Ja. Okay. Wir können auch schon mal zum Auto vorgehen vielleicht? Ja, dachte ich auch. Okay, gut, dann. Dankeschön. Okay, war es. Danke. Ja, die Dame war auch ganz aufgelöst, die diesen Truck gefahren ist, war, ne, war glaube ich nicht nur ihre Schuld, ich habe auch, der hat das Riesending spät gesehen, ja. Ja, gut. Einfach, ja, gut, das kann auch mal, ja, so dumm es klingt, ja, aber das kann halt leider Gottes passieren, ne? Ja, so ist das, ja. Aber ich hoffe, es wird demnächst besser gehen. Was für, ähm, was für Verletzungen haben sie? Ah, die haben, Ärzte haben gemeint, äh, Fraktur, äh, des rechten, ich glaube sogar Oberschenkels, links eine, eine Fissur oder so, ich weiß nicht was das ist, irgendwie irgendeinen Riss oder so. Naja, was ist im Oberschenkelknochen. Äh, deswegen kann, geht's mit den Krücken auch schlecht, weil ich keins von beiden Beinen belasten kann, wirklich. Mhm, mhm, mhm. Brauchen sie dann sonst noch irgendwelche Hilfe dann im Alltag, oder? Ja, das, das könnte natürlich sein, ich saß noch nie im Rollstuhl. Aber stimmt, was sie, was sie jetzt sagen, ja. Meiniges wird nicht mehr möglich sein. Mhm, 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 einfach, ja. Hm, verstehe ich. Ähm, ich frage erstmal so, haben sie Freunde, die sie dabei mit unterstützen können? Ja, den Herrn, Herrn Daniel Greyer, aber den hatte ich jetzt nicht erreichen können, den hatte ich auch den Ärzten als Notfallkontakt genannt. Mhm. Ja. Brauch die Hilfe, oder geht? So, Moment, ich mach mal grad auf. Den Rollstuhl nehm ich dann. Vielleicht mitkommen, sind wir gerade. Oh, geht's? Okay. Ich halte sie fest, so gut es geht. Ah, okay. Danke. Gut. So, Gott sei Dank, ein Starkmann dabei. Hätte ich jetzt nicht so geschafft wahrscheinlich. Haben wir den Rollstuhl, David, kannst du grad den Rollstuhl zusammenklappen, so richtig? Äh, klar. Dankeschön. Soll ich euch noch helfen? Ne, alles gut. Jetzt kannst du noch reinsetzen, alles gut. So, dann machen wir uns ab. Ah, du warst auch die letzten Tage da oder dich habe ich schon mal gesehen? Wen von uns dran? Na hier, neben mir. Ah, David. Ja, gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Sag mir nur Uhrzeit und Tag, dann kann ich dir vielleicht zeigen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall schon mal gesehen, ja. Ich glaub, David, du warst auch dabei. Aber nur mal kurz gesehen. Okay. Da ruhig die Bude von euch bekommen hab. Das müsste, äh, das könnte gut David gewesen sein. Vorgestern, gestern, vorgestern. Kann sein, dass ich da kurz mit bei stand, aber... Ja, ja. Oh Mann. Oh, was ist hier los? Ich bin noch nicht schwach, echt im Arsch. Ah, alles gut. Oh je. So. Gucken wir mal, das wird ich da hochbekommen. Zum Glück ist David ja noch mit an Bord. Der kann noch mal ganz kurz mithelfen. Ja, ja. Hm. Was ist denn angestellt? Ähm. Unfall auf der Kreuzung mit dem Mülllaster. Und ich mit dem BMX. Der Müllaster war natürlich ein bisschen stärker, ne? Etwas unergewirbelt. Hatten sie uns wegen den Kopfhörern unterhalten, ich glaube, ne? Kann gut sein, ja. Ja. Gut. Dann, ja, dann war ich das. Ah ja. Dann. Das ist lustig, weil wir waren ja gerade oben bei den Sozialwohnungen. Ich hab grad mal gezeigt, wo die sind. Das heißt, jetzt können wir es auch nochmal richtig sehen, wo die dann sind. Und das ist natürlich eine schöne Option. War das noch weiter? Jetzt muss ich grad überlegen. Oh, naja. Ich glaub, wir sind schon vorbei, aber... Wir sind schon vorbei. Ich überlege, ey. Moment. Ob ich vielleicht paar Einkäufe oder irgendwas vom Supermarkt oder irgendwas mitnehmen sollte. Von der Davis? Ja, da vorne. Ähm. Sag an. Ja. Ja, ich... Wenn es hier irgendwie einen Laden gibt oder so. Äh, 7-11. Können wir jetzt hier links fahren. Ja, hier links, ne? Bei der LTD, ne? Ja. Genau. Dann nehm ich noch was mit und... Sehr gut, sehr gut. Guck ich ein bisschen klar. Frau Sonnenwill kurz reingehen und noch was holen. Was brauchst du denn so? Ja. Eigentlich nur ein paar Softdrinks und... Sandwiches oder so. Okay. Okay. Dann vielleicht mag einer kurz von euch reinrennen. Ja, kann ich machen. Das lieb dein Ding. Schon wieder tanken? Ah ja? Das Ding schluckt? Fuck no, du ey. Mhm. Aber zum Glück nicht so viel. So. Ja, ich war vorher bei eurer Kollegin und durfte mir noch... ...ne kurze Hose mitnehmen, weil es doch so warm ist. Ja. Ja, ja, ja. Ja, das macht umso mehr Sinn. Also jetzt gerade... Ich hoffe, das klappt auch mit Umziehen und so weiter, ne? Zuhause. Ja. Ja, ich werde ein paar Tage ruhen müssen. Haben die gemeint. Wie lange wird es dauern? Die meinten, ich soll am Mittwoch zur Nachuntersuchung. Aber bis dahin muss ich mich schonen. Boah, superreudig. Übel. Also, merke... ...mit deinem BMW... ...äh, BMW... ...BMX... ...nicht mit einem... ...dass ein Fahrzeug anlegen. Stimmt. Also allgemein nicht mit Fahrzeugen. Ich gehe mal ganz kurz... ...äh... ...Mary helfen? Ich bin gleich da. Ja. Okay, du hast schon... ...du hast schon alles, okay. Oder brauchst du noch Hilfe? Ah ja, ich habe jetzt ein paar Sandwiches... ...und ein 6er Wasser geholt. Wie viel, ähm, hast du dafür bezahlt? Kriegst du von mir wieder? 30 Dollar. Ja, warte. Warte, warte, warte. Dann bin ich weg. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Gut. Ein paar Sandwiches und ein 6er Wasser. Ist okay? Ja, super. Vielen Dank. Sehr cool. Okay. Dann gebe ich dir die Gleis. Ja, genau. Wir bringen sie dir mit hoch, genau. Genau. Sehr schön. Dann machen wir das. Okay. Die waren hier, genau. So. Genau, hier sind die beiden Treppen, ja. Genau. Gut. Dann. Wollt ihr ihn im Rollstuhl hochtragen oder soll ich den Rollstuhl holen? Wenn du den Rollstuhl halten kannst und wir dann dementsprechend ziehen, dann soll es klappen. Ja. Ja. Okay. Okay. Das ist süß. Ich habe keine Ahnung, wie das nämlich die Animation geht. Okay. Okay, probieren wir mal. Dann stütze ich das mal so. Ja, sehr gut. Ich drücke da von hinten mit und dann. Jetzt kommt er. Nimmst du von vorne? Oh. Ja. Super, super. Geschafft. Oh. Oh. Das ging gut. Ja, bald. Zum Glück hat das Fell runter. Oh ja, hier links das zweite Appartement habe ich bekommen. Ja, ne? Da, genau. Super. Ah ja. Großartig. Super. Gibt uns am besten mal gerade die Schlüssel, dann schließen wir es aus. Ja, genau. So. Hab ihn denn mal gegeben. Oder? Hab ihn mal einen Schlüssel gegeben. Ja. Okay, Moment. Irgendwie. Warte, ganz kurz. Ähm, ich schließe mal auch, ja? Ja, das wäre ganz lieb. Er hat mir den. Dann schiebe ich dich jetzt mal rein, ja? Ja, ja. Na. Nein. Hat schon gegeben. Gut, dann. Alles Gute. Und gute Genesung. Dankeschön. Was ein Durcheinander. Mhm. Das reicht ja, wenn sie zwei machen. Äh. Bleibst du da? Was? Äh, hoch. Hoch. Wo sind unsere Kollegen? Um wir gehen. Nein. Die Arme. Äh, wo waren wir denn jetzt eigentlich? Das wäre doch, äh, auch so ein Ganggebiet hier, oder nicht? Mhm. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich muss zugeben, ähm, warte mal kurz. Ich schreib mal, Alessa, dass wir im Center sind. Ich hab mich nämlich auch nochmal bei ihr bedankt, dass ihr das gemacht habt. Ah. Äh. Ähm, also ob hier Ganggebiet ist, weiß ich nicht. Ich kenn mich eher in Vespucci aus. Ja, Vespucci hast du ja, äh, bei dem Supermarkt da direkt die, die Querstraßen da. Ja, Aztecas, Vargos und Marabuntas oder so was? Ich bin ganz am Anfang, wo ich hier eingereist bin, hatte Sophia uns ja rumgefahren. Aber das war auch so eine, ja, es war schon so eine Zeit. Es war schon halb dunkel draußen und dann, ja, hier ist das, 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 das und da hinten ist das. Ähm, ja. Schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Nee, nee. Aber hier, äh, Dings und Mary, die kennt sich ja noch gar nicht aus hier, ne? Ey, deswegen wollte ich mit ihr da, äh, mit ihr da ja mal, äh, in Ruhe langfahren. Aber... Können wir auch machen, ja. Super, alles geklappt? Ähm. Ja, hat alles geklappt. Sehr schön. Die Sandwiches und so in den Kühlschrank gepackt und, äh... Schlüssel ihm in die Hand gedrückt? Ja. Und die Fernbedienung weit weggelegt. Nee, ich hab gefragt, ob es uns noch was brauchen, dass, wenn er niemanden erreicht oder so, kann er uns auch anrufen, dass wir helfen. Sehr gut. Und Bücher in die Hand gegeben. Gut, dann lass uns los. Genau. Äh, zum Center oder wohin? Äh, würde ich sagen, es sei denn, David, du hast noch Zeit, weil du meintest, du bist... Ja, ein paar Minütchen hätte ich wohl noch. Okay, weil sonst hätten wir nämlich noch eine Tour, ähm... Das darf ich nicht mehr. Okay, gut. Äh, Mary, kennst du die Stadt schon ein bisschen? Äh, nee, nicht so. Aber ich wollte jetzt auch noch maximal bis neun oder so dableiben und mich dann aufm... Ja. Aufm Heimweg machen, Mensch. Wo musst denn du ganz hin? Ich? Ja. Nach Weinwood, also, äh... Ja, Weinwood. Okay. Also entweder David oder... Du bist mit dem Fahrrad hier, ne? Achso, du bist mit dem Fahrrad? Ja, ich bin mit dem Fahrrad hier. Nevermind. Weißt du... Wenn du jemanden brauchst... Ich freue irgendwie den Kopf. Vom Fahrer? Ja, also jeden Morgen denke ich, soll ich mir nicht ein Taxi rufen. Es sind doch nur so 5 Dollar. Und ja, also für die 300 Dollar hätte ich auch Taxi fahren können. Ehrlich gesagt, genau so habe ich es nämlich auch gemacht. Ich bin erst mal Taxi gefahren. Ja, es ist super nervig immer zu radeln. Es dauert so lang und... Anstrengend, berghoch. Ja. Übrigens, also Hayley hat zu mir damals immer gesagt, wenn du dann einen Führerschein hast, ähm, ich kann dir mal den Fuhrpark zeigen, da drüben. Da haben wir 4-5 Autos, da kannst du dir einen dementsprechend ausleihen, solange du noch kein eigenes hast. So haben wir das immer so alles. Oh, echt? Ja, cool. Kommt Alessa gleich noch rum? Ja, Alessa kommt so in 5 Minuten. Ja, gut. Genau. Also, wie gesagt, da musst du dich nicht stressen, da leistet ihr einfach eins von den Autos aus. Das ist ja super cool. Ich bin den Bison die ganze Zeit gefahren, deswegen. Mhm. Ja, cool. Ja, ich habe ja morgen die Theorieprüfung. Ich hoffe, die Praxis dauert da nicht allzu lange. Okay. Du weißt noch nicht bei wem? Äh, nee. Ich weiß, warum du fragst. Ja, okay. Ach, äh, nee. Ich kenne nur jemanden aus der Fahrschule, deswegen. So, ja, dann. Ich sage ihm mal, er soll bei Mary ein Auge zudeuten. Okay, gut. Sag ich mal. Ah, Lieblingsfahrschule, Fahrschülerin Nummer 2. Ja, ich verstehe schon. Okay, ich hätte mir auch an der Tankstelle was mitnehmen sollen. Ich habe Bier. Ja. Oh, ähm, wenn du möchtest, ich habe noch was da. Ja, gerne. Schön. Oh, vielen Dank. Wir können gerade drüber laufen, hm? Ja, ich esse das schon mal. Ja, immer volle Gönnung. Der faltbaren Pappteller, ey. Ich sage dir das. Ah ja, Tupper war eure Beste. Ach, du hast Tupper? Ja, okay. Ja, Entschuldigung. Ich habe auch ein eigenes Haus. Dieser andere Flex ist in Ordnung. Ach, das ist ja gut. Trägt doch auch immer einen Anzug, oder? Äh, das... Da sieht man das Ding schon. Berufsgründen. Das macht einen besseren Eindruck bei den Leuten. Ja. Willst du ein Stück Abnaben? Also, ich nicht. Wenn ich schon... Ich auch nicht, danke. Ja. Weißt du? Jetzt traut sich David nicht, ne? Was? Alles? Oh, Mann. Oh, Mann. Aber ansonsten... Äh... Wie geht es dir sonst so, Mary, hier in... In der Stadt? Äh... Ja, also... Ich kann noch nicht so viel sagen. Ich, äh... War wirklich nur bei der, ähm... Beim Ersten-Hilfe-Kurs und hab mich für die Sprachschule angemeldet. Bin zweimal überfallen worden. Und dann hab ich hier angefangen. Und sonst hab ich... Noch nicht so viel hier gesehen, erlebt. Oder ich hab auch noch nicht so wirklich viele Leute kennengelernt. Also... Schön, ne? Wie gesagt, also, ähm... David oder mich kannst du immer gerne anrufen. Ja. Weil, wenn mal irgendwas ist, wenn du irgendwie abends was machen willst, ne? Vielleicht findet einer von uns Zeit und dann... Ne? Also, wenn du jetzt so... Du wirst in der Fahrschule wahrscheinlich Leute kennenlernen. Wir haben uns alle in der Fahrschule kennengelernt. Das ist immer so. Richtig, cool. Das ist irgendwie so... Wenn du einmal Fahrschule machst, ne? Also, wir waren wie viel... Wir waren zu fünft, ne? Oder zu sechst. Fünfmal waren wir. Ne? Alexei, Alessa, du, ich... Haru, ne. Sechs? Ah ja, da steht deine Nummer im System. Bin ich verwirrt. Fünf? Was? Was? Kann ich nicht mehr... Warte. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Alexei? Ja? Haru? Du? Nein, nee, wir sind fünf. Ja. Du weißt doch, drei. Drei. Ich kann nicht so weit zählen. Ne, fünf. Ja, nicht sechs. Das ist jetzt zum Lenken, nicht zum Denken, ne? Ja, genau, genau. Ja. Na gut, ich hab die Nummer sechs dann kennengelernt. Die war auch an dem Tag da. Ja, bitte, Mary. Sorry. Mein Handy spinnt. Das passiert manchmal. Ja. Das ist normal. Ah ja, sehr schön. Ja, also deswegen, wenn du, ich denke, wir sind alle so recht entspannt hier unterwegs. Also wenn du mit jemandem quatschen wirst, Alessa wirst du ja auch gleich kennenlernen. Und die Alessa ist auch eine ganz Liebe mit ihrem Freund. Also deswegen. Ruf gerne durch. Ja, sag ja, danke schön. Mit uns wird's, glaub ich, nie langweilig. Und mit Gabi wird's auch nie langweilig. Hallo. Mit mir ist es nie langweilig. Hallo Gabi, mit dir wird's nie langweilig. Übrigens, der Anruf gestern war echt verwirrend. Ich sag's dir, wie's ist. Frag mich mal. Und ich hab immer noch Angst vor Geistern. Ja, siehste. Die Frau hat mich einmal quer durchs Telefon angebrüllt und hat gesagt, sie ruft gleich das FD. Frag mich nicht, warum. Aber sie wollte das FD rufen. Wieso das FD? Naja, weil sie sagte, die haben Wasser dann, ne, und so. Was? Hast du immer erreicht? Nee. Ich hab sie einmal angerufen, die hat sich gar nicht mehr zurückgemeldet. Bei mir geht die immer ran. Oh wow. Ich kann leider nicht zaubern, also. Ich wollte noch mal ne Mail schreiben. Verdammt. Ich muss auch noch ne Mail schreiben. Genau, so ich will dann für heute weg. Wie? Alles klar. Genau, ich muss noch zum PD. Ich hab dann noch ein paar Sachen zu erledigen. Oh. Oh. Oh, schade. Viel Spaß. Genau, man sieht sich die Tage. Also morgen bin ich auf jeden Fall hier wegen Miet und Chat. Sehr schön. Also und das Saves und dann. Hast du die Saves und dann? Ja, sie haben zurückgerufen. Ah, sehr schön. Das ist doch super. Da ist auch schon der Post raus, dass es morgen ist. Das ist doch super. Aaron Just Right hatte noch angerufen. Dritte Mal, ne? Und hatten noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass sie uns eine Mail geschickt haben mit einer Einladung und dass sie sich freuen würden, wenn wir da kommen oder so und dass ich mal bitte der Führungsebene Bescheid geben soll, dass die sich zurückmelden. Also diese Mail, da stand nichts dabei, dass wir irgendwas zu... Genau, also dann euch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Ja. Ja, schönen Abend. Hülle. Also wir hatten, glaube ich, das jetzt dreimal, ne zweimal reingeschrieben. Ich schreib mal Haley eine Nachricht. Ja. Ich schreib mal Haley eine Nachricht. Ich schreib mal noch mal schnell auf Twitter. Tue dies. Okay. Ach ja. Ach ja. Das fühle ich. So, hab mal Haley geschickt. Danke. Ja, gerne. Alles, also, dass ich nicht so viel Zeit lassen. Warte. Hät sie. Der hat schon ein schnelles Auto. Stimmt. Die geht nicht dran, glaubst du es? An. Ich ruf mich schon an. Ach, Sturmklingeln. Ach nee, das geht ja nur bei Haustüren. Oh, nee. Hallöchen. Hallo John. Hallo. Ach nee, falsch, falsch, sorry. Hallo mein Sohn. Okay, richtig. Kurze Frage, wo seid ihr denn gerade? Weil ihr wart doch gerade bei einem Suburban oder? Äh, nee. Prolapse. Ja. Wir sind gerade erst rausgekommen und fahren jetzt erstmal kurz nach Hause. Ah, das Problem ist, die Zeit drängt leider bei der Kollegin, deswegen wollte ich fragen, ob ihr vielleicht bei uns vorbeikommt. Ja, okay, aber Alessa hat gerade Pipi gemacht. Ah, Pipi gemacht? Ja, ja, Pipi gemacht. Auf so sitz. So Stresspipi, weißt du? Ah, Stresspipi, ja, kenn ich. Okay, gut, dann würde ich sagen, dann wäre schön, wenn ihr vorbeidüseln könntet oder so. Okay. Danke. Alles gut, mein Sohn. Okay, tschüss gehen. Hand herz. Was? Was? Uwe, was ist mit deiner Stimme los? Äh, das kann ich hier gerade nicht machen, ich bin vor Kunden. Guck mal, wenn ich da jetzt an deinem Handy, ne, auf diesen roten Knopf drücke, ne? Ja. Wann es das geht? Nein, David, nicht auf, nein, David, oh, okay. Sehr gut. Dieser Dude, ey. Das ist gut. Was mit Stresspipi? Ach, äh, Alessa war krass. Ich bin gleich wieder da, ich glaube, ich habe es vergessen. Ja, okay, tschüss. Ähm, nioh. Stresspipi? Äh, Stresspipi. Gut, Stresspipi. Stresspipi. Den kennst nicht. Ja, Stresspipi. Alessa und ihr Stresspipi. Sollte man mal, oh Gott, ich wollte gerade sagen, dermatologisch untersuchen. Aber nein, ich wollte sagen, sollte man labortechnisch untersuchen. Dermatologisch ist ein bisschen komisch. Ja, das ist ja auch eine schwache Blase, die gute. Ja, ne? Also, Mary jetzt. Achso, ist die häufiger auf der Liste? Also, schon fünfte oder sechste Mal. Naja, gut, okay. Kann ja mal passieren. Seit 18 Uhr. Ja, aber die ist echt eine ganz Liebe. Jaja. Muss man schon zugeben. Alle wollen zu den Cops, ey. Ich glaube, die mag dich. Ja, ist ja, warum? Ich habe so das Gefühl, dass sie dich mag, aber gut. Willst du das auf Toilette eben, äh, wenn du hast es im Urin? Er ist sympathisch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist eine gute. Schade, dass sie ins PD geht. Das tut mir immer so leid, aber die Leute kommen hier echt nur übergangsweise meistens hin. Ja. Mir ist also scheißegal. Mir auch. Also, von daher. Ich meine, die ganze Zeit denke ich mir so, ach, ich könnte es ins MD, aber ich denke mir auf der anderen Seite, was willst du dir da irgendwas antun? Ah, Blödsinn. Ich habe nämlich schon das Gerücht gehört, da soll es tatsächlich nicht so rund laufen. Also, ich sehe das so überall, wo ich ohne Navi fahren muss. Brauche ich mich gar nicht bewerben. Wie meinst du? Ach so, du meinst keiner. Das ist, also mir Sachen so groß zu merken, äh, schwierig. Ja, das verstehe ich. Das ist... Und dann würde ich mal sagen, ja, du musst ja Streife XY fahren und dann immer diesen Weg. Und das wäre nichts für mich. Nee, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Oder komm mal da und da hin. Ich habe ja jetzt schon Probleme, hier in der South überhaupt eine Straße wieder zu finden. Ja, eben. Und dann geht es um Leben und Tod, dann musst du schnell da hin, äh, ja. Dann nimmst du die OJ, okay. Einfach so. Äh, nee. Da bewegst du dich gar nicht raus. Äh, nee. Nee, nee. Das wäre denn zu wenig. Weißt du, ich habe, ich zum Beispiel habe gar keinen Bock auf Behörde, weil, also auf irgendeine Behörde. Du sitzt den ganzen Tag da nur, Telefon, PC, Telefon, PC. Und das Allerschlimmste ist ja, du hast keine Zeit für andere Leute. Du wirst, guck dir Haru an, der ist das beste Beispiel. Hier, Nora, ich habe mit ihr, als sie hier gearbeitet hat, super Kontakt gehabt. Gar keinen mehr. Ja. Und das ist nicht mal böse gewesen, sondern das ist einfach, Behörde verschlingt dich halt, ne. Ja. Deswegen habe ich keinen Bock drauf. Und außerdem ist hier immer ganz cool, die Leute sind nett, ne. Es gibt auch manchmal komische Leute und sowas, aber ja. Botecker, was ist denn mit denen? Alle mit ihrem, aha. Ich habe das gerade, ich wollte es dir gerade sagen. Ich glaube, das ist wohl dieses wunderschöne Folierte. Jetzt muss nur noch die andere vom Stress-Pipi wiederkommen. Oh, immer dieses Stress-Pinkeln, Alter. Auf dem Bad Windeln, ne, ich sag dir das. Naja. Zum Glück haben die keinen Stress-Kacken. Ach, oh, ah, ah, ah. Das muss man noch die ganze Toilette-Sauber machen. Oh, laut Information seitens San Andreas Police Department wütet durch Sandy Shaws aktuelle ein Tornado. Da. Ist nicht dein Ernst, wie soll ich denn nach Hause kommen? Fliegen! Yay! Okay, ich habe anderthalb Stunden da drin gewesen jetzt, ey. Okay, das ist natürlich ziemlich uncool. Gerade im Sandy Shaws gibt es einen Tornado. Oh. Ist ja Wahnsinn. John wohnt da oben. Wo ist sie denn? Ja, wir stehen auch unter Strom und Stress. Warum und Stress? Alter, der Laden war rappelvoll, das glaubst du gar nicht. Ja, du. Anderthalb Stunden waren wir da drin, ey. Ja, deswegen warte ich noch ein bisschen. Ja, besser ist. Der Alarmodtag wurde vor wenigen Minuten aufgrund eines starken Sturms unterbrochen. Sollen Sie sich einen Sandy Shaws aufhalten, suchen Sie Schutz auf. Bitte bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Sandy Shaws großräumig. Die Behörden und Presse werden Sie über weitere Entwicklungen informieren. Ja, gut, dass wir nicht da hingegangen sind. Lass mal einen Regenschirm holen, machen wir Mary Poppins. Wow. Dann hieten wir weg. Mann, komm runter vom Pott. Was ist denn mit Gier? Und ansonsten. Meine Güte, Misha, du siehst so modisch aus. Und Alessa, hi, du siehst aus wie immer. Nein, Quatsch. Was? Gerade Alessa. Ich sehe verdammt gut aus, okay. Du hast dir aber richtig hübsche Kleidung rausgesucht, ne? Ja, immer. Hä, ich laufe immer schick rum. Was ist los mit dir? Für wen, für welchen Boy hast du das heute rausgesucht? What the fuck? Was? Ja, wenn dann für ihn. Aber ich laufe immer so rum, auch wenn er nicht da ist. Ich wollte gerade eine schöne Vorlage geben, damit du ihm mal so ein bisschen Honig ins Maul spielen kannst. Ja, ich laufe immer so rum. Weißt du, da will ich einmal Wingman sein für dich. Hä, ich brauche doch gar keinen Wingman mehr. Nachdem, was gestern bei der Kirche passiert ist. Was? Wir reden da nicht drüber. Alles, was in der Kirche bleibt, bleibt in der Kirche. Ja, genau. So sieht es nämlich aus. Er hat jetzt schon wieder Schrankdienst gehabt. Was? Keiner. Aber fast der Rasenmäher. Weißt du, wo der Rasenmäher heute stand? Auf dem Parkplatz. Hä? Okay. Ja gut. Da waren auch die Geister im Auto. Ich sag dir das. Oh Gott. Das darf ich gar nicht erzählen. Das ist der Wahnsinn. Es ist intern, Herr. Interner. Mach den Haru. Mach den Haru. Nee, ähm. Absch. Niemanden erzählen. Äh, gestern hatte ich einen Anruf gehabt, weil jemand Angst hatte, weil das Auto angeblich von einem Geist besessen ist und es dauernd gepiept hat, wenn sie es angesprochen hat. Oh, wow. Ja. Da gehe ich auch nochmal fix auf Toilette. Da geht er erstmal kacken. Okay, never mind. Ich habe nichts gesagt. Oder auch nicht. Hallöchen, die Name. Hallöchen. Hallo. Ich habe die Schwarzen mit den schwarzen Strümpfen leider nicht mehr gefunden. Die waren ausverkauft, aber ich habe die anderen mitgebracht. Dankeschön. Und du siehst und kastbar toll aus. Oh, Dankeschön. Im Oberteil habe ich die auch noch besorgt. Hier, bitteschön. Danke. Ja, kein Problem. Mach ich doch gerne. Mach ihr das nicht zu oft. Die bildet sich da noch fast drauf ein. Oh, und auch im Schwarz. Wie toll. Ja, natürlich. Passt dazu. Muss ja sein. Bin gespannt, das direkt zu Hause anzuprobieren. Ja. Sagst du mir, ob es dir gefällt? Ja, mach ich. Nummer hast du, ja. Musst dich noch einspeichern. Vielleicht können wir ja Mary auch in unsere Gruppe einladen. Oh Gott, wir werden zu viele. Mary, wer hat mich angerufen? Na, du hast das. Und doch schön in dich. So, ich hau mal ab, ne? Jo. Jo, schlaf gut. Jo. Hey, welche Bettdecke. Ah ja, gut, schön, auf wieder. Tschüss. Haut rein. Jetzt auch jeden Moment nach Hause. Wie hieß du mal der Nachname? Flores. Flores, genau. Flores. Und diese Tasche, die gibt es bei ProLabs, da steht ProLabs drauf. Richtig. Genau. Was kostet so eine Tasche? 500 Dollar. 500 Dollar. Cool, die gibt es auch, wenn sie verfügbar ist, in Gunschschwarze. Ja. Ja, war leider damals ausverkauft, als sie aufgemacht haben. Aber da darfst du auch nur mit der Tasche rein, sonst mit keiner. Echt? Ja. Okay. Ja, ich schreib mir das mal auf die Liste. Wer darf da rein? Was, was, was? Da darfst du nur mit ProLabs Tasche rein. Alle anderen sind verboten. Oh krass, okay. Mhm. Musst du dir also dort eine kaufen und dann gehst du... Richtig. Wahnsinn. Das ist korrekt. Wahnsinn. Aber cool. Aber cool. Gibt es da ein schönes Sortiment? Entschuldigung, Mary. Alles gut, ich wollte mich noch verabschieden. Gut. Okay. Dankeschön nochmal. Ja, kein Ding. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, ebenso. Dankeschön. Jo, ebenso. Bis dann. Vielleicht bis morgen. Tschüss. 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 Was warst du so ein Sortiment, ne? Für Männer jetzt? Unter uns? Ich glaube, die... Ich bekomme einen Anruf von David. Ja, David? Wow. Ja, kann ich mich bei Kirche ausstempeln? Geht das? Ja, das kannst du machen. Hinten dann bei der Ecke. Da, wo die Stempeldinge sind. Alles klar. Guti, bis dann. Alles klar, bis morgen. Tschüss. Also, ich glaube, David und sie, die schippe ich gerade schon. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass er ein bisschen so sich so schockverliebt hat. Ja, ich habe auch... Weil irgendwie, so wie er vorhin gesprochen hat, ja, bringst du ihr das mit, geht auf meinen Nacken, ne? Also, kein Ding. Ja, ja. Und ich habe auch zu ihm schon gesagt, die, 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 scheint ihn doch, ne? Und so. Tun sie ihr Bestes, Mister. I'm the love doctor. Die sitzen an der Quelle hier. Ja, die, die könnten echt nochmal, ne? Das ist, die schippig. Das Problem ist, dass sie ins P.D. will. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Warum? Dann kannst du sie vergessen. Das ist genau das Problem. Jetzt ist sie noch lieb und freundlich und später im P.D. Du, du Arschloch, du bist verhaftet. Wie ist es? Das ist wirklich so. Vielleicht reden wir das nochmal aus. Wie besser ist. Weil sie zum F.D. gehen. Oh, gut. F.D. Oder nicht ins M.D. Nee. Nee, M.D. auch nicht. Dann kommen wir ran. Der Haru. Du guck mich anfassen, Haru. Mhm. Der kleine Stalker. Oh, der habe ich. Wahnsinn, ne? Ja, genau. Sortimant hatte ich noch eine Frage. Was haben die denn so Schönes? Also für Männer, irgendwie nur so, wirklich so, so krasses Hip-Hop-Zeug. Okay. Baggy Jeans und so, weiß ich nicht. Fierig. Also die Shirts sind nice, die mit den Samurai so und diese cool. Aber sonst, fierig. Okay, okay. Da muss ich mal bei UpToDate auch mal gucken, was die so haben. Ja, ja. Da muss ich auch irgendwann mal noch hin. Oh, ich muss doch zu Quickies. Ha! Ja, ich auch. Da sind wir hier. Die haben uns vorhin angerufen. Ach so, okay. Wie lange dauert das mit dem Schlüssel und so? Wann waren wir da? Donnerstag? Freitag? Donnerstag? Freitag waren wir da und jetzt ist das Jahr durch. Dauert 20 Minuten. Okay, gut. Dauert also, okay, 20 Minuten mit dem Schlüssel? Ja. Okay, gut. Maximal. Dann sehen wir uns gleich oben. Okay. Supi. Lauf, Schampe, lauf. Ähm. Die sind super. Die sind super. Wo ist QuickKeys? So, boah, sechs Meilen, Alter. Also, die sind schon hart am cringen, die beiden, ne? Eieieieieiei. Okay. So. So. Oh Mann, ich hoffe, das mit Quickies klappt schnell, weil so ein Schlüssel für Tommy wäre halt auch noch sexy. Gerade wenn wir heute noch da sind und morgen noch da sind, dann kriegen wir das mit den Schlüsseln ganz gut hin. Oh Mann, ich hoffe, das ist gut. Ah, Wahnsinn. Finde ich schön aber, dass man so Zweitschlüssel ohne Probleme machen kann. Außerdem waren wir dann endlich mal bei Quickies. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das wirklich machen soll. Ob sich das jetzt noch lohnt, wenn Tommy den VSTR bekommt. Aber ich denke mir, auf der anderen Seite ist es viel schöner, wenn man Zweitschlüssel hat. Mal gucken, was am Flughafen passieren wird. Ach ja, es gibt so viele interessante Dinge. Ich bin heute sehr müde, aber verständlicherweise, nachdem gestern das IP so lange ging. Ist das ein Palito? Quickies oder ist das ein Grape Seed oder wo ist das? Na, wir werden es schon finden. Wir werden es schon finden. Aber Tornado wegen sowas weiß ich ja nicht. Ah, ich finde so ein Event geil übrigens, was ich nur mal gesagt habe. Also ich habe ja noch immer den krassen Wunsch auf zwei Autos, ne? Ein Exemplar und einen Raiden. Das sind so die zwei, wo ich sage, eins von beiden hätte ich gerne. Ich weiß nicht, ob ich mir diesmal nicht sogar einen Raiden hole. Den Exemplar liebe ich hier über alles. Das war ja ein super tolles Auto. Ist nicht schnell, aber davon ein hübsches Auto. Und der, wobei natürlich der Champion, das wäre ja der ultimative 140.000. Da würde ich lieber ein Haus kaufen wollen. Das wäre mir viel lieber. Oh, das sehe ich hier vorne. Ja, der geht super schnell, der. Da ist der Bison, hat er mehr Tank, ne? Hm. Hm. Hallo, guten Tag. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ich wollte mir für mein Auto, also einen Zweitschlüssel machen lassen für das Auto. Ja. Ich wollte fragen, wie viel es kostet und wie lange das dauern würde. Ein Zweitschlüssel kostete 300 Dollar. Das würde so ablaufen, dass wir erstmal ihre Personalien aufnehmen und halt, was es sich für ein Fahrzeug handelt, dann brauchen wir das Kennzeichen und dann würden wir heute eine Halterabfrage rausschicken. Die ist im besten Fall morgen mit Antwort wieder bei uns. Morgen? Ja, morgen, Montag. Ja, morgen ist Montag. Okay, ja. Wenn die okay ist, dann können Sie mit dem Fahrzeug und dem Schlüssel kommen, dann können wir den anfertigen. Das dauert dann so 15 Minuten. Okay, gut. Ich bin halt nächste Woche im Urlaub, aber das würde sich trotzdem lohnen, jetzt die Halterabfrage zu machen und dann komme ich da im Urlaub wieder. Würde das in Ordnung gehen? Das können wir natürlich eintragen in die Informationen. Also wir haben auch so einen Informationsreiter bei uns in der Liste und dann wissen wir Bescheid, dass sie dann erstmal eine SMS kriegen. Okay. Damit sie, wenn sie aus dem Urlaub kommen, schon mal Bescheid wissen, ob die Halterfrage okay ist oder nicht. Ja, sehr gut. Dann machen wir das doch so. Das ist doch super. Alles klar. Dann, wie gesagt, brauche ich einmal ihren Ausweis. Mhm. Bitte schön. So, um was für ein Fahrzeug handelt es sich dann? Ein Oracle XS. Oracle XS. Dann einmal das Kennzeichen, bitte. 8 P-I-M-P 8 P-I-M-P P-I-M-N M-N, okay. Entschuldigung. Sie haben schon richtig verstanden. Ist ein gutes Kennzeichen, ja. Man muss einfach mal so über sowas lachen. Ich habe mich auch gewundert. Auf jeden Fall. Jetzt dürfen sie raten, was ich für ein Beruf bin. Da wissen sie, dass ich echt aus dem Himmel gefallen bin. Äh, Staatsanwaltschaft vielleicht? Nein, ich bin Reverend, ich bin der Priester hier in Palito. Ah, okay. Okay. Das reicht bei ihrer Telefonnummer. Die Vorwahl und? Ja, sehr gerne. Das ist die Vorwahl und dann 1-4-0. 4-2-2. 4-2-2. 4-2-2. Okay. Dann trage ich das nämlich hinten gleich mit ein, dass die dann im Urlaub sind. Und... Ich bin übernächste Woche erst wieder da. Problem. Ist ja dann schon alles soweit gemacht. Sie müssten dann echt nur noch hierher kommen. Perfekt. Umso besser. Bezahlen. Habe ich das gleich ein bis... Wann sind sie da? Bis zum 8. Lassen wir mich kurz mein Handy schauen. Ähm, nicht, dass ich mich vertue. Also ich hoffe mal, dass ich so am 9. oder 10. wieder da bin. Dann schreibe ich bis 10. Ja. Können natürlich auch dann früher kommen. 10. 8. im Urlaub. Perfekt. So. Äh, ja, ich bräuchte das im Bar dann. Äh, genau. Heute oder beim nächsten Mal? Äh, heute bitte. Okay, kein Problem. 300 Dollar haben sie gesagt, ne? Genau. Okay. Dann kann ich... Zünden, zünden wir mal kurz nach. 100, 200, 300 Dollar. Perfekt. Ich danke Ihnen. Super. Ja, das wär's dann auch. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dann bekomme ich eine SMS. Und dann komme ich dann vorbei, ne? Dann bekommen Sie eine SMS. Und wenn Sie wieder da sind und wir offen haben, können Sie gerne vorbeikommen. Perfekt. Mach ich so. Dann danke ich Ihnen. Alles klar. Dafür nicht. Das ist mein Job. Sehr schön. Das freu mich. Ja, Sie haben Ihren Job wundervoll gemacht. Von daher. Danke Ihnen. Also, alles Gute, ja. Ja, danke Ihnen so. Tschüss. 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 Sehr gut. Dann wird das auch noch durch. Und dann haben wir auf jeden Fall von heute noch mal Geld. Und von morgen noch mal. Super. Dann kommen wir demnächst wieder her. Oh. Ich muss gerade gucken, dass ich wieder denselben Weg zurückfahre. Ja, schön. So ein Schlüssel für 300 Dollar ist doch super. Damit können wir doch viel anfangen. Schön, schön, schön. Oh, der Oracle X. Es hat mich echt überrascht. Aber Traumauto Champion. Yubushits Champion. Alter, Vater, ist das Ding geil. Aber ich sag, wie es ist, ne. Also, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Eigentlich hätte er sagen sollen, ich bin dankbar, dass sie den Job machen. Weil sie den gut machen. Weil ich sehr zufrieden bin, wie ich als Kunde sehr zufrieden bin. So was halt. Was ich so schön an dem Auto finde. Ich bin a, nicht in Versuchung, hier noch irgendwas großartig an dem rumzuschrauben. Und zweitens sieht das von sich aus schon sehr gut aus. Wenn sie jetzt hier nichts an sein, die ist ja gut. Sind auch wieder vorbei. Oh, vielleicht könnte John ja sich jetzt so richtig schön einstellen. Ja, aber vielleicht brauche ich ja ein Bett. Nein, John wird ja ein bisschen länger, aber bleiben wahrscheinlich jetzt hier. No. 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 Sag mal, was bedrängt der den denn? Aber ja, da vorne ist irgendwie Bling Bling Haben die ab? Weil wenn die abfahren, ist gut Ne, dann fahre ich ab So Gerade nach Sandy gezogen und schon so ein Quatsch Vielleicht sind wir unten in der Schau Da war ja wirklich ein Tornado So sorry, dass ich natürlich jetzt Heute so ein bisschen stiller bin Ich bin heute eher so Der gemütliche Wenn es nach mir ginge, würde ich sogar heute Gar nicht abnehmen, aber ihr wisst wie es ist Ich mache es doch gerne Und ja, dementsprechend Hoffen wir mal, dass wir dann auch Heute noch ein bisschen mehr RP bekommen als das Und hoffentlich hat er nichts weggefegt Oder so Da fahre ich noch schnell lang Bevor ich jetzt hier ewig brauche Oh, wir sind ungefähr gleich schnell gewesen Also John weiß ja nicht, dass es eine Chang Gang jetzt gerade ist Also Auslauf von den Häftlingen Aber ich gehe mal davon aus So Dann haben wir das Und ich muss jetzt hoch Ich muss auf Klo Muskelo Ohne Toilette brauche ich jetzt erstmal Nein, ich muss erstmal auf Toilette So 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 Lass mich doch jetzt endlich auf Klo Bis gleich So Da bin ich wieder Ohne Toilette Ohne Toilette Ohne Toilette Okay Okay, das ist sehr crunch So 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 Ich muss auch mal eine Mail schreiben Ich will jetzt die Mail schreiben Meine Güte Wenn ich das nicht mache Dann Oh Sehr geehrte Damen und Heere Sehr geehrte Damen und Heere Ohne Toilette Ohne Toilette Ohne Toilette Ohne Toilette Ohne Toilette Ohne Toilette Okay, ja Amen. Äh, möchte ich anfangen, ob sie jedenfalls gute Orte. Äh, möchte ich anfangen. 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 Äh, schade. Ich schick denen das einfach mal. Und die Info, ich weiß es nicht mehr, das ist das Dumme. Äh, möchte ich anfangen. Wir haben wohl einen Stromausfall. Wir haben wohl einen Stromausfall. Äh, ich sehe nichts. Äh, ich sehe nichts. Mein Gott. Ja, die ist ein bisschen schwer. Ja. Ja. Ich habe sie ja gefunden. Abgeschlossen. Wunderbar. Mein Gott. Ja. 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 Ich folge dir unauffällig. Ich folge dir unauffällig. Da müssen wir lang, da müssen wir lang. Ah, da ist es nicht wieder. Ja, ich habe es nicht gefunden. Warte, habe ich dir richtig... Hast du den Stromschalter gefunden? Ja. Nee. Oh Mann. Ich wollte gerade eine Nachricht schreiben. Verdammt. Aber, also, letztes Mal, als wir hier einen Stromausfall hatten, ging auch das Handynetz nicht. Ja, ja, das ging gerade auch nicht. Hat das mit dem Tornado zu tun, ins Handy schaust? Aber schon möglich. Hm, guck mal. Nicht, dass das Licht gleich wieder ausgeht. Aber jetzt sehen wir ja draußen den Mond. Hm. Wir möchten uns im Namen von Paradise Auto für die Una nämlich... Okay, heute wurde das Event abgesagt wegen, ja, Tornados. Tornado. Tornado. Ah, okay. Laut Information des LSF, die haben sich der Tornado kürzlich über dem Alamosi aufgelöst. Der Observer wurde zudem vom Chief of Department Miguel Esqueda darüber informiert, dass einige Straßen in Sandy Shows vorerst gesperrt seien. Dazu zähle zum Beispiel die Joshua Road. Genauso wie die Straßen in Richtung der Nadine Trailerparks. So soll es die Straßen auf dem Marina Drive geben. Okay. Wir müssen einfach abwarten. Ja. Toll. Abwarten. Ich muss nach oben fahren, aber egal. Ich dachte, du bist im Urlaub, John. Ab morgen. Warum? Ich dachte, ab heute. Nee, nee, ab morgen. Mhm. Ich habe mich auch gewundert, als du gestern gesagt hast, schönen Urlaub oder guten Flug oder was hast du gesagt? Ja, ich dachte, das wäre gewesen. Aber ich war so durch von diesem Telefonat. Alles gut. Und ich dachte mir in dem Moment so, hm, okay, vielleicht bist du ja morgen nicht da. Okay, kann ja sein. Ach, ich bring das mal mit Zeiten und Datum ein bisschen durcheinander. Ist nicht schlimm. Ich auch. Gucken, ob ich schnell die Mail loswerden kann. Verdammt! Jetzt muss ich die ganze Mail nochmal neu schreiben. Nee, muss ich gar nicht. Lüge. Habe ich nochmal zu viel gesprochen. Apropos Mail. Ich muss auch noch eine Mail schreiben. Ich gehe am PC dazu. Hm. Wenn der funktioniert. Ich auch. Ich nehme mal den da hinten. Bitte. Die redet einfach weiter. Ich bin nicht alleine. Hallo. Ich nehme den hier. Ja, du kannst mich nicht alleine lassen. Was ist, wenn der Strom wieder ausfällt? Wie? Hast du dann... Also... So schwierig? So schlimm kann es doch gar nicht sein. Wieso schlimm kann es gar nicht sein? Wenn der Strom ausfällt. Nicht, wenn der Strom einfach ausfällt, weil... Also, wenn da so ein Unwetter ist oder so, dann ist es schon auch schlimm. Jetzt stell dir mal vor, ja? Ja. Wir haben das große Glück, dass wir keine Elektroautos fahren. Entt. Um... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Da habe ich das jetzt rausgeschickt. Sehr gut. Wird wahrscheinlich erst nächste Woche eine... ...ja, Nachricht zurückkommen, aber das ist okay. Will ich auf irgendwas achten, John? Nö, einfach nur, falls die Mel ankommt. Ich habe denen gesagt, dass ich erst ein bisschen später wieder da bin und so weiter. Okay. Bist du müde? Ein bisschen. Ich mache heute, glaube ich, nicht so lang. Ja, verstehe ich. War gestern so lang. Und ich habe die ganze Zeit Angst vor Geistern gehabt. Musst du doch gar nicht. Nee, du hast dich ja drum gekümmert. Richtig. Deswegen bin ich da. Dafür bist du da. Wie geht's Pommes? Pommes, der wird wahrscheinlich erst die nächsten Teuge wieder aus seinem Bett gekrochen kommen. Der ist so fertig vor dem Flug. Der Arme. Ist halt Pommes, was willst du sagen? Ja, was will man sagen? So sind die Pommes halt. Und ich bekomme Hunger. Wegen Pommes? Ja. Oh je. Was gibt's denn noch so schönes Event hier heute? Ich finde übrigens schön, dass hier Nora morgen das Mieten-Chat macht. Finde ich auch toll. Ich hätte es nämlich nicht gemacht und es war auch mit Halli so abgesprochen. Ja, dass mal andere was machen, meinst du? Ja, also... Ja, das ist ja auch quasi für eine Beförderung notwendig, ein, zwei Mieten-Chats zu organisieren. Wenn das... Ja, meinst du nicht unbedingt Dreyverent oder... Ja, verstehe ich. Aber du machst ja quasi auch deine Mieten-Chats. Die heißen halt dann nur Gottesdienst. Genau, genau. Ich meine, wir arbeiten ja alle... Wie wild an dem, was wir da brauchen. Ja, ich hoffe, dass Rodrigo mal so ein bisschen in die Pötte kommt. Ich weiß nicht. Der gibt immer nur Spenden aus. Ja, und der ist... Also, ich... Ich will ihn ja jetzt erstmal nicht dafür kritisieren, aber... Er ist halt häufig... Der ist halt am Abend nicht da, ne? Und das merkst du... Ja, der hat aber noch drei, fünf andere Jobs. Ja, genau. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Also, macht er das jetzt nebenbei bei uns, weißt du das? Ich hab keine Ahnung, ob das nebenbei ist oder nicht. Okay, weil das wundert mich nämlich so ein bisschen. Würde mich nämlich freuen, wenn er ab und zu da wäre, ne? Und ich meine, bei David, bei David, ich... Vielleicht kannst du ihm helfen, vielleicht hört er einfach nicht, äh... Hört er mir nicht ganz zu. Aber vielleicht kannst du ihm erklären, dass wenn er hier am Center sitzt und so weiter, ne? Und hier trotzdem arbeitet und vielleicht so die ein oder andere Mail schreibt, dass er sich doch einstempeln soll. Der versteht das nicht. Das hab ich ihm schon gesagt. Gut, freilich. Hayley hat's ihm ja auch schon gesagt anscheinend. Ich sag ihm immer wieder, stempel dich doch ein. Verdien doch dein Geld, ist doch alles in Ordnung. Ja. Du bist doch da, du arbeitest doch. Eben. Deswegen... Also, leider... Nein, was heißt leider? Das ist ja vielleicht auch der kleine Vorteil, den wir haben. Auch warten gehört manchmal eben zu unserem Job dazu. Ja. Ach, da kommt wer. Ich seh nur nicht wer. Immer durch die Tür. Hallo. Oh, guten Abend. Guten Abend. Wie können wir helfen? Gar nicht. Gar nicht, ach. Ich wollte nur vorbeischauen. Ja, wunderschön. Freut mich. Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Ich fand den Gottesdienst sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Vor allem sehr zeitgemäß. Hallo. Na, Grüße. Na, alles klar. Na ja, klar. Super. Kann mich nicht beschweren. Das hört man immer gern. Sehr schön. Freut mich übrigens, dass der Gottesdienst ihn gefallen hat. Ja, war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und was treibt sie so hierher? Einfach nur die Tatsache, dass jemand wohl, zumindest laut Venture vor Ort ist. Und das, äh... Sind wir? Ja, sind wir. Sehe ich auch. Ja. Wunderbar. Ist, äh, Hayley auch hier? Ja. Ich hab sie noch nicht gesehen. Ich hab sie heute auch noch nicht gesehen. Brrrr. Vielleicht morgen eher. Hm. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, würde ich sagen. Ja, ne? Absolut. Absolut. Er hat gewagt, doch nicht gewonnen. Na, schade. Wie schade. Aber auf jeden Fall, ja, wird sie sich wahrscheinlich eher morgen dann eintreffen oder so, weiß ich nicht. Ja, gut. Läuft ja nicht weg. Ja, ist ja schön, sehr schön. Und wie sieht's aus? Kommen sie wieder? Ähm, möglicherweise. Ach so schön. Tendenz, ja. Mhm. Ich weiß natürlich, ob ich mich im Bereich der Gottesdienste großartig, äh, wieder einbringen werde. Mhm. Faith in Social Center. Aber für die anderen Bereiche dann? Ja, es geht dann mehr um die, äh, ja, geistliche Betreuung, Seelsorgen und sowas, gerade im Bereich Prison. Oh, okay. Das ist ja, also, damals war es ein Hamsterrad, sag ich Ihnen. Mhm. Weil, in den Zeiten, wo ich hier war, und wir haben ja lange dafür gekämpft, dass wir diese Betreuung auch im Prison überhaupt machen können. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. Nie. Gar nicht. Wow, okay. Und dann, dann bin ich mal weg, jetzt für einen gewissen Zeitraum, und dann funktioniert das, und das freut mich zutiefst. Äh, ja, doch, oh Gott, freut mich sehr, dass das funktioniert. Mhm. Und, ähm, da würde ich auch gerne wieder ein bisschen ansetzen, gerade diese Betreuung. Gottesdienste nach wie vor machen. Ich habe auch gehört, irgendwie sind wohl auch Beerdigungen aktuell gar nicht mal so selten. Mhm. Hochzeiten. Ja, äh, äh, äh. Und man hat gesagt, es läuft schon fast ein bisschen über, und dann muss, dann muss man da schon gucken, wie man die Ressourcen einbindet. Ja, na, ja, das ist doch super. Warum denn nicht? Naja, klar. Super, super. Also es heißt tatsächlich, ähm, also, äh, dann, äh, wie heißt das, äh, Imprison und die Seelsorge übernehmen, und dann noch, äh, sowas wie ich jetzt verstanden habe, auch, äh, Hochzeiten, Begräbnisse und so weiter. Genau, sowas zum Beispiel. Ist ja was Gutes. Und wenn mein Gottesdienst nicht stattfinden kann, ähm, ich weiß ja, wie es geht, ne? Also im Zweifel kann man da auch mal einsprengen. Aber das ist ja umso besser, ne? Ja, das wäre doch super. Würde ich mich voll freuen auch. Also auch ich persönlich. Ja, ich würde mich da auch sehr freuen, tatsächlich. Gerade, wie gesagt, diese Arbeit im Imprison, das war so ein Ziel, wo wir lange drauf hingearbeitet haben. Mhm. Und, äh, schön, dass es jetzt funktioniert. Ähm, äh, super. Ja, mal schauen. Ja, da wollte ich mit Hayley noch drüber sprechen. Ja, dann gucken wir doch mal, dass sie, äh, soll ich hier irgendwie eine Nachricht hinterlassen, oder? Nee, nee, ich ruf sie an. Okay, guck, dann machen wir das so. Ja, da wird sie sich doch drüber freuen, denke ich. Bestimmt, ja. Sie hatte mich gestern schon gefragt, wie es denn jetzt mit mir aussieht, dann, wann. Nein, nein, nein. Schön. Ja, das ist doch super. Ja, dann hoffen wir doch mal, dass alles, äh, flott über die Bühne geht und dann würde es mich halt freuen, weil, also manchmal ist es echt so, da sind viele Termine und dann kann ich auch nicht immer einspringen. Oder was heißt einspringen, kann ich auch nicht immer übernehmen. Es ist halt wirklich spannend irgendwie. Zu meiner Zeit waren die Termine kirchlicherseits. Es war teilweise schon sehr anstrengend, im Sinne von, dass einfach keine da sind. Mhm. Das war zu wenig zu tun. Und jetzt, aus dem Gespräch gestern kristallisiert sich raus, dass es mittlerweile schon sehr viel ist. Ja, ja. Das heißt, in den vier Monaten muss ich sehr viel getan haben. Ja, ich denke auch, hat so ein bisschen im Moment damit zu tun, dass man, ähm, also im Moment haben wir auch wieder so ein bisschen Flaute, ne, da kommt jetzt nicht mehr so viel rein. Aber grundsätzlich ist es so, ich hatte eine Woche gehabt, ich konnte mich gar nicht mehr vor Gesprächen retten. Also da hatte ich eine Taufe, dann hatte ich da zwei Gespräche für eine Hochzeit, also totaler Wahnsinn. Aber jetzt gerade ist es eigentlich relativ entspannt, also wenn wir kirchliche Termine haben, sind das die Gottesdienste. Mhm. Vielleicht hier und da nochmal ein Gespräch, was dazwischen kommt. Und ja, das erschöpft sich dann darin. Klingt auf jeden Fall fantastisch. Etwas erfüllender als, äh, bei einiger Zeit. Oh, schön. Ja, zur Zeit sind auch noch so ein paar Sachen geplant. Ja, bitte? Entschuldigung. Ja, äh, alles gut. Mag einer von euch Pisswasser? Ich nicht, ne. Passe, danke. Nathan Social Center, Gabi hier. Was im Moment so ein bisschen geplant ist, dass man, ähm, Motorradgottesdienst macht. Ähm, da bin ich gerade mit den State Park Rangers dran. Und das zweite war noch, ähm, dass man Gottesdienste, äh, Gottesdienste im Freien anbietet. Also Natur, in der Natur. Ja, da wurde ich auch schon drauf angesprochen. Mhm. War da oben Bereich Sandy, also alles zwischen Palito und Stadt irgendwie. Ja, äh, äh, deswegen da sind die Gespräche schon mit den State Park Rangers relativ weit. Aber das, äh, das hat sich mir noch, das konnte mir nachher keiner erklären, wo da die, ähm, aus welchem Grund da die Ranger involviert sind. Ach so, ähm, einfach deswegen, weil wir jemanden von den State Park Rangers da hatten im Gottesdienst. Und das kam dann zu Spauern. Der meinte halt, ja, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man mit denen einfach nochmal spricht. Weil die kennen schöne Orte. Also. Sonst, dass wir dementsprechend dann positionieren könnten. Und bei den Motorradgottesdiensten, dass man da vielleicht eine kleine Route mit denen auch mal durchplant. Genau. Und dann kann man dementsprechend dann nochmal darüber hinaus nochmal gucken, was die Leute noch für andere Ideen haben. Einfach nur damit, ja. Also mit den Motorradgottesdiensten, Initiator war auch State Park Ranger, oder? Nee, nee, das waren, äh, Gottesdienste im Freien und, ähm, Motorradgottesdienste kamen von mir. Ah. Genau. Sehr schön. Ja. Deswegen, da sitze ich gerade so dran. Da freue ich mich über jeden Kontakt. Auch der, ähm, Motorradclub oben im Norden, den habe ich auch schon mal angesprochen, deswegen. Die Mayhams? Ja, genau. Die waren auch da sehr offen, haben gesagt, ja, wir würden sogar Motorräder zur Verfügung stellen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, da wurde ich auch darauf angesprochen, tatsächlich. Ah, schön. Die würde ich da auch sehr gerne gut mit einbeziehen, die scheinen ja, die Orte dort auch sehr gut zu kennen. Und gerade Motorräder, das ist super, dass die da auch gegebenenfalls das schön unterstützen können. Ja, vor allem schätzen die auch die Arbeit dahinter. Ja, das ist, das habe ich schon mitbekommen, das ist wirklich toll. Also, das sind super Leute. Also, ich habe, äh, sind auch regelmäßig im Gottesdienst. Die haben kein, also, wobei beim letzten Mal, aber gut, das wurde mir immer wieder gesagt, wenn die können, kommen die vorbei, aber grundsätzlich waren die immer da. Also, nicht ein Gottesdienst per fast. Ja. Ja, die haben mich letztendlich auch darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt am Freitag sie einen Gottesdienst halten. Ah, schön, schön, schön. Das freut mich umso mehr. Es freut mich, dass die da auch, ähm, so ein bisschen, sag ich mal, die Werbetrommel für rühren. Und Leute auch immer wieder darauf hinweisen. Sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Ja, Pater Kalle kennen Sie auch noch, ne? Na klar, den kenne ich. Ja, genau, genau, der ist, genau, der ist auch noch da, ähm, ist aber leider ab und zu, ist, man merkt halt einfach, er hatte mir ja schon damals gesagt, dass so ein bisschen das Alter bei ihm schon mitspielt, ne? Ja. Dass er einfach gucken muss, wie viel er machen kann, ne? Also, ist immer super, dass, wir hatten da auch hier und da immer wieder mal Gespräche mit, ähm, Hochzeitspaaren, wo er auch mal, ähm, ja, die abgeben musste, dementsprechend. Und natürlich auch sehr gut, haben wir sehr gut organisiert alles da. Bin ich auch sehr froh, dass er auch da ist. Ja, er macht immer einen guten Job. Und vor allem sehr engagiert. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Wunderbar. Ja gut, ähm, hier was, was, was den Norden angeht, ähm, gerade der Motorradclub, habe ich einen sehr direkten Kontakt. Ach, schön. Ähm. Ähm, wenn ich da was höre oder da das Gespräch hier öffnen kann, habe ich Ihre Telefonnummer? Ich glaube nicht. Wollen wir das ändern? Das ändern wir jetzt aber sofort. Wunderbar. So, ich gebe mal meine durch. Sind sie soweit? Ja. 1, 4, 0. Mhm. 4, 2, 2. 4, 2, 2. Genau. Die hatten ja auch schon, äh, glücklicherweise mir die, ähm, bezüglich Heinie Steiner schon mal, äh, für mich mit denen gesprochen, weil wir immer wieder Foodtrucks, ähm, vor den Gottesdiensten haben, also, die dann da vor dem, äh, vor der Kirche stehen. Leider hat sich beim letzten Mal das nicht getroffen, aber die beziehe ich da auch sehr, würde ich auch sehr gerne mit einbeziehen, häufiger. Super, danke schön. Super, mach ich mal auf, eingetragen, perfekt. Super. Schön, wunderbar. Ja, dann, würde ich sagen, ich muss wahrscheinlich gleich nochmal weg, wie ich gerade sehe, schon auf mein Handy gucke, aber das ist dann eher privater Natur. Ähm, ja. Ja, da würde mich freuen, also, ich bin nächste Woche leider nicht da, ne, also, falls sie mich suchen würden. Ja, das habe ich ja schon mitbekommen. Genau, genau, aber danach gerne, äh, hoffe ich, dass dann schon alles geklappt hat und wir uns da zusammensetzen können, da würde mich sehr freuen, dass wir da vielleicht, ja, so die eine Idee, die ein oder andere Idee umsetzen. Natürlich. Ich habe auch schon mal mit dem Ben gesprochen, äh, der kannte sie ja auch schon, ähm, ging um so ein paar Sachen wie, ähm, ach Gott, ich habe die alle nicht geschafft hinzubekommen bisher noch, ähm, ich wollte fragen nach Collarhemden, also Priesterkragenhemden. Oh, schwieriges Thema. Ja, muss man mal gucken, also, dass man mit denen dann nochmal ins Gespräch kommt. Mit der Palito Bakery wegen den Hostien gab es auch schon Gespräche. Ja, tatsächlich. Und vor allem, wir hatten mal, ähm, Marienfiguren. Uh, okay. Und, ähm, ich war damals schon dran, weil wir hatten noch einen kleinen Restbestand davon, aber die sind leider irgendwie abhandengekommen, ich weiß es nicht, die waren halt irgendwann auf einmal weg. Mhm. Und, ähm, wir konnten sie auch nicht nachproduzieren lassen, die wurden damals wohl von Horizon produziert, die sind ja jetzt fusioniert mit, weiß ich nicht wem, und heißen irgendwie Weng, Weng, ne, ach, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall fusioniert mit irgendwas. Mhm. Und die Produktion davon, ähm, hatte ich damals schon angefragt, dann ging das nicht, dann wollte ich einen Import anfragen über Cypress, das ging auch nicht. Und ich wurde halt damals schon zu öfteren nach diesen Figuren gefragt. Ja. Da müssen sie sich wahrscheinlich nochmal richtig dahinter klemmen, gerade wenn man dann zu zweit ist, kann man sich um so, so, sag ich mal, Bürokratie gut kümmern. Ja. Ne? Oder genau, so Marienfiguren hatte ich auch angefragt oder was auch immer, die da, ähm, möglicherweise importieren können bei Cypress, aber, ja. Ist noch ein bisschen schwierig mit denen zu sprechen. Antworten sehr selten. Ja, das ist wirklich schwierig. Oh, das kriegt man hin. Das ist eine Frage der Geduld. Es ist wirklich so. Ich meine, ich wollte mir eine Kreuzkette kaufen. Das ist zwei Jahre her. Das war zwei Jahre, war ich bei Kronjuwälen und die haben gesagt, nee, haben wir nicht. Wir können gucken, ob wir die, ähm, importieren lassen. Mhm. Irgendwie, ob wir da was finden. Dann haben die Händler keine Chance gehabt, dann haben die zugemacht. Und jetzt vor vier, fünf Wochen, hab ich mir sagen, das hat Kronjuwälen mal wieder aufgemacht. Neueröffnung. Und jetzt haben die auch diese Ketten. Und ich denke, wow, das lohnt sich. Wir haben nur zwei Jahre. Ja. Muss mal ganz kurz, ach, wollte gerade rangehen. Rufen wir kurz die Person zurück. Kurz einen Moment. Na ja, klar. Ja. Du hast zu schnell aufgelegt. Das waren 13 Sekunden schon. Das war lang genug. Doch, man war nicht. Ja, genau. Ähm, ja, ich leise, ich eise mich gleich los und, äh, wo wir uns treffen. Ähm, die Frage ist, lohnt sich das großartig? Weil aller spätestens um elf möchte ich heute zu Hause sein. Ja, und? Wie du möchtest. Wenn du, du könntest gerne entscheiden. Hm, soll ich dich irgendwie, nee, du bist heute mit Outen unterwegs, ne? Ja, ich bin aber auch beim Center gerade. Ja, wo sonst? Ja. Ja. Furchtbar, die sagt John. Ja, ich weiß. Mehr Krüter, mehr Krüter. Das habe ich nicht gesagt. Ja, okay. Das habe ich nicht gesagt. Ja, das hast du auch gesagt. Ähm. Okay, so. Leider ruft die Pflicht. Natürlich. Dann würde ich sagen, ich mache mich auch ab. Würde sagen, dann hören wir auf jeden Fall spätestens dann nach meinem Urlaub wieder. Natürlich. Super. Dann wünsche ich alles Gute. Eben. Bis dann. Jo, tschüss. Schnau-Stempel. So. Weißt du schon. Ja, ich mache mich gerade auf. Konstantin, die Schatz noch ein bisschen da vielleicht, weiß ich nicht. Nee, der hat gerade Fütersehen gesagt. Ach so, er hat gerade schon Schuss gesagt. Oh, okay. Ja. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, dann mache ich mich ab und ja. Wie findest du den? Ich finde den nett. Ist ein lieber Typ. Warum? Hast du... Ja, den ein bisschen gruselig. Oh, ich finde den ganz nett. Der hat sich gruselig für uns aufgebaut. Ach. Also den nicht. Ich finde den nett. Ich finde den sehr... Also ist einfach ein unglaublich lieber Typ, ne? Und der kennt einige Leute, die ich kenne. Und da merke ich einfach, da ist eine Verbindung da, ne? War bestimmt doch einfach nur der erste Eindruck. Glaube ich auch. Und das Erschrecken an der Kirche. Und das Erschrecken an der Kirche. Und das Erschrecken an der Kirche. Ja, du findest ihn gruselig und das war der erste Eindruck. Und weil er mich in der Kirche so erschreckt hat. Ja, musst du ja wirklich, ich kann das sagen. Die Leute haben sehr positiv von ihm gesprochen. Okay. Also von daher denke ich mal, dass er ein sehr super Typ ist. Also ein sehr netter Mensch. Gut. Ja. Gut. Ich mach mich ab. Mach dich ab. Ich nehme jetzt noch 200 Flaschen Pisswasser entgegen. Oh, wie, warum? Als Spende. Von Pisswasser selbst? Von Opi. Ah, warte. Ach so, warte mal. Ja. Darf ich mir einfach mal zwei, drei, vier rausnehmen? Die sind noch nicht da, aber... Ach so, okay, gut. Ja, verdammt. Ich hab gedacht, die haben schon was da gebracht. Nee, egal. Gut. Dann never mind. Dann hol ich welche. Ich kann dir aber welche unter die Küchenspiele stellen, wenn du willst. Ach, alles gut, alles gut. Dann hol ich mir... Ich hab gedacht, ich nehme mir jetzt einfach mal welche mit. Aber ist alles gut. Okay. Super. Dann... Kann sie dir auch vor die Tür stellen. Ich weiß ja, wo du wohnst. Ja, kannst du auch machen. Ist mir egal. Okay. Dankeschön. Bitteschön. In Schatten dann, ne? Nicht, dass wenn du... Ja, warm ist. ... dann wiederkommst. Ja, Tommy nimmt sie morgen. Gut. Super. Dann sehen wir uns... Jetzt aber schönen Flug. Dankeschön. Wir sehen uns dann in der übernächsten Woche. In drei Wochen. Ja. Okay, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao. Gute Leute. Ich wollte dich eigentlich etwas fragen, aber es ist schon zu spät. Ich wollte nur noch mal... Weil, ja... Ich wusste nicht wer und sicher ist sicher. Bin ja jetzt ab... Nächster... Woche nicht da... Für ne Woche. Du weißt, was ich meine. So, ich wollte dich das hinter mir haben. Auch auf der Info wird es gefunden. Super. Dann... Also ich gebe das halt im Notfall einfach weiter. Das war, was an die Info gesendet wurde. Du bist ein Goldschatz. Kann ich das so sagen? Keine Ahnung. Klingt komisch. Egal. Das klingt ein bisschen komisch. Vor allem, weil du Reverend bist und ich in die Kirche komme. Und ich noch nicht allzu alt bin. Das... Ah, das klingt komisch. Da quatschen wir doch mal drüber. Nee, lieber nicht. Wir vergessen das. Nee, das lassen wir... Ja, wir lassen es. Überkommen. Das lassen wir wieder. Ja, nee. Das ist einfach so meine typische Aussage, die ich tätige. Aber, äh, nun, die war... Ja. Die ist komisch gewesen, ja. Haben die Kirchenleute so gerne an sich, dass sie solche Äußerungen tätigen? Habe ich das Gefühl. Was soll das denn heißen? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ach, naja. Auf jeden Fall war das ein sehr schönes Telefon. Ich bedanke mich herzlich, kann ich das so sagen. Ich weiß es nicht. Kein Problem. Ja, alles gut. Ja, schön. Nicht dafür. Ja, genau. Für was dann? Egal. Ja, einfach gar nicht. Ja, okay, gut. Ciao. Na, Quatsch. Einfach trocken auflegen. Nein, alles Gudi. Ja, gut. Ja, dann dir einen schönen Urlaub, ne? Dankeschön. Und wir sehen, hören uns dann nach meinem Urlaub wieder. Ja, spätestens übernächste Woche dann bei Kirche sehen wir uns noch. Ja, genau. Gut, dann. Ich wollte gerade sagen, gute Nacht, aber das passt nicht. Passt auf dich ja auch. Passt auf dich ja auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, also Gottesdienste sind super. Also ich freue mich. Also Konstantin hat ja anscheinend Kontakte zu den Leuten, ne? Äh, da unten. Äh, da oben eher. Und dass wir da halt wirklich cool ins Gespräch kommen mit denen, würde mich super freuen. Ich meine, das ist ja eine 1A-Sache mit denen. Fährt auch wie ein Henker, ha? Puh, das war Glück. Hat den fast mitgenommen, den Jungen. Ja, also Konstantin Schor, der hat ja echt Spaß dran. Ähm, schade eigentlich, weil John gerne sein eigener Chef wäre. Und ja, also jetzt, jetzt taucht er da so richtig ein, anscheinend durch Konstantin. Ob die da büllkrumme Dinger machen oder nicht, ist John ja auch egal. Dafür ist er ja nicht zuständig. Und ich glaube, man merkt, gerade jetzt, dass das Opis kommt, das kommt von ihm. Er hat einfach deke Kontakte zu denen. Und das Opis müsste, könnte oder der Fuchtel von denen sein, ne? Aber wir müssen irgendwie eine Geheimschrift entwickeln, glaube ich. Ach ja, wenn er Kontakte dahin hat, dann war der alte Priester wohl ein kleiner Gangster. Konstantin, haben die den wohl dahin geparkt. Und dass er die Reso jetzt natürlich übernehmen will, John denkt natürlich eins und eins zusammen. Wenn die dort mal hocken sollten, dann ist er für die da, ne? Der ist halt kein unbeschriebenes Blatt. Und das ist halt so eine Sache, wo John natürlich so ein bisschen der Kopf durchgeht, ne? Ja, ich mache mir Gedanken mittlerweile, was das angeht. Aber ich würde mit den Motorradleuten gerne, gerne mehr Kontakt haben wollen. Einfach, weil ich glaube, dass man mit denen halt auch gute Sachen machen kann und darf. Und sowas wie eine kleine Unterstützung. John wird jetzt nicht so deep sein, dass er sagt, okay, wir wollen XYZ nicht. Also, wir wollen, also, John wird jetzt nicht eintauchen und sagen, okay, ich will von euch ausgerüstet werden oder so. Sondern, ähm, so nach dem Motto, ja, ich brauche eure Hilfe, könnt ihr dem mal auf die Nase hauen. Sondern für John ist es halt so eine Sache, dass er von unten herkommt. Und dann halt sagt, ja, wir wollen halt einfach mal ein paar profane Sachen haben. Unterstützung beim Motorradgottesdienst und so weiter. Aber leider ist so ein bisschen jetzt gerade die Planung nicht da so drin. Weswegen ich dann halt immer gucken möchte, dass die ganze Arbeit von unten hochkommt. Jetzt erstmal, dass man so ein bisschen die Wogen glättet und so. Cyprus ist halt echt. Ich sag's wie sie ist. Einfach nur Prust. Ich sag's wie sie ist. Meine Güte. Zum Schreien. So, jetzt aber. Waren die Motorräder. So, Lieder werden wir gleich bei der lieben Skorlet. Und ist schon daheim. So, Lisa. Das war's für heute. Jetzt. Ja, bitte. Ähm, bist du zu Hause? Ja, natürlich. Ich hab grad geklingelt. Oh, dann hab ich das nicht gehört. Entschuldige. Alles gut. Ich mach dir auf. Dankeschön. Hallo. Hallöchen. Oh Gott, oh Gott. Stolpert man hier schon wieder rein? Bitte? Ich stolper hier nur wieder rein, du. Ja. Ich hab meine Schuhe hier ab. So. Ich geh gleich wieder raus. Was? Wir hatten doch gesagt Balkon, oder? Ja, 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 ja. Ah, ja gut. Egal. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie einen sehr dreckigen Balkon. Äh, nö. Ja, also. Also ich hab ihn jetzt nicht seit dem Tornado gecheckt. Na ja, gut. Was macht die Kuh auf deinem... Was macht die Kuh auf deinem Balkon, ne? Was für ne Kuh? Die wurde hergeweht. Äh, ich hoffe doch nicht. Ja. Was ist denn das hier? So. Schön, dass du's her geschafft hast. Was? Schön, dass du's auch hingekommen hast. Äh, ja. Äh, was? Ähm, bevor ich es aber vergesse... Ja, du darfst mir alles sagen, was du willst. Nein, der Schlüssel vom VSTR. Ah. Ah, super. Bevor wir das Ganze vergessen. Ähm, der steht vorne vor der Tür. Noch nicht. Der ist aktuell verliehen. Aber ich hol ihn morgen zurück. Ach so, er kommt morgen. Okay, alles gut. Ja, ich würd dir, ähm, dann am Samstag oder Sonntagvormittag schreiben, wo ich ihn geparkt hab. Okay, sehr gut. Und gegebenenfalls bringe ich ihn auch direkt schon zu euch. Ja, gut. Morgen Vormittag... Ne, was hast du gesagt? Morgen Nachmittag. Was? Morgen Nachmittag? Was hast du... Was? Wann hast du... Samstag? Samstag. Ich... Eine Woche bin ich ja noch da. Ach, wo... Ja, okay. Äh, ja. Äh, ja, okay. Ja, jetzt macht's... Oh Gott. Also mein Denken war, dass dein Bruder jetzt die Woche, wo du nicht da bist, dein nutzen kann. Und wenn ich nicht da bin, dann kann er meinen nehmen. Okay, das macht Sinn. Vielleicht. Weiß ich nicht. So ein bisschen. Ja. Vielleicht, ja. Langer Tag? Kurze Nacht? Ich hatte eben ein sehr interessantes Gespräch mit meinem Vorvorgänger. Okay. Der hat sich ein bisschen zu viel verplappert, sagen wir es mal so. Okay, inwiefern? Naja, der scheint anscheinend seine Hände in dreckigen Geschäften zu haben. Äh, und das plaudert ja einfach aus. Der hat gedacht, ich bin mit den Melhams im Bunde. Und er hat natürlich direkt kokettiert, wie toll er die Melhams findet und alles. Und dann hab ich direkt gedacht, hm, ich verstehe. Okay. Und dann haben wir vom Opis eine Lieferung von 200 Stück Bier bekommen. Plötzlich. Nachdem wir gute Freunde waren. Äh, okay. Nee, ich mag ihn. Er ist ein super Typ. Nur, ich trau ihm nicht so ganz über den Weg. Naja, eine gesunde Skepsis. Wir wissen, weil er ist nicht verkehrt. Ja, ja. Nee, aber ansonsten solider Typ. Ich musste gerade nur so ein bisschen daran denken. Aber darum soll es nicht gehen. Arbeit habe ich bei der Arbeit gelassen, hoffentlich. Wie war es bei dir denn? Ach, jetzt soll ich über die Arbeit sprechen. Zwei Worte und dann hören wir auf. War gut. Ach, verdammt. Der hat ja wirklich nur zwei Worte verwendet. Wenn das meine Vorgabe ist. Du kannst auch mehr machen. Mach doch, was du willst. Wir haben einfach gut was geschafft. Also, wir haben auch, ich meine, das war der entspannte Chef da. Und es war nicht die da, die momentan gerne Mimimi machen. Ich habe gesagt, Leute, ich habe hier gerade noch einen Zeitpuffer. Hier ist eine spontane Anfrage. Kann ich den machen? Weil, wenn wir den jetzt auch noch wieder weiter wegschieben, dann wird der Kalender nie leerer. Und deswegen, ich habe heute fünf oder sechs Prüfungen, habe ich geschafft. Oha. Also, hier sehr fleißig, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn da so viel abzuarbeiten ist und es geht nicht voran. Und deswegen arbeitet man nochmal doppelt so viel. Bedingt. Ich bin auch kein Freund davon, einfach nur hinterm Tresen zu stehen und zu warten, dass die Zeit vergeht. Endlich mal jemand, der verstand hat, wie man arbeitet. Ja, ich weiß nicht, ich habe das ganz oft gehabt, da kam jemand, der gefragt hat, hey, habt ihr Zeit? Und nein, du warst nicht angemeldet, wo ich mir denke, wir sind heute zu fünfter und alle Prüfungen oder die nächste Prüfung ist erst in einer Stunde. Warum nicht? Ja, das ist doch super. Ja, auch wenn ich gesagt habe, Leute, ich bin frei. Nein, nur mit Anmeldung. Das Lustige war, als ich ankam, Teddy war ja noch so cool zu mir gewesen und hat gesagt, ja, ich nehme dich jetzt trotzdem dran, ich bin zu früh gewesen, mir wurde eine falsche Mail geschickt. Eine falsche SMS, meine ich. Okay. Und Teddy hat dann gesagt, okay, pass auf, ich brauche nicht so lange mit dem, ich brauche nicht so lange mit dir, wir machen das jetzt. Und dann hat er mich schnell durchgezogen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was denn? Ich habe da so eine Vermutung. Ich habe keine Vermutung, warum? Ist nur, was ich für mich jetzt mal gegenchecken möchte. Bitte? RDP. Jetzt arbeitet sie noch. Äh, nö. Okay. Mal gucken, wie gut die Suche funktioniert. Natürlich. Was natürlich? Ähm, die SMS ist von der Dame gekommen, die ja angeblich immer alles richtig macht und für die ist kein Grund zur Beschwerde gab. Darf ich mich offiziell noch beschweren? Bitte, bitte. Mein Chef freut sich drüber. Oh ja, dann machen wir das doch. Dann, äh, werde ich irgendwann mal auftauchen, sagst du mir, wann der Chef da ist und hab ich gesagt, also, wissen Sie, ähm, es hat mich sehr geärgert, weil ich hab mir eigentlich, ähm, um 20, äh, um 19 Uhr dann auch wirklich freigenommen und um 20 Uhr hatte ich ein Bewerbungsgespräch und dann wurde mir auf einmal gesagt, also, das geht halt nicht. Äh, sie sind erst um 20 Uhr dran und das hat mich, also das hat mich fast, also das Bewerbungsgespräch gekostet, ja. Wissen Sie, und ich, ich meine, ich will, ich will Ihnen ja nichts Böses, ja, also, Sie, Sie bemühen sich ja wirklich darum, dass die Fahrschüler hier durchkommen, aber so etwas ist dann doch etwas sehr traurig, weil man verletzt sich doch auf die Angaben und ich hab dafür Geld bezahlt, ne. Und da erwarte ich ein bisschen, äh, zumindest irgendwie eine Lösung, die man finden kann. Ja, also mal abgesehen davon, dass man nie gefunden hat. Wann haben Sie denn Ihre Prüfung gemacht? Ja, ähm, 10 Minuten zu spät. Wie ist denn der Mail in der, äh, SMS schon? Ach, ist ja nicht wild. Ich, ich glaube, äh, ich glaube, das werde ich nicht tun. Aber wenn ich was anderes finde, wie heißt die Frau dann, darf ich fragen? Äh, Jiho. Jiho. Mhm. Hat die einen Job im MD? Nein. Okay. Weil das hätte mich jetzt natürlich sehr gewundert. Nein, sie hat, ähm, soweit ich weiß, sie hatte bei Evergreen, achso, naja, gut, sie hatte bei Evergreen angefangen. Das ist ja im MD. Ähm, allerdings, oh Gott, ob ich das nur zusammenkriege, sie hat es mir so halb erzählt. Ähm. Ähm, irgendwie haben die Infos über ihre Lästereien von Fahrschülern, die sie scheinbar auch namentlich benannt hat. Da hat eine von auch beim Flowershop gearbeitet und das hat die Runde gemacht, dass sie über die hergezogen ist. Ähm, aber natürlich hat sie das nicht getan, nach ihrer Aussage. Ähm, es ist aber leider gegenteilig bekannt. Ähm, und, ähm, naja, deswegen hat sie da natürlich gekündigt, weil das kann sie ja keinem zumuten, wenn da so eine Gerüchte über sie laufen. Ja, man schmeißt sie ja auch nicht raus, sondern sie kündigt, ne? Mhm. Bevor es zu spät ist, ja, das ist die beste Taktik. Ja. Okay. Furchtbare Person. Enttäuschend. Ja, einfach ein Mensch, mit dem man nicht unbedingt zu tun haben muss. Ja. Wenn ich die mal antreffen sollte, werde ich ganz subtil mal gucken, was die so zu sagen hat. Ich werde einfach total sagen, oh, also ich hasse Menschen manchmal, ja, egal was ich tue. Also, die gehen mir so auf die Nerven und mal gucken, ob sie dann anfängt zu reden. Das stelle ich mir tatsächlich ganz spannend vor. Und dann auf einmal packt sie dann Sachen aus und ich denke mir so, okay. Mich würde da tatsächlich deine Einschätzung interessieren. Ja, gut, dann müssen wir das tun. Wie bringt man euch jetzt zusammen? Ich wollte einen Motorradführerschein machen. Ja, sie ist doch nicht mehr bei uns. Ach, verdammt. Sie hat doch gekündigt. Ach, verdammt. Und will jetzt den Job zurück, aber ja, keine Ahnung. Ach, verdammt. Wie kriegen das denn, irgendwie? Arbeitet ihr sonst noch irgendwo? Ich glaube, die ist jetzt gerade arbeitslos. Okay. Dann sollst du ins Felfen Social Center kommen. Wir haben Kleidung. Ja, nee, ich bin, ich weiß nicht. Ich habe, ihr Freund arbeitet bei Paddy's und der ist so unflexibel. Ähm, der ist dann mit dem, mit dem Foodtruck, äh, ist der regelmäßig zur Fahrschule gekommen. Und, was ist denn jetzt noch? Was ist denn jetzt noch? Okay. Ähm, und, oh Gott, jetzt fang ich schon, ist scheiße. Ähm, sagen wir, ich habe viel Eis bestellt. Und seine, ähm, okay. Sein Feedback war, nö, es gibt nur die normalen Bechergrößen. Mhm. Und weißt du, er hat auch einfach eine Schüssel nehmen können. Ich habe auch schon einmal bekommen. Vollkommen egal. Nö, es gibt nur die Becher. Mhm. Und der hat sich da auch trotz Vorschlägen nicht abbringen lassen. Mhm. Mhm. Das war ein bisschen enttäuschend. Ach, diese unflexible Menschen, ne? Ja. Ich kann mit denen auch nicht. Ich verstehe dich. Aber du kannst es gut überspielen, dass du nicht mit denen kannst. Du weißt, das gehört zu meiner Jobbeschreibung dazu. Ja. Überspielen sie jeglichen Hass und irgendwelche komischen Sachen über die Person. Sag mal, kennst du durch deinen Job einen Tyrone? Weiter. Ähm, oh Gott, lass mich gucken. Ich hatte heute eine sehr, weiß ich, strange oder amüsant. Ich weiß nicht, ob die amüsant. Die war beides. Bist du ein Zaufler? Ähm, höchstwahrscheinlich. Ähm. Ich hätte dir so eine Info daraus geben eigentlich nicht. Heißt der Drippy? Das weiß ich nicht. Also, wenn Drippy mit Nachnamen Drippy heißt, dann nicht. Nee, 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 nee. Ähm. Mit H fängt der Nachnamen an. Sagt mir egal. Erzähl mir die Geschichte darum. Vielleicht fällt es mir dann ein. Ähm. Ich weiß nicht. Also, er hat es so weit geschafft, dass der Chef ihn beim Theorieunterricht an diese Tafel gestellt hat. Ähm, weil er der Meinung war, direkt vor dem Theorieunterricht noch gewisse Dinge zu rauchen. Ähm. Und hat angedroht, wenn er jetzt nicht langsam sich mal fängt, dürfen ihn hier alle mit Tomaten bewerfen. Ähm. Er hat den Spaß aber verstanden. Ähm. Ähm. Naja, und jetzt die praktische Prüfung, ähm, hat er gefragt, ob ein Kumpel mit, äh, kann. Ich war, es war einfach furchtbar süß, wie von der Rückbank die Unterstützung kam, so bei dem überfahrenen Stoppschüttel und so. Oh, Mensch, jetzt pass doch mal auf. Oh, wenn das die Typen vom Erste-Hilfe-Kurs waren. Oder der eine, oh, das kann ich mir vorstellen. Also, er war heute mit einem H2-Hemd unterwegs. Ich weiß nicht, ob er das regelmäßig trägt. Nee, nee, der hatte das nicht. Ähm. Aber auf jeden Fall so ein etwas, ähm, wie soll ich sagen, so ein etwas entspannterer junger Mann, der irgendwie so eine, so recht lustig ist, sage ich mal. Und ziemlich weit über die Stränge schlägt. Der erinnert mich halt an den Typen in der Fahrschule. Aber ich weiß nicht mehr, ob er Tyrone hieß. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall schon mobil unterwegs. Ich meine, bei der nächsten Prüfung sind sie beide auf dem Roller an uns vorbeigerast. Ähm, obwohl der andere davor noch nach einem Termin gefragt hat. Die Jungs sind nicht schlau, okay. Ja, die sind auch schon bei der Anmeldung sind sie mit dem Roller vorgefahren. Also, naja, was soll man dazu sagen? Super. Ähm, aber ich weiß nicht. Ich habe dann halt schon bei dem ersten Stoppschild gesagt, pass auf, jetzt konzentrier dich bitte nochmal. Ähm, weil ein kleiner Fehler geht noch, aber danach wird es halt schwierig. Naja, und dann kam das zweite Stoppschild und von hinten nur noch, oh, Bro, Mann. Naja, und dann ging es die ganze Zeit hin und her. Was denn? Ich dachte, das geht nur für die rechte Spur. Nein. Also, ich hatte meinen Spaß. Was eine Katastrophe. Ja. Ja, die, das ist, manche sind so lustig. Also, das ist so Wahnsinn. Ja. Ich meine, ich muss gestehen, nach der Theoriegeschichte hatte ich ein bisschen Sorge. Aber, äh, es hat gut geklappt. Ich meine, er hat nicht bestanden. Er hat aber anstandslos für morgen noch einen Termin gemacht. Ich habe ihm auch die, die Wiederholungsgebühren erlassen. Oh, aber ist er aber lieb zu ihm. Naja, warum auch nicht? Wenn, dann hätte ich gesagt, komm, äh, felf uns so viel Cent, er spendet ihm das. Nein, wenn er da schon, äh, durchziehen möchte, dann warum Steine in den Weg legen? Richtig, richtig. Ich habe noch gefragt, ob er irgendwie gerade in der Beschäftigung ist oder so. Meint er, nee, weiß er noch nicht. Ähm, deswegen. Mhm. Verstehe ich. Ja, aber schön, ne? Schön, dass es gut klappt. Ja, und die, äh, Fahrschülerin, die ja jetzt kommt, ne? Morgen, die ist, äh, ja, also das ist, die Mary ist eine wirklich ganz, ganz liebe Person. Die hat aber unfassbar Angst vor der Prüfung. Wir sind nämlich heute, äh, ich habe ihr so ein bisschen die Soft gezeigt, was, wo wir halt unsere Wohnungen haben, ne? Diese, diese, die wir da vergeben, diese Sozialwohnungen und so. Und, äh, ja, die war dann halt so, ach, ich habe morgen meine, meine Theorieprüfung und ach und dies und jenes. Und, ja, hatte schon so ein bisschen Bammel gehabt. Und, ja, ich hoffe, die sind nett zu mir und so. Ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, die ist, ja. Also witzigerweise ist, ähm, heute wieder nach Teddy gefragt worden, weil, ah, ich habe so Prüfungsangst und der soll so gut sein. Ähm, muss ich ja leider sagen, die ist leider auf unbestimmte Zeit nicht da, aber... Oh, schade. Ähm, sie hat noch vor der Prüfung ihre Prüfungsangst bei mir vergessen. Und hat das auch echt gut gewuckt. Ja, das ist sehr süß. Ah, toll. Naja. Nee, super. Das freut mich. Das freut mich, weil viele haben diese Prüfungsangst einfach. Das hat man immer wieder gemerkt. Mhm. Mhm. Ja, von daher. Schön. Ach, Mensch, da freue ich mich. Guck mal, siehst du, da habe ich mich einfach mal wieder losgeeist. Na, und dann, na, und du hast ja auch noch mal ein paar Minuten draufgelegt hier. Ja, ja, ich hoffe, ich, also, da ist aber wirklich um 23 Uhr Feierabend. Ja, alles gut. Ich verstehe das. Das dachte ich mir. Was dachtest du dir? Dass du da Verständnis für hast. Nein. Wie denn? Oh, nein. Ah, du bist nur für den Schlüssel da, ne? Der Rest ist jetzt gerade Höflichkeit. Ich wusste gar nicht, dass du mir den Schlüssel geben willst jetzt schon. Wir haben noch drüber gesprochen. Ja, ich habe einfach nicht mehr daran gedacht. Das war so ein Flackern im Nebengrund für mich. Ach so. Ja, ich habe mich auf wesentliche Dinge konzentriert. Mhm. Mhm. Wo ist das? Mhm. Ja, zum Beispiel an diesen wunderschönen Justin Bieber-Anhänger. Ja. Auf den habe ich mich ganz ordentlich konzentriert. Ach so. Mhm. Ich habe noch überlegt, ob ich eher das Kackhäufchen nehme. Aber dadurch, dass wir über den Bieber gesprochen haben. Justin zuliebe. Ich habe mit ihm heute telefoniert. Okay. Das war ein merkwürdiges Telefonat. Warum? Ich sagte zu ihm, weil er noch was für mich erledigt hat bezüglich einer Mail, ne? Habe ich zu ihm gesagt, du bist ein Goldschatz. Und er dann nur so, du, das klingt sehr falsch, wenn du Reverend bist und ich etwas Jöger. Und ich dann nur so, das war nicht so gemeint. Er so, ja, es ist trotzdem komisch. Das Gespräch hat nie stattgefunden. Okay, es hat nie stattgefunden. Ah. Manchmal haut er aber auch sehr unerwartete Dinge einfach raus. Ja, das war, ja. Es war, ja. Ach, man hat einfach seinen Spaß mit ihm. Mhm. Ja, Justin. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Was denn? Wir standen vor Brodinger. Ich wollte ihn anderen Freunden verstellen. Und es war so peinlich. Ich habe in dem Moment, wo ich ihn vorstellen wollte, seinen Namen vergessen. Und ich hatte dann Jonas im Kopf. Und ich stehe da so, da war ich so, fuck me. Nee, ich habe gesagt. Ich habe gesagt, hier, das ist Alessa und Misha und das ist Scheiße. Und er sagt, ich habe deinen Namen vergessen. Das Problem war, ich habe, Mary River stand halt davor. Und ich muss an diesen Jonas Winchester denken. Mhm. Und deswegen kam mir der Name in den Kopf, aber nicht Justins. Weißt du, mir kam schon gestern und heute kam mir in den Sinn, eigentlich kann ich Goldi gar nicht mehr sagen, weil du wirst dem Namen derzeit nicht gerecht. Aber du hast gerade alles wieder aufgeholt. Ey, was soll das denn heißen? Oh, ey, der Armitter ist so, der sieht voll zu dir auf. Oh, ich wusste gar nicht, dass er das tut. Der ist sogar. Oh, er ist ein super Junge. Ich fand es lustig, als er eine Zeit lang bei uns im Center stand. Der fährt ja immer häufiger mit Hayley irgendwie rumher. Finde ich auch so süß. Oh, hat er Erfolg gehabt? Das Lustige ist, die Chefin, die eigentlich immer wieder sagt, ja, der soll sich an dich an meine Mädels ran machen. Ja, jetzt weißt du, warum. Mhm. Vielleicht sollte ich da nochmal nachfragen. Mhm. Ey, was läuft da zwischen euch? Mhm. Finde ich gut. Was soll ich nachfrage? Ja. Kannst ja auch mal andere in Verlegenheit bringen. Ach du. Finde ich total okay, wirklich. Meinst du? Ja. Meinst du nach den ganzen Nachrichten? Mit in der Prüfung, ey. Und? War das so schlimm? Ich musste mich kurz nochmal sortieren. Ach. Sortieren nennst du das? Ja. Ich bin sowas nicht unbedingt gewohnt. Wie? War das nicht immer der Fall? Nein, definitiv nicht. Das ist natürlich, naja. Okay. Ja. Tut mir leid, dass ich dich dann dementsprechend im Verlegenheit bringe. Das glaube ich dir nicht. Ach, bitte. Dafür hast du viel zu viel Spaß daran. Ach, bitte. Glaub mir doch. Nein. Glaub mir dabei bitte nicht. Glaub mir nicht total der Drecksack, aber okay. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ist dir nicht aufgefallen? Ach. Check part. Wehe, du sagst, du bist unmöglich. Ich kann dir auch sagen, dass du doof bist. Okay. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht? Das habe ich dir doch schon öfter gesagt. Ach, du warst das. Quatsch. Wollte ich irgendwas wissen schon? Äh, äh. Äh, was? Na, Quatsch. Mal Spaß. Ist okay. Ist vermerkt. Was ist vermerkt? Na, dass da eventuell noch andere Eisen im Feuer sind. Ich muss mal überlegen, wie viel in der Quatsch. Nein. Schwere Nöter. Oh ja, ich merke es. Tatsächlich nein. Eigentlich wollte ich ja gar kein Eisen im Feuer haben, sondern das machst du. Äh, ja. Ja. Entschuldigung. Hast du dich jetzt gerade entschuldigt? Ich habe es versucht. Hat ja gut geklappt. Mhm. Ist, äh, ist gar nicht aufgefallen. Du hast es versucht, okay? Geht's bemüht und so. Ja, genau. Als Fahrlehrerin weißt du ja, dass es durchgefallen ist. Ja. Ja, siehst du? Aber nein. Ich freue mich wenigstens. Nein, ich freue mich wenigstens. Es ist so. Ich wollte einen schönen Satz konstruieren und sage wenigstens dazu. Und wenigstens heißt immer irgendetwas, dass es noch besser sein könnte. Aber es kann es doch eigentlich immer, oder? Willst du mich jetzt zu einer Antwort, äh, herauslocken? Nein. Okay. Weil sonst hätte ich jetzt... Ich leg dir deinen Satz zurecht. Sonst hätte ich jetzt einfach ganz trocken gesagt, naja, aber geht halt nicht besser, ne? Aber... Na gut. Touché? Nö, in dem Fall nicht. Warum? Warum? Jetzt bin ich verwundert. Warum das denn? Was, nun mal nicht immer. Verdammt. Nicht immer sagt sie. Nö. Mhm. Ich dachte vorhin wirklich, du meinst mit dem Tornado einfach nur... Weiß nicht, dieses ganze Drama durch die Jets, die da rumfliegen. Nee, gar nicht. Ich hab das überhaupt nicht mitbekommen. Ich hab halt auf Venture gesehen, ja, okay, Jets sind am Fliegen. Mhm. Und danach hatte ich halt durch die Arbeit gar nicht weiter drauf geguckt. Ja, klar. Deswegen hab ich sie ja auch geschrieben. Mhm. Also... Da stand ich aber gehörig auf dem Schlauch. Ja, Füße hoch, ne? Mhm. So auf dem Schlauch stehen ist nicht immer das Beste. Nein. Nee. Das ist ja nicht das, wo du dich hinbegeben wolltest oder so. Das hätte ich wahrscheinlich kurz angerufen oder sowas. Mhm. Ich hab das auch nur wirklich per Zufall... Äh, hattet ihr auch einen Stromausfall? Ja, aber nur ganz kurz. Äh, wir auch, ja. Ich hab dann nur noch so trocken gesagt, zum Glück fahren wir keine Elektroautos. Ich hab mich direkt auf den Boden geschmissen und hab, ich hab so, so, teilweise noch die Bigfoot-Sounds auf dem Handy direkt abgespielt. Echt jetzt? Ja, weißt du was, reagiere ich schnell. Oh, das ist gut. Ähm, ja, ich hatte die Horror-Sounds leider nicht mehr drauf, aber... Ähm, warte, was hatte ich? Ich glaub den hier. Oh, das ist gut. Mhm. Oh, weißt du, was interessant wäre? Verrat's mir. Sorry, ich bin jetzt mal so richtig blöd, wo du Bigfoot ansprichst. Mhm. Sprichst, ob man irgendwie sowas wie so eine Art... Wir hatten's halt vor kurzem so aus Spaß, ne? So eine Art Dino-Park oder sowas machen könnte mit den State Park Rangers zusammen oder sowas. Okay. Das ist jetzt ganz... Ist total abgefahren jetzt, ne? Aber das wär total spannend, so... Ich weiß nicht, ob man sowas machen könnte. Oder grundsätzlich so eine Art Safari, weißt du, was ich meine? Mhm. Das wär zum Beispiel extrem spannend. Ja, Safari ist halt schwierig, ne? Wenn du die Tiere immer in ihren... Ja, in ihren natürlichen Lebensräumen störst, ist das auch nicht so gut. Natürlich. Deswegen eher mit Dinos, weil ich kenne keine Lebenden. Nicht? Musst dir mal meine Grandma vorstellen. Ich hab jetzt gedacht, jetzt sagst du, ja, aber einer sitzt neben mir, dann hätte ich jetzt aber... Nein. So alt bist du ja auch noch nicht. Ach, zum Glück sagst du das. Für mich gleich wieder fünf Jahre jünger. Nee, aber so, so... Also, ich weiß nicht. Auch sowas wie, ähm... Was ich mir sehr schön vorstellen könnte, ist auch so... Also, ich weiß nicht, ob die Leute das interessant finden würden. Ich weiß nicht, aber... Ich weiß nicht, aber... Also, ich weiß nicht, ob wir drei Jahre jünger. Okay? So, ich weiß nicht. Alles in dieser L Patrige ist ja noch nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja dar. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, also an die Skelette ranzukommen, stelle ich mir halt sehr, sehr schwierig vor. Nee, vielleicht so ein bisschen anders, ja. Was ich mir vorstellen kann, ist auch sowas wie, ach Gott, so Ausstellungen oder so, weißt du, was ich meine? Ja, also ich weiß, das ist jetzt total weit gedacht, aber ach, ich weiß nicht. Da denkt man sich immer wieder so, oh, was ist immer interessant? Also ich meine, an die Skelette ranzukommen, keine Frage, ne? Ja, das muss, das, ja. Ja, ich meine, ich habe heute natürlich auch innerlich so ein bisschen geflucht, weil trotzdem freundschaftlichen Verhältnis, aber Paradise hat einfach mal militärische Unterstützung und alles für ihr komisches Alamo-Dings da bekommen. Das ist so, wow. Und? Ja, das sind halt Sachen, da haben wir noch überhaupt keine Kontakte oder Möglichkeiten oder sowas. Ja, dann. Ich bin da dein Mann, also. Ich gehe da einfach rein und sage, guten Tag, habt ihr gehört, ihr macht Unterstützung? Habt ihr Bock? Ja, mal schauen, also ohnehin erst, wenn wir wieder die Kapazitäten haben. Ja, das glaube ich. Aber es zeigt halt wieder auf, dass wir da noch stark hinterherhängen. Ach, das glaube ich gar nicht. Ihr macht ja so richtig gute Events. Das wird sich am Freitag zeigen. Warum? Die Beachparty. Das ist ja unsere erste eigene. Mhm. Ach, das wird schon. Und außerdem, es muss ja nicht immer pompös sein, ne? Das stimmt. Weil zum Beispiel ein großer Kritikpunkt ist ja immer an... Ach Gott, wie hießen das nochmal? Da, Chumash, da ist doch dieser eine... Ist das ein Club oder so? Mhm, After Hours. Genau. Da ist ja immer die große Kritik, dass viele Leute, da sich gar nicht die Tickets, also gerade die frisch hier sind, gar nicht leisten können. Mhm. Oder halt auch so ein Omega oder sowas. Ja. Und deswegen freuen sich, glaube ich, auch viele auf so kleinere Sachen. Mhm. Ja, ich meine, das wird sich sowieso nicht rechnen. Also es wird eher ein Minusgeschäft. Aber da geht's mir ja darum, in Vespucci auch mal was zu veranstalten. Ja, ja, ja. Wird spannend. Mhm. Und du verpasst das. Es tut mir leid. Beim nächsten Mal dann. No. Ich könnte jetzt auch sagen, du verpasst auch meine Gottesdienste manchmal. Wenn du sie einfach so ohne Vorwarnung verschiebst. Oh, mich auch anzuschreien. Meine Güte. Nein, nicht. Es tut mir leid, aber du hast recht. Ich mach doch nur Spaß. Recht hast du trotzdem. Kann man ja auch mal sagen. Na. Diese gespielte Bescheidenheit. Kann man auch mal sagen, sagt sie. Ja, ich hab damit kein Problem. Kann man auch mal sagen, als ob so nach dem Motto, ne, also beim nächsten Mal, dann geb ich dir nicht recht. Nein, aber klischeehaft ist es doch, dass Recht geben sehr, sehr schwer fällt. Ja, das ist wirklich so. Deswegen, ich hab damit kein Problem. Ja, und ich bin bescheiden. Weil ich das immer nach wie vor sage, jeder kommt, wenn er oder sie kann. Und nicht zwingen nichts, kein gar nichts. Hab ich auch nichts von. Hat mir denn jetzt schon wieder geschrieben. Oh, mein Freund aus dem State Park hat mich, hat geschrieben. Hm. Justin? Nein, der Kumpel von Justin. Ach so. Ja, deswegen. Übrigens, eventuell postest du nochmal, dass es keinen Gottesdienst nächste Woche gibt. Wenn die Leute schon bei einem geposteten Hinweis, dass es sich um einen Tag verschiebt, trotzdem bei der Kirche stehen. Ist es vielleicht nicht verkehrt? Ich hab Pater Kalle informiert, er soll sich drum kümmern, dass ein Gottesdienst stattfindet. Ach so, okay. Das liegt jetzt nicht in meiner Hand. Deswegen hab ich gesagt, ich weiß nicht, ob Pater Kalle was macht, aber. Ah, okay. Das ist, der hat gesagt, der macht was. Also zu mir. Aber ich wette mit dir, der wird nichts machen. Wahrscheinlich, ja. Ja. So ein Typ ist das halt, ne? Ja, das gibt's doch nicht. Was denn? Ihr sitzt doch hier nur. Hey, DJ. Ah, verdammt. Hast du mich grad Shoddy genannt? Was ist jetzt los? Ja. Ähm, da haben wir Nox und noch einen Live-Musiker. Oh Gott, den muss ich noch zurückrufen. Hm, DJ eigentlich nicht. Naja, weil das schon, ja, weil's schon, ja, aber es ist schon am Freitag und ich wollte halt eigentlich jemand anderes Vespucci haben, aber hab ich nicht angekriegt. Es ist ne Vespucci Beach Party. Ach, ähm. Was legt denn der so auf? Ne, Techno will ich nicht. Ne, ich will was, was zu Vespucci passt. Lateinamerikanisch, Spanisch. Wann bin ich denn im Lolitas, DJ? Ja, schön für dich. Wie heißt denn der? Kenn ich den schon. John kennst du, ja? Ja, Crane, den kenn ich doch. DJ, ich zieh dich irgendwann durch den Hörer. Ja, bitte nicht. Ich will den nicht hier haben, wenn wir gemeinsam ins Gespräch haben. Hm, was auf, ich werd mich nochmal mit Nox auseinandersetzen. Ob der gegebenenfalls, äh, dann aufteilen möchte, dass er auch ein bisschen auf die Party kann und dann, äh, melde ich mich bei ihm. Aber das wird nicht mehr heute sein. Ja gut, doch nicht. Was denn jetzt, No? Also ist er nicht zickig. Okay. Das möchte ich nicht wissen, wo der tätowiert wird. Nicht an so einen Stellen. DJ. Ich möchte mit diesem Mann noch zusammenarbeiten. Wenn der auf seinem Hintern ein Tattoo kriegt, möchte ich das nicht wissen. Ich dachte, ein Popcorn. Alles klar. Danke dir, bis dann. Ciao. Was nennt der mich? Shorty? Ja, Shorty. Dann. Was denn? Dünnes Eis. Warum? Jo, ich hab ihm gesagt, ich bin raus, weil er bei dir arbeitet. Hä, was? Jetzt hat mir der DJ geschrieben. Jo, ich hab ihm gesagt, ich bin raus, weil er bei dir arbeitet. Ja, okay, gut. Ciao. Finden wir auch andere. Ich bin da, ich, sorry, ich bin da einfach viel zu. Ich schreibe einfach nur, ich bin verwirrt. Ich merke gerade, McGill arbeitet sich gerade do und dämlich in Sandy. Ja, warte kurz. Ja, das möchte ich bitten, danke. Ist die Hose wieder oben? Das könnte natürlich sein. Okay. 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 Also, ja, den müssen wir noch so ein, ja, naja, wir wollen halt eben da auch die Chance bieten und mal gucken, wie er sich anstellt. Deswegen, also ich will den da schon noch anleiten. Ähm. Ne, nee, nicht Straßengöter, Welbe gefällt mir da besser. Streuner. Ein Streuner. Ähm, nee, gut, also du bestehst da jetzt nicht drauf, unbedingt mit aufzulegen. Okay, gut. Alles klar. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. dann pass auf deine hose auf und ja bisher nicht aber schickt mir auf jeden fall noch deine rechnung zu ja sehr schön das freut mich okay alles klar ja super nie dann dann weiß ich ja auch dass ich dich künftig öfter buchen kann ja alles klar gut dann danke dir für dein feedback und wir hören uns ist dann schau der will da gar nicht auftreten jetzt hätte ich dir von vornherein sagen können das machen die jungs immer so wie ja die die reden immer so ein quatsch der will das 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 von dir oder was auch immer und dann am ende sagt er nee sind gar nicht die wollen halt nur sich gegenseitig peinlich machen in verlegenheit bringen kennst du doch von mir nach naja generell war es doch der gedanke war gut und es zeigt ja dass sie engagiert aber es sollte halt auch stimmen ja aber dann würde dich selber anrufen ach man ärgere dich doch nicht um gar nicht sein ich ärgere mich nicht es ist einfach das wandelnde chaos warum einfach nur so shorty ich ziehe das nächste mal die shorts hoch bis zum anschlag okay erziehungsmaßnahmen soll ich mal vorbeikommen kann an der anderen seite ziehen ach so sag mal ne 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 bitte benimm dich ja das klang von dir gerade so motiviert nicht von mir ja du das schlimme ist du hast es gedacht du wenn ich sag ja ich ziemlich die hosen bis zum anschlag hoch soll ich mal vorbeikommen Ja, um ihnen vielleicht selber die Hosen hochzuziehen Weißt du, nein, willst du dich mal anreihen Es geht nicht immer um dich Ach, schade Ja, siehste, es geht vielleicht gerade um Detail, Erziehungsmaßnahmen Ja, richtig Siehst du Du wolltest schlafen Ja, ja Du schmeißt mich jetzt raus, willst du sagen Richtig Ich muss Ich kann den kürzeren Weg Nein, das hat schon mal jemand gemacht Das suchst du bitte nicht Ja, hier geht's rein Das war wirklich nicht schön anzusehen Ja, natürlich nicht Ah, meine Güte Spätestens 18.30 Uhr muss ich dann halt am Airport sein Das kriegen wir auf jeden Fall hin Was kriegen wir hin? Na, dass du um spätestens 18.30 Uhr da bist Ja, das wär nicht schlecht Sonst verpass ich meinen Flieger Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt was gegen Ich glaube, mitkommen ist ein bisschen schwierig Und deswegen ist er verpassen die bessere Option Achso Weil dann einfach, ja, ich hierbleiben kann Meinst du Richtig Gut kombiniert, Sherlock Ich sag nur Biber-Anhänger Naja, egal Lass mich in Ruhe Geh Ach So, okay, gut Jetzt sei nicht so Okay Also Ich werd angerufen Gleich Egal Warte mal Reverend Foreman Kommen mal, hier ist Mimi Kuito Hi Kann ich gleich nochmal zurückrufen in einer Minute? Hi, natürlich Dankeschön, bis gleich Warte mal Okay, ja Alles klar Ich Menschen machen Atmosphären kaputt Gut Ja, das hatten wir ja gerade draußen schon Ja, das ist super Man wird nie Ruhe haben Aber du weißt, wie das ist Deswegen müssen wir bis die Sonne aufgeht Na, egal Nein Nein Fährst du direkt nach Hause? Ich denke nicht Ich werd noch vielleicht ein paar Sachen noch fertig arbeiten, durcharbeiten Gut, dann warte ich jetzt nicht auf eine SRF Ich schreib dir trotzdem eine Auch wenn du schon schläfst Das klingt gut, danke Sehr gut Dann weißt du, ob ich überhaupt in Sandy angekommen bin Wenn die doch immer alles sperren Äh, ja, das stimmt Ja, wenn nicht, dann übernacht ich wahrscheinlich ein paar Lied Wenn du in der Kirche Naja, so ist das eben Hm Okay, ja, alles klar Dann Dann bis morgen, John Bis morgen Schön Und das Auto reizt sich doch hier gut ein Achso, Mimiko Ito Mochi Mochi Hi Ja Ich hab Ich hab Ihren Telefonnummer aus dem RTP von Wiesel Ja 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 Weil jemand mich auf sie verwiesen hatte Ja Ähm Ich wollte Also beziehungsweise ich bin gerade im Prozess davon einen Artikel zu schreiben zum Ähm Alamo Tag Ja Und von Paradise Entertainment konnten die mir nicht genau sagen Ähm Wer der ursprüngliche Organisator dieser Veranstaltung war Mhm Sie meinten nur, es wäre ein kirchliches Oberhaupt von Sandy Shores gewesen Ne, das ist nicht richtig, leider nicht Also ähm Da kann ich mir Also zumindest sind wir vom Faith and Social Center nicht darin involviert Ja gut, ich hab Sie konnten mir keinen Namen sagen von Paradise Entertainment und jemand anders hatte dann ihren Namen gedroppt so gesehen Nö, nö, also ich hab gar nichts damit zu tun Und Sind Sie Pastor von der Gemeinde dort in Sandy Shores oder wieso? Ich bin ein Palito Ähm Ja Also ist ein bisschen was Wir haben ja auch noch, dass in Sandy Shores eine Kirche gäbe Richtig Wissen Sie, wer Ihnen das gesagt hat? Einfach nur, damit ich das so Ähm Jemand von Paradise Entertainment, ein junger Mann, dessen Name ich mir leider nicht aufgeschrieben habe Mhm Ich kenn leider nie, ich kenn wirklich niemanden bei Paradise Ich kenn da auch niemanden Okay, das ist umso komischer Und Weiß ich nicht, der Herr kam mir sowieso dezent und wirklich vor, aber Okay, gut Mir egal Ich wollte nur nachgehakt haben, aber danke für Ihre Information Ja, selbstverständlich, sehr gerne Und äh, ja Falls da irgendwas sein soll Äh, äh, nochmal, was in die Richtung angeht, gerne nochmal kurz Bescheid geben Weil, ja Bye Super, dankeschön Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend Wünsche ich ebenso Bis dann Tschüss Wie kann es sein, dass ein Napier Da auf mich verweist Höchstwahrscheinlich war es Napier Man hat halt gar nichts damit zu tun So John muss was zu essen mitnehmen Ja, also ich hab nichts damit zu tun Und ich meine, man fragt ja nach Aber dass man da halt John mit reinziehen will, ist halt dumm Und ich hoffe, so unter uns Persönlich, dass Ähm, dass, ich sag's wie es ist Ähm, dass dann nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise Ähm Also Okay, Moment, ich muss euch so erzählen Ähm Ihr wisst ja, es gibt immer die Möglichkeiten Ähm, auf Ähm Meta Also Meta-Wissen einzu Ey Bis gleich So, da bin ich wieder Ähm, was wollte ich sagen Ähm Also Das Problem ist immer Ähm Ich hab immer Sorge vor Meta-Gaming Weil wir ja grundsätzlich hier Ähm Also was Caruso angeht Was Scarlet angeht Und was John halt angeht Immer gewisse Gespräche haben So Und jetzt hab ich so Ein bisschen die Sorge Wenn John fällt Kann auch sein, dass es einfach nur ein dummer Witz war Ich Zeichne Ich hake das erstmal darunter ab Äh Dass jemand sich einen dummen Witz erlaubt hat Und halt gesagt hat Ja, irgendein kirchliches Oberhalt Blablabla Der Papst Oder so Ja, nein, dieser John Foreman So Aus Spaß Ähm Ja, und das ist halt so der Punkt Wo ich dann halt auch sage Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht, dass jemand sich da einen dummen Spaß erlaubt hat Weil das würde mich ärgern Also sich eben diesen Meta-Grund herangenommen hat Ähm Ich geh jetzt erstmal nicht davon aus Weil es mir noch zu unkonkret ist Und mein Charakter jetzt dadurch nichts Schlimmes hat Es könnte sein, wie gesagt Dass sie einfach ablenken wollten John weiß ja Dass da irgendwas mit Napier ist Äh Weiß noch nicht was Und ähm Ja Grundsätzlich Ähm Wenn die so reagieren Heißt das entweder Dass Wieselius keinen guten Stand hat Oder sonst was Vielleicht haben die auch die Artikel gelesen Die müssen ja nicht mal sich unterhalten haben Oder sowas Ja, hallo? Lallo Lallo Wie geht's dir? Supi, alles Äh Sag mal Du bist doch im Norden Ja Wann ich mal, ne? Hast du da was mitbekommen? Wegen dem Sturm? Nee, gar nichts Okay, gut Ich hab nämlich auch gar nichts mitbekommen Ich hab das jetzt nur in den News gelesen Und Ich hab ganz vergessen die Ange wegzulegen Fuck Äh Gänne ich jemanden? Ja, nee Also ich hab gar nichts mitbekommen tatsächlich Okay Okay, super Äh Tatsächlich Ich hab jetzt doch noch ein paar Sachen Die ich erzählen kann Äh Okay Wenn du noch kannst Ich komm gerne runter Also, ne? Wenn du möchtest Komm ich gerne runter Ja Also Wenn du willst Können wir uns wieder beim Friedhof treffen Ja, das ist doch super Dann bin ich gerade auf dem Weg Und wir treffen uns auf dem Friedhof Ja, okay Ich brauche nicht lange Ich bin gerade oben noch kurz in Palito Ähm Und fahr jetzt runter Ansonsten lass dir Zeit Ja, mach ich, mach ich Kein Problem Check Bis gleich Bis gleich Mir ist das einfach nicht aufgefallen Aber gut Ähm Ja Ich werd jetzt in den Kofferraum gepackt Weil Das ist unlogisch Entweder gibt's eine Unsichere Stelle gerade, ne? Also Okay Was auch sein könnte ist Dass es eine Undichte Stelle gibt Äh Das ist halt auch so eine Sache Also das wär dann sowas wie zum Beispiel Der Mann von Dings, ne? Von Ähm Isabella Das wär theoretisch möglich Ja Aber ansonsten Es kann halt Tendenziel ja jeder sein Ich meine Er ist ja ein bekannter Typ Die wollten's anscheinend nicht sagen Und ja Da ist so der Punkt Ähm Ich hoffe nur nicht Und das ist immer so die große Sorge Die immer so wie ein Damokless Über jedem RP schwebt Ähm Das Problem ist Ich weiß, dass nämlich Karuso streamt Und das Damokless Schwert ist halt so ein bisschen Wir haben jetzt halt Kein Meta-Schutz gemacht Das müssten wir eigentlich Ähm Und das ist das Ärgerliche Und jetzt haben wir es vergessen Zu machen Natürlich ihre Videos Wurden jetzt schon geguckt Ähm Ich selber habe jetzt erst In der letzten Folge Das Ganze gemacht Mit Meta-Schutz Und ja Deswegen Weil wir haben ja einmal Darüber gesprochen Und Ich will einfach Auf Nummer sicher gehen Dass die Leute da nicht metern Auch unbewusst Ne? Also unbewusst metern Zum Beispiel sowas wie Ne? Die ähm Denken sich Okay mit dem Habe ich jetzt nichts zu tun Oder so Ne? Also Sagen wir es mal so Wenn ich Keine Lust hätte Mich in Gefahr zu bringen OC hätte ich Zum Beispiel Das mit Napier Beziehungsweise mit den Mit Malone Nicht gemacht So Weil ich ganz genau weiß Das sind böse Purchen Und sowas Ne? Ähm Klammert Wie mit Dem guten Napier Napier Oder so Äh Dass das halt Einfach Dass John Da halt hingeht Und die Sache da macht Ne? Gut er wusste es im Nachhinein Ja? Aber trotzdem Aber Gespräche werden hier nicht Also ich werde alles unter Meterschutz legen Ähm Da ich noch aufnehme Ist es nicht so wichtig Dass ich mittendrin Meta mache Meterschutz anmache Ähm Aber Wenn ich dann Streame Werde ich Meterschutz Häufiger anmachen Weil ich kann Ähm Ich kann das halt so nicht Ne? Also das ist super schade Weil niemand Also ich will auch niemanden Dadurch triggern Ne? Und ich weiß Ja man würde gerne Die Gespräche mithören Aber Es geht nicht Also Irgendjemanden Gibt es immer Der zu Irgendjemanden Dann rennt Und dann Irgendwelche Infos Ausgesehen Einstreut Oder vielleicht sogar Nicht nur Infos Einstreut Sondern Vielleicht so Ähm Ja Oder halt einfach Irgendwie was Macht was Dummes So Weißt du So Dann irgendwie Vermeidet Oder auf irgendjemanden Hinweist Und das ist ja das Problem Es ist ja nur ein Hinweisen Und ich gehe dann Genauso etwas aus dem Weg Ich kann es mir auch noch gönnen Also ich bin ja jetzt noch nicht im RP-Strang involviert Niemand bietet mir quasi diesen RP-Strang gerade an Und sagt bla 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 Und ich bin jetzt vorsichtig Auch als John So oder so Also John würde genauso reagieren Dass diesen RP-Strang ausschlägt Aber ich schlage ihn auch OC-Technisch gerade etwas aus Weil ich Nicht weiß was die von mir wollen Und ich erwarte halt Böses So sinngemäß Na ja mal gucken Wobei ich mir auch vorstellen kann Dass die dann sowas gesagt haben Wie Also Ich bin in dubio pro reo Oh jetzt bin ich gespannt No Das ist ja Wenn Wenn え Ich versuche Ich versuche und Ich versuche Und Ich versuche D Que D we Und Bern I Amen. Ich möchte da kurz auf Toilette gehen. Hi. Ja? Bist du schon da? Ich bin grad noch mit Alexey hier rum sprechen. Achso, ich hab ihn... Wo seid ihr? Ich bin noch im D gerade. Ah, okay, gut. Ja, weil ich bin schon am Friedhof. Ja, ich würde sofort kommen, ne? Ja, ja, ich bin... Ich geh nur mal kurz auf Klo, ne? Okay, gut. Super, bis gleich. Bis dann. Ich werd, wie gesagt, ähm... Ja, diesen RP-Strang halt nicht nehmen. Äh, ich rufe mal... Ist jemand noch im Dienst? Nein, ich bin allein im Dienst. Super. Gut, ich bin, äh, gleich, äh, wieder da. So, da bin ich wieder. Ähm, ich wollt nochmal Mimiko Ito anrufen. Moish moish. Hallo. Hier ist nochmal Reverend Foreman. Hi. Hi. Was geht? Ich, äh, wollt nochmal anrufen. Äh, ich war vorhin ein bisschen irritiert gewesen. Äh, ja, also ich weiß nicht, woher die Info kommt, aber wie gesagt, einfach... Ähm, wie gesagt, vielleicht wollte man einfach keine Info geben oder sowas. Wo? Und, ähm... Ganz kurz, Moment. Oh so. Und es kann halt sein, dass, ähm... Ja, dass das... Also, wie gesagt, ich hab da nichts mit zu tun gehabt. Ich hab... Also, ich wusste... Hab ich so... Okay. Okay, gut. Nö, einfach nur so. Ich wollt nochmal, dass ich... Sorry, ich war so durcheinander deswegen. Aber... Ich weiß auch nicht, wieso die mir nicht sagen konnten, ähm... Wieso das nicht geht. Ja. Ähm... Wollten die am Anfang keine Informationen geben und haben dann gesagt, ja, so... Dieser... Irgend so ein geistliches Oberhaupt oder so, oder wie war das? Wollte eine Frage. Ein kirchliches Oberhaupt von Sandy Shores. Sowas in die Richtung haben die gemeint gehabt. Ich hatte nachgefragt, wer der Organisator ist. Und da meinten, ja, jemand aus der Gemeinschaft von Sandy Shores. Hm. Wer denn? Ja, so ein kirchliches Oberding und so. Ja, wie heißt er denn? Oh, ich weiß halt keinen Namen nicht, aber er kann aus gesundheitlichen Gründen grad nicht da sein. Ah, okay. So ungefähr war die Konversation. Okay. Und wie, wie kam mein Name dann da rein? Also einfach aus Spaß? Ähm... Paradise hätten auf mich verwiesen. Nein, nein, haben sie nicht. Weil das wär komisch, weil ich kenn die nämlich nicht. Da hätt ich mich nämlich gefragt, woher das kam. Aber ja, gut. Nee, nee. Alles gut, also... Ich hab damit halt rein gar nichts zu tun. Aber gut. Das haben sie ja schon so mitbekommen. Schön. Nein. Aber es ist auch schön, dass ich sie mal jetzt so am Telefon zumindest kennenlernen konnte, weil, ja. Weil wir hatten uns, glaub ich, noch gar nicht getroffen. Hi. Ich bin auch sowieso gerade noch beim Schreiben des Artikels und das einzig interessanteste war wirklich halt das mit dem Militär, finde ich. Echt? Dass sie dabei waren, oder wie? Ja. Ja, es war mal interessant zu sehen und gut zu wissen, dass die auch den gleichen Alltagsrassismus abliefern können wie jede andere Sau. Wie Alltagsrassismus, wenn ich fragen darf? Dieses typische, ähm, wo man sagt, Matene, ja, Gesundheit. Und ich so... Nein. Sayonara. Und dann so... Ach, sie sind Japaner. Nee, nur Chinese. Ach, dann hätte ich sie hier mit meinem anderen asiatischen Freund verkuppeln sollen. Und ich stand da so... Okay, tschüss. Ja, okay, gut, das ist echt unangenehm. Ja. So was macht man nicht, nee. Aber ehrlich gesagt, ich muss auch zugeben, ich hab das auch hier schon erlebt. Also, ich meine, ich bin Engländer, ja. Ich bin hier auf dem Iren getroffen und der hat mich auch komplett so... Ja, fertig gemacht. So, ja, wie kann das sein? Du bist, äh, Brite, so... Geh am besten sterben und sowas. Also, das ist... Das ist jetzt... Was denn? Krass. Geh mal sterben. Boah, das hatte ich auch noch nicht. Ja, also, die Leute sind halt echt unverschämt zum Teil. Deswegen. Ja. Aber, gut, dann, ähm, freut mich auf jeden Fall nochmal für die Info. Weil, Altwarte, damit ich das für mich ordnen kann. Nicht, dass irgendwie Gerüchte aufkommen oder sowas. Weil ich hab damit nichts zu tun. Hm, am besten Willen glaube ich, dass das eher eine Inszenierung der verschiedenen Behörden war, als dass wirklich irgendwas mit der Gemeinschaft von Sandy Shores zu tun hatte. Weil ich habe auch versucht, die Person, die von Hanni Steiner war, darauf anzusprechen. Mhm. Und sie so, ja, wir wurden ja doch nur hier rauf, ne? Wir wurden doch hier nur für bezahlt, dass wir hier da sind. Hm, okay. Ähm, was? Ja, wir wurden hier nur gebucht. Okay, mir war bekannt, dass es eine Kooperation ist. Ähm, ja gut, könnte man auch so nennen, ja. Und die war total desinteressiert. Und deswegen hab ich das auch gelassen. Ja, gut. Ja, schade, dass man, aber das ist so etwas, was ich immer wieder mal mitbekomme, dass man nicht so gern mit Weasel News sprechen möchte. Also, weiß jetzt nicht. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber grundsätzlich vielleicht mit Presse nicht, ich weiß nicht. Ob man da so ein bisschen skeptischer ist oder sowas. Sehr gut. Ja. Aber ich weiß es nicht. Äh, ist einfach nur so ein bisschen meine Erfahrung. Ich hätte auch mal so einen Fall gehabt mit einer Person. Okay. Ja gut, ich möchte nicht weiter beim Schreiben stören. Nein, sie stören nicht, ich bin fast fertig. Ah, das ist schon zu hören, freut mich. Ja, ich hab halt grad noch zwei Freunde vor mir stehen, deswegen sagen wir es mal so. Ach so. Genau. Ja gut, dann. Aber wir treffen uns sicherlich demnächst mal bei Weasel News. Mhm. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, danke nochmal für die Info und danke für den Anruf von vorhin. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst. Sicherlich. Gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Tschüss. Matene. Habe ich trotzdem irgendwie gemacht. Ja. Leute von heute. Abend. Abend, ja. Abend. Das ist der richtige Ausdruck. Eben, ich habe eben einen ganz komischen Anruf reinbekommen. Ja. Das war, also, aber das war, ich habe jetzt verstanden, woher das kam. Das war so, irgendjemand hat gesagt, ähm, also jemand, also von Weasel News hat jemand gefragt, bei Paradise nachgefragt, wer, ähm, diese, ähm, wer diese Alamo Party da veranstaltet hat. Und die sagten aus, keine Ahnung, aus Witz vielleicht, weil sie nicht reden wollten oder so, ja, irgendso ein geistliches Oberhaupt. Und das führte dazu, dass sich die Kollegin von mir mit jemandem unterhalten hat. Und diese Person sagte dann, ja, ruf mal den Vormann an, der ist ja Priester. Und das war ein großes Gefühl, aber ich habe mir gedacht, ich bin kein Initiator von nichts. Danke. Du hast auch keine Ahnung, wer das war. Nee. Nee, keine Ahnung. Ist mir auch egal, war wohl anscheinend, ja. Einfach nur ein bisschen komisch. Ja. Und wie geht's euch? Ja, ganz gut, bis auf das Bein. Leider noch nicht verheilt. Na, dauert noch lange, ja. Also du gesagt, ein bis zwei Tage, äh, oder nein, zwei Tage soll ich, äh, mich nochmal melden wegen Nachuntersuchung. Ich werde nochmal geguckt. Ah, ja, okay, gut. Dann hoffe ich doch das Beste. Ja. Ach, Mann, 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 Mann. Was machst du noch für Sachen, ne? Große Stürze. Ja, ich kann da leider nichts für. Ja. Hab ich auch gesagt, äh, zu meinen, äh, mein Chef hat gesagt, mein Gott, Herr Borislav, sie machen Sachen. Hab ich gesagt, ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, äh, Entschuldigen brauchen sie sich dafür nicht. Vor allem, sie können ja nichts für, sie saßen daneben. Aber das wusste ich ja auch gar nicht mehr. Äh, war das, äh, hat Justin sich dafür entschuldigt? Justin ist auch nicht gefahren. Okay, gut, dann. Ja. Dann ist es ja noch besser. Ja. Aber meine Kollege, äh, Herr hat sich entschuldigt auf jeden Fall. Die Person, die gefahren ist. Na, sehr gut. Ja, das ist immer richtig. Ganz sehr. Herr hat sehr schlechtes Gewissen. Na, okay, okay. Meinst du, es geht wieder auch mit dem Autofahren oder gar nicht noch? Noch gar nicht leider gar nicht, ja. Ja, sobald ich das bewege, tut es wäre. Ah, scheiße, scheiße. Naja, so wie es immer ist. Gerade bei so einem Sturz, ne? Ja, ja, vor allem so eine Höhe kann man glücklich sein, dass man noch stehen kann, sozusagen. Und dass ich irgendwann auch wieder vernünftig laufen kann. Mhm, mhm. Ja, eben. Glücklicherweise. Haru? Ja. Kennst du eine Mimiko Ito, heißt sie mit Nachnamen? Ja, kenn ich. Woher? Darf ich nicht sagen. In Turner? Okay, das gibt jetzt keinen Sinn. In Turner. Wir gehen drei Schritte weiter, ich bin im Dienst. Ja, aber Alexei nicht. Also ich, ich kenne, ich kenne, ich habe Mimiko, ähm, tatsächlich, ähm, kenne ich sie jetzt auch, für Zufall. Und deswegen, einfach nur so über vier Ecken wollte ich wissen, ob du sie kennst. Ja, kenne ich. Ist ja eine ganz liebe Person, ne? Willst du damit was anspielen? Was? Nein. 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 Ich fühle mich gerade nur wieder Love Doctor zur Zeit, ja. Weißt du vielleicht was von ihr? Äh, soll ich sie fragen? Nein, ich kann doch selbst noch gucken. Wozu gibt's Venture. Glaubst du, die schreiben das alle rein? Ja. Ne, eigentlich nicht, sonst wäre ich letztens nicht. Naja. Was denn, ob die Single ist? Ja. Ja. Ich versuche gerade David. Ach, ach, du. Ach, 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 ach. Ich versuche gerade David mit einer Kollegin zu verkuppeln. Warte mal, wenn man nicht im Venture sich eingelockert hat, wird das auch nicht angezeigt, ne? Dass man das besucht hat. Genau. Super. Single. Beziehungsstatus Single. Also, Haru, die ist super. Die ist super, das kann ich dir sagen. Oh nein. Hobbys lesen am besten True Crime. Nee, danke. Oh ja, die ist da super, was das angeht. Oh Gott. Eine Kollegin von mir hat auch schon drauf geguckt, schön. Echt? Ivy Thompson? Ja. Weil Mimico arbeitet auch bei uns. Ah. Deswegen habe ich zu ihr gesagt, ja, ich freue mich, wenn wir uns mal irgendwann persönlich treffen. Geburtstag, 20 Januar 2003. Die ist vier Monate älter als ich. Soll ich sie fragen, ob sie vorbeikommt? Ich hatte sie gerade am Telefon. Hopp, warte, nein. Also, wo sie... Ich kann auch Justin anrufen. Nein. Warum solltest du sie anrufen und sagen, ja, willst du mal kurz zum Friedhof vorbeikommen? Das ist gar nicht unauffällig. Nee, wir gehen dann irgendwo in die Stadt oder so. Galician Square oder so. Oder hier Mirror Park. Und aus welchen Vorwand willst du sie herholen? Einfach so, dass man einfach, ob sie Lust hat einfach mit uns ein bisschen zu quatschen und so. Und dann gehen Alexey und ich. Alexey wird jetzt auf einmal so müde. Ich werde sowieso noch kaufen Sachen. Ja süß. Alles perfekt. Passt perfekt. Ja, sag ich. Ja, glaub mal, wie wir das Ei einfädeln können. Ich hab sogar noch bei mir in der Wohnung Wodka. Oh, das wird ruhig. Oh, das ist super. Wobei, nach dem letzten Bier ging es Haro nicht so gut. Ich brauch's. Oder fließ dich durch. Mir egal, kannst du gerne mal anrufen und fragen, ob sie vorbeikommen möchte. Ach was, ich check die einfach mal demnächst im Dienst ab. Nur für dich. Checkst die ab, alles klar. Du weißt schon Bescheid. Was? Dann werden wir es ja sehen. Mhm. Ja, äh, ich hätte noch eine Sache mit schon privat zu reden. Ja, das ist schon zu Leute genehmen. Super. Ja. Wollen wir kurz, äh, hochgehen zum... Alexey, wenn du, ähm, wenn du möchtest, also wenn das für dich auch eine Alternative ist, ich kann dich auch ins Fahrbüro lassen oder so, ne? Wie du möchtest, also so wie du... In welches? In das Fahrbüro, da unten, siehst du dieses kleine Häuschen? Ja. Kann ich dich auch, also wenn du Lust hast, wenn du dich dort setzen willst, da kannst du doch dort rein, wie du möchtest, da... Ich glaub, wir haben nicht mehr viel zu essen da, aber... Ja, dann setz ich mich da, mach hin. Ja, gerne, dann komm grad mit. Okay. Da ist halt auch eine Toilette und so, falls du dann noch musst oder so. Okay, ja, das ist ganz gut. Okay, ja, das ist ganz gut. Ja, 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 gut. Immer diese Vorurteile. Ist echt so. So. Dankeschön. Wir werden hier vorne wahrscheinlich genau vor der Kirche sitzen. Oh, okay. Echt? Ich wollte nämlich kurz nochmal hoch zu den kleinen Glas und gucken, ob der Zettel noch da ist. Achso, das können wir auch gleich machen. Können wir ja sogar... Äh, vorbei. Ach, gucken wir gleich. Wir setzen uns erstmal da vorne hin. Alles gut. Ja, du ruft mich dann einfach, wenn ihr bei dir trappt. Ja, gerne, gerne. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Was wirst du jetzt zuerst machen? Ja, dann gehen wir doch erstmal hoch, komm. Oh Gott. Dann können wir ja umfassen, wenn man läuft, oder? Ja. Wir sind ja multitaskingfähig. Ja, genau. Ist ja, ja. Erzähl. Ähm, zum einen wollte ich was kurz nochmal aufklären. Gestern meinte ich, habe ich ja jemanden nach Hause gefahren. Ja. Ja. Das war nur meine Arbeitsehefrau. Das hatte nichts... Warte mal, was? Du bist schon verheiratet? Also warte mal. Eine Arbeitsehefrau. Mhm. Ist sie Single? Nein, sie ist lesbisch. Ach, verdammt. Deswegen schwierig. Obwohl ich weiß nicht, ob sie lesbisch oder bi ist, aber nein, sie hat eine Freundin. Ja, okay, okay. Deswegen. Aber sie meinte, vor ihrem Tod wird sie noch zwei Gesichter vor Augen haben an Mainz und das von ihrer Freundin. Oh, das ist süß. Ja. Deswegen muss ich sie bald umbringen. Was? Bitte nicht. Nein. Nein. Super lieb. Äh, genau. Und da habe ich auch den Chef vom State Park nach Hause gefahren. Den wen? Den Chef vom State Park. Kenn ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, gut. Du weißt nur, dass er quasi der oberste State Park ist. Ja. Okay. Cool. Ja. So, die andere Sache mit der Arbeitskollegin, die ich so nicht leiden kann. Mhm. Da haben sich ein paar neue Sachen ergeben. Nämlich? Ähm, ein Kollege von mir hat sich jetzt sehr weit oben beschwert. Mhm. Ähm, und jetzt könnte es halt so aussehen, dass sie wahrscheinlich sogar gefeuert wird. Oh. Und jetzt bin ich sogar fast, äh, am überlegen, ob ich kurz interveniere und sage, hey, ähm, so weit wollen wir eigentlich nicht gehen. Mhm. Oh mein Gott. Der Zettel ist einfach weg. Der Zettel ist weg. Oh mein Gott. Das ist ja enttäuschend. Kann ich mal einen neuen Zettel schreiben? Ja, warte, 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 warte. Willst du einen schreiben oder soll ich einschreiben? Ich hab keinen Notizblock. Warte, ich geb dir ein Post-it hier. Hier hast du auch gleich einen Stift. Ich stelle dir mal rein. Okay. Ah, Rosenrot, Feißchen sind Blau. Hau der Person rechts und die eine rein. Eh, gut. Okay. Was würdest du denn sagen, ähm, soll ich da, sollte ich da eventuell mich auch mal melden, dass das quasi entschärfen oder einfach sagen so, ja, okay, äh, sie hat getan, was sie getan hat. Und da müsst ihr ja auch mit den Konsequenzen leben. Ich bin ehrlich, ich würde, ähm, die Chefs entscheiden lassen. Ich würde mich nicht dazwischenwerfen. Hat folgenden Grund. Ähm, je nachdem, was gesagt wurde oder über was sich beschwert wurde, wie sich beschwert wurde, heißt das ja letztendlich erstmal nur, dass, ähm, ein Sachverhalt aufgeklärt wird. Und wenn sie gekündigt wird, wird sie gekündigt und ich bin jemand, der da auch sehr ehrlich sagt, ähm, sie kann da aus Fehlern lernen. Weil wenn du sie zum Beispiel jetzt schützen würdest, hätte sie keinen Lerneffekt daraus. Sie würde einfach nur, ja, sie würde einfach nur so machen wie bisher, so nach dem Motto, oh, ich hab Glück gehabt, super, dann mach ich jetzt weiter. Oh, warte, ich muss kurz durchlesen, was ich nochmal geschrieben hab. Wow. Mhm. 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 Ich habe keine Ahnung, ich schreibe es einfach so, zack. Ich muss nochmal drauf gucken. Was weißt du, ne? Ich weiß nicht, warum nicht, falls wir wieder irgendwelche zwei Zankhände vorbeikommen. Ja, mal wieder, ne? Ja, gestern. Ob wir die jemals wiedersehen werden? Weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, ich würde einfach das jetzt erstmal so belassen. Je nachdem, ich sag mal so, man muss sich ja nicht immer sowas einmischen, weil man will ja nicht auffallen, weißt du, was ich meine? Was das angeht. Das ist eher so... Was ist, dass ich nicht auffallen möchte? Ja, dass man da gegebenenfalls auffällt, dass man Partei ergreift oder so. Das kann immer eine Position schwächen, weißt du? Mhm. Und das ist immer so, das wäre schade, wenn... Dann gehört eigentlich das Grab da auf der Insel? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das muss ja irgendeine gute Person gewesen sein. Das kann gut sein, aber ich kann es dir leider nicht sagen. Das wüssten wahrscheinlich eher die Morticians, weil denen gehört das. Der Friedhof im Grunde genommen. Also die verwalten den. Aber ehrlich gesagt, wie geht es dir sonst so? Hm. Hm? Ich weiß nicht. Also ich habe eigentlich nichts, was ich gerade beklagen kann. Und bis auf diese Hauptsymptomatik, dass ich so ein riesiges Haus habe, für das ich super viel Geld zahle und was mir am Ende nichts bringt. Naja, du hast eine schöne große Wohnung, ne? Ja, ich weiß, aber ohne Ausblick. Ohne Garten oder sowas. Mhm. Hm. Naja, ich meine, in sechs Wochen kann man immer nochmal anders überlegen, weißt du? Ja, aber ob es dahin irgendwas Besseres gibt? Oder muss man einfach abwarten, denke ich. So, aber jetzt genug von mir, jetzt kommen wir mal zu dir. Ja, erzähl. Ja, du erzähl. Hä? Ich glaube, kommen wir zu dir. Ja. Was meinst du, was es bei mir Neues gibt? Lese mir meine Zukunft. Weiß nicht, hat sich irgendwas ergeben noch mit der Dame von der Fahrschule? Wenn du es sehr arg für dich behalten kannst, kann ich dir da was zu erzählen. Bisher habe ich auch das mit der Fahrschule-Lady immer noch für mich behalten, deswegen denke ich, kann ich den Rest auch noch für mich behalten. Das stimmt eigentlich. Ich sage es immer einfach nur, um mein Gewissen zu beruhigen, weißt du? Tatsächlich ist es so, wir haben gestern sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich würde mal sagen, man ist sich schon sehr nahe gekommen. Und ich habe jetzt auch erfahren, dass ich der Grund bin, weswegen sie sich scheiden lässt. Oh. Das ist ein bisschen, ja. Unangenehm, aber... Unangenehm. Sehr unangenehm. Also mich nämlich... Ich glaube, du hast mich noch angerufen, während ich bei ihr war heute. Wir hatten noch ein bisschen gequatscht, also, ja, nun. Naja, weißt du, also, wenn sie jetzt ihren Mann dafür verlässt und du dann einfach Nein sagst, wäre dann... Na? Ich glaube nicht, dass ich mir das sagen würde. Ähm, was? Würde ich dir auch raten. Ja, ich glaube, das ist... Ich glaube, das hat man gestern schon mal gemerkt. Also, was ich auch beim Gespräch mit dir erstmal gemerkt habe, auch beim ersten Mal, als du mir davon erzählt hast, also... Was musst du weiter verfolgen? Ja, ich sag mal so, ähm... Viel fehlt nicht, als dass man uns wirklich als Pärchen bezeichnen kann. Das ist halt so der Punkt. Man sieht uns halt nie so in der Öffentlichkeit, aber ja. Ja, die Sache ist nur, wenn er jetzt ihren Mann rausfindet... Mhm. Dann wird's schwierig. Ich glaube, der würde nichts tun. Der ist dafür zu... Ich glaube, er hat selber damit abgeschlossen. Hm. Aber wie gesagt, äh, da lässt man halt viel Zeit auf sich jetzt zukommen. Tja. Und mit der PD-Officerin? Ach, mit der... Die meldet sich gar nicht mehr. Die sind PD versunken. Die kommt auch nicht mehr raus. Weißt du noch, wie die hieß jetzt? Nora. Nora. Mhm. Nachname oder Vorname? Vorname. Ich weiß jetzt nicht mehr den Nachnamen, den Spanisch. Nachnamen. Ich kenne... Ich kenne auch mittlerweile ein paar PD-Professor. Kannst du sie vom Aussehen her beschreiben? Äh... Ja, lateinamerikanisch halt, ne? So... Eher bräunlichere Hautfarbe, schwarze Haare. Ja. Okay. Nö, sagt er. Ja. Hm, hm, hm. Ja, ne, deswegen. Die ist eigentlich ne super... ...super Person. Und wie geht's mit deinem Bruder? Ja, der sitzt zu Hause und pennt. Der ist anscheinend so fertig noch vom Flug. Das glaubst du gar nicht. Hm, aber er hat übrigens einen Patientenakt, glaube ich, gesehen. Ach, hat er, ja? Ja. Oh, gut, aber man hat wenigstens daran gedacht. Meine Güte. Ich, äh, ja, gut. Ja, ist so, ist so. War ja schon länger hier als du, ne? Ja, ja, der war schon vor mir hier, hat er mir auch erzählt. Ja. Hast du ihm auch schon davon erzählt, von der Farschu-Dame? Nein. Er weiß es noch nicht. Er weiß noch nicht von seinem Glück. Dass ich vielleicht irgendwann wieder ausziehe. Achso, wirst du ausziehen oder zieht sie zu dir? Nee, das weiß man nicht. Das weiß niemand. Das, äh, so weit sind wir tatsächlich noch gar nicht. Aber er weiß noch nicht von... Also, wenn es so läuft wie jetzt, dann ist das absehbar, dass ich... Ne? Dass man da... ...irgendwann mal zusammenzieht in weiter Ferne habe. Hm, dann müsstest du ja eventuell wegen die Stadt ziehen. Eventuell. Und was ist in der Stadt des MD? Hm. Und du bräuchtest mehr Geld für zwei Personen. Oh je. Hm. Doof, ne? Wenn es da wohl nur einen Job gäbe, der das alles regeln könnte. Ja, da hast du vollkommen recht, ne? Ich muss da echt nochmal überlegen. Aber sag mir, wie... Ähm, ich werde Rechtsanwalt. Nein. Oh, 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 oh. Das war richtig trocken, Arsch. Äh, wie sie... Ich wollte mit dir mich noch über eine Sache unterhalten, die mir persönlich so aufgefallen ist und wo ich einfach mal einhaken will. Du hast gesagt, du willst Menschen helfen, ne? Mhm. Da wollte ich einfach mal fragen, ähm, wie... Weiß ich das... Ich fand das... Ich fand den Gedanken von dir schön, deswegen... Und da wollte ich einfach mal fragen, wie... Wie regelst du das so persönlich, ja? Wie siehst du, wie du Menschen hilfst gerade? Naja, zum einen durch meine Arbeit im MD. Mhm. Und zum anderen... Ähm, naja... Ich versuch zu... Wie du gestern beim Fried... Ne, war das gestern? Vorgestern? Ich weiß gar nicht, ne? Im Friedhof, ne? Wenn ich halt irgendwelche Personen trauern oder leiden sehen... Da leiden sehe... Dann... 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 Hab ich halt irgendwie dieses, äh... Ich muss zu dieser Person hingehen und... Und sie trösten. Ich muss sie irgendwie... Sie aufheitern. Mhm. Verstehe ich. Ich finde dich schön. Finde ich schön. Weil ich hab mich so persönlich gefragt, weil... Ich meine, ich muss... Ich stelle mir auch immer die Frage, so... Was ist so das Ziel, wie ich Menschen helfe? Was ist die Vorstellung, die ich habe? Und da ist halt eben... Da schwingt immer so die Frage mit... Naja, es ist... Reicht es, freundlich zu sein? Weißt du, was ich meine? Reicht es, ähm... Tue ich genug oder tue ich zu wenig oder tue ich viel zu viel oder so, ne? Und deswegen wollte ich einfach mal von dir erfahren, wie du das so siehst. Also, wie das bei mir so, wie ich das so mache, ist halt unterschiedlich. Wenn ich die Person kenne, dann versuche ich die eben einfach abzulenken. Nämlich halt irgendwas mit ihr unternehme, keine Ahnung, indem ich halt einfach habu bin. Mhm. Aber wenn ich die Person nicht kenne, dann gehe ich zu der Person hin und versuche erstmal ernsthaft mit ihr zu reden. und zu fragen, wie es ihr geht. Mhm. Ja, weil ich hab nämlich, also, wofür ich dir auch sehr dankbar bin, ich bin auch mal froh, wenn du... Du, zum Beispiel, wenn ich dich frage, so kennst du die Person, ob du mir dann aus... Also, so von dir aus... Und dann jetzt nicht interner, sondern einfach so von dir aus sagen kannst, kannst du die Person einschätzen. Das hilft mir immer zum Beispiel extrem viel, ne? Das war so etwas, wo du mir auch immer wieder mal so die Möglichkeit gegeben hast, so zu sagen, okay... Ich kann entspannter in den Tag gehen, ne? So wie zum Beispiel mit dem Typen letztens, der sich nie wieder gemeldet hat. Ich bin nicht gut im Einschätzen von Personen. Ich dachte, du bist sehr gut im Einschätzen von Personen. Ja, aber zum Beispiel, wenn Leute mir Suspekt vorkommen, weißt du, da hast du mir ja schon mal beim letzten Mal sehr gut geholfen, ne? Also, wo ich den Anruf bekommen hatte und ich mich hier mit ihm treffen sollte. Weißt du? Mhm. Und das hat mir, dass du da zum Beispiel einfach nur gesagt hast, hey, ich weiß jetzt nichts über den, dann... Na, so, dass ich einfach die Ruhe weg habe und sagen kann, okay, der ist jetzt erstmal zumindest in der MD nicht negativ aufgefallen. Weil das ist auch nicht immer so einfach. Naja. Also, ich wünschte, ich könnte halt sagen, dass ich die Menschen gut einschätzen kann. Das klappt auch in 90% der Fällen, aber es gibt halt dann immer noch so ein paar Prozent der Fälle, die halt wirklich einmal so gut ihr Farachs Gesicht einfach verbergen können. Oh ja. Kann dann selbst ich nicht mehr durchschauen. Oh ja. Oh ja. Das ist wirklich so. Also, diese Menschen gibt es immer wieder. Deswegen, ähm, bin ich da immer ganz glücklich, wenn ich da so eine Info bekomme oder nicht. Oder, weißt du, wenn ich einfach nur so die Gewissheit haben kann, okay, Haru macht sich jetzt keine Sorgen, dann weiß ich, dass ich da entspannt hingehen kann. Ja. Mindestens, äh, kann ich dir schon mal sagen, bei David hatte ich zuerst kein gutes Gefühl, tatsächlich. Ähm, das Gefühl hat sich jetzt noch nicht wirklich gebessert. Ja, ich stimme dir zu. Ich kann dir auch so im Geheimen sagen, auch Alessa ist genauso gerade. Alessa hat auch gerade so ein bisschen Probleme mit David, auch mit dem Vertrauen, gerade durch das, was da jetzt so in diesem ganzen Kreis passiert ist, weißt du? Ja. Das, das, das versteht man auch. Aber, äh, insgesamt kann ich eigentlich sagen, dass ich bei jedem Menschen, äh, so einen gewissen Grund, äh, Grundmisstrauen habe, weil ich weiß, dass Menschen sowieso irgendwie reden. Mhm. Egal, wie vertraulich es, äh, geredet wird. Mhm. Das finde ich gut. Das finde ich sehr wichtig, das ist auch etwas, was meine Devise ist, immer mit den Menschen zu reden, wo man weiß, auf die kann ich zählen, weißt du? Also zum Beispiel, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, ich weiß, dass ich, ähm, tatsächlich auch Alessa vertrauen kann, hat mich auch sehr gewundert, tatsächlich. Aber ich weiß auch zum Beispiel, ähm, dass ich so, äh, so zum Beispiel auch, ähm, der Fahrschullehrerin vertrauen kann, so weißt du? Das sind halt so Leute, wo ich weiß, okay, wenn was ist, dann kann man sehr gut drüber reden. Wieso nennen wir sie eigentlich die Fahrschullehrerin und ich bin ihr Name? Äh, Scarlett, ja gut. Ja, ich bin, ja, Scarlett. Ja. Ja. Eigentlich, das, was ich damit wirklich meinte, ist, dass, äh, ich zähle Dinge auch schon in dem Wissen, dass sie eventuell trotzdem weitergegeben werden. Mhm. Obwohl die Person, obwohl ich der Person eigentlich vertraue und mir sogar schwört, dass sie, äh, die Dinge, die Sache nicht weitersagt, weil so sind die Menschen einfach. Ja, dass sie es weitersagen, ne? Ja. Aber du bist nicht, so sagst du. Also, es ist jetzt eine blöde, dumme Frage, ja, die so sehr direkt ist, aber, äh, die ist einfach nur so mal so als, einfach mal so als Spiegel, als Spiegelung, weißt du? Das ist, das ist eine schwierige, schwierige Sache, weil, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich hab noch nie etwas weitererzählt, was mir im Vertrauen gesagt wurde. Ja, das muss ich auch offen sagen, hab ich, äh, das, das gab's auch schon bei mir. Aber, ich hab immer noch Geheimnisse von, von engen Freunden von mir, die ich halt jetzt so, schon, sehr viele Jahre mit mir rumtrage und noch keinem anderen weiter anvertraut hab. Hm, hm, hm. Hm, hm. Es ist wichtig. Es ist wichtig, genau solche Vertrauensverhältnisse zu haben, ne? Es kommt halt auch immer drauf an, wenn ich von einer Person, äh, wenn die Person, eine Person ist, die auch gerne quatscht, dann hab ich kein Problem damit, äh, dann halt auch ihre Geheimnisse rauszuplaudern. Also ich meine, wenn die Person generell nicht, damit meine ich jetzt nicht nur mich, wenn die Person generell auch von anderen Geheimnissen ausplaudert. Weil dann ist man halt auch einfach eine falsche Schlange und dann... Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und da stimme ich dir auch sehr zu. Manchmal ist es halt so, wenn es so unwichtige Dinge sind, ja, und man die aus Versehen mal dumm weiterzählt. Also mir passiert das so gut wie gar nicht, aber... Einfach so, weißt du, so unwichtige Sachen sind so egal, ja? Oder vielleicht, wo du noch sogar eine Diskussion irgendwie anbringen kannst, weißt du? Aber wenn... Oder eine Verbesserung von dem Umstand findest, ohne dass eben jemand... Also wenn es halt einfach total nichtig ist. Aber es gibt so Momente, wo man halt über Dinge reden oder nicht reden kann, oder vielleicht reden... Wenn sie einfach zu groß sind, weißt du, was ich meine? Wenn man so Dinge hat wie, keine Ahnung... Ach, ich meine, hey, du vertraust mich, ich vertraue dir, weißt du? Und wenn du mir da mal so eine kleine Info, sag ich mal, sagst, hey, pass auf dich auf, ja, da... Weil ich weiß ganz genau, dass ich das nirgendwo erwähnen kann, dass du quasi da so einen kleinen Tipp gegeben hast, so. Ja? Weil das ist so extrem wichtig, dass man diese Unterscheidung hat, ja? Ich meine, am Ende des Tages ist es so, da können halt Leute rumrennen. Stell dir vor, du hättest es nicht mir gesagt, sondern jemand anderem. Und der will dich halt einfach nur voll in die Pfanne hauen. Das gibt's auch immer wieder. Also, ja. Ja, erzähl, erzähl. Ja, ja, ganz gut schon. Ja, nee, ich resonier so ein bisschen immer darüber, was... was man sagen darf und was nicht, so, weißt du, und... Oder was man nicht sagen sollte und was nicht. Ja, also, es gibt halt immer noch so Sachen, die ich auch halt, die ich jetzt noch nicht erzählt hab. Ganz einfach, weil ich vertraue dir zwar schon sehr stark, aber das sind halt solche Sachen, die kann ich einfach, selbst wenn ich irgendwie der Person blind vertrauen würde, hundertprozentig selbst dann nicht anvertrauen kann. Im Prinzip hier meinst du, ne? Ja. Verstehe ich auch. Ist auch wichtig, ist auch wichtig, dass man genau das hat, ne? Ja, also zum Beispiel, angenommen, du wirst mir jetzt so erzählen, ja, ich hab jemanden umgebracht oder so, und ich würde sagen, ja, ich behalte das Ganze für mich. Und dann werde ich eben vom BD gefragt, ja, wissen Sie was und so. Dann kommt halt für mich auch immer so die Abwägung, ähm, ist das jetzt noch für mich quasi vom Nutzen, wenn ich das jetzt weiter für mich behalte? Weil, wenn ich das nicht für mich behalte, dann könntest du dich nur noch weiter in Schwierigkeiten bringen. Und, oder du bringst noch andere in Schwierigkeiten. Also, was ich damit meine, ist eben, manchmal gibt es halt solche Geheimnisse, wenn man die nicht quasi erzählt, dann würden sie halt der Person nur noch weiter schaden oder halt einer anderen Person. Ja. Und in solchen Fällen würde ich halt auch einfach mit Geheimnis erzählen. Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist genau das, so ein bisschen diese Alessa-David-Situation, weißt du? So, ich weiß, wie schlecht es zum Beispiel Alessa ging, weißt du, als sie immer wieder gehört hat, wie die Leute über sie lästern und sowas, weißt du? Und sie immer wieder sagt, ja, mir geht's schlecht, mir geht's schlecht, ich will nicht, dass die Leute schlecht über mich reden, ich bin nicht so und so weiter, ne? Dann hörst du das halt einfach von David, weißt du, was ich meine? Und David hat ja wirklich, also teilweise, ja, regt sich manchmal zu viel auf, weißt du? Und das Problem ist, dann verstehen das andere falsch und so weiter. Und das ist das, was du meintest, so, ich habe ein schlechtes Gefühl bei David manchmal. Ja, das ist halt jetzt so eine momentane Sache, wo ich sagen würde, ja, ich glaube nicht, dass er irgendjemandem was antun würde, aber das ist halt auch ein momentanes Gefühl. Und das ist so eine Sache, da kann ich halt die Menschen auch nicht einschätzen, weil sich halt Menschen auch ändern. Ja, eben. Ja, das ist halt auch so ein Punkt gewesen, wie du selber sagst, weißt du? Ich habe mir in dem Moment extrem Sorgen um dich gemacht, weil ich gemerkt habe, dass David so ausgetickt ist und ich weiß nicht warum. Einfach so wegen einem Gerücht, wo du ja noch nicht mal was damit zu tun hast. Eine Sache, die er selbst zu verantworten hat. Ja, anscheinend. Es war ja was, was er gesagt hat. Er hat ja gesagt, ja, diese Karre, die wurde von ihren reichen Freund bezahlt. Ja, das stimmt ja auch. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, Alex, der war ja auch dabei, ne? Ja, achso, dass das gesagt ist, meinst du? Nein, nein, dass David so ähnlich über sie gesprochen hatte. Ja, genau, das meine ich ja. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ja, genau, da war er dabei. Ja, klar. Aber ich habe das halt so auch nicht weitererzählt eigentlich an Marissa. Aber trotzdem, das ist halt so eine Sache, die halt irgendwie das Fass ins Rollen bringt und dann halt, ne, so entwickeln sich halt Menschen dann irgendwann. Ja. Eben. Und es tut mir halt auch leid dann, weißt du? Weil ich meine, da geht ja wirklich jetzt gerade eine Freundschaft zwischen denen kaputt. Mhm. Also wegen einfach nichts. Es ist ja wirklich nichts. Das Problem ist so sinnlos, so nichtig. Er hat es ja wahrscheinlich nicht mal ernst gemeint. Also, ja. Dann haben wir nicht nachgedacht. Dann haben wir nicht seinen Kopf eingeschaltet. Das ist halt jetzt auch so eine Sache, die ich selbst von mir nicht so genau sagen kann. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand, äh, jetzt dir was antun würde und dann irgendwelche Freunde von ihm, die von mir irgendwas antun würde, was ich dann für eine Person werden würde. Mhm. Ob ich halt dann auch so wie David dann einfach durchdrehe. Also, er ist jetzt noch nicht durchgedreht, aber... Er hat sich ja wieder gefangen, ne? Ja. Ja, das ist halt wirklich schwierig. Und, ja, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, ne? Mhm. Ich meine, du hast ja sogar jetzt vor kurzem Jahr einen Todesfall im Indy gehabt, ne? Mit Bella Harley. Mhm. Von daher. Aber er kannte die Person ja noch nicht so lange. Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber trotzdem hatte ich das ja mitgenommen, ne? Ja, ja, ähm. Weil, ähm... Wollen wir... Ich würde gerne auch kurz zum Grab nochmal gehen. Jawohl. Ja, gerne. Eigentlich ist der Hauptgrund nicht, äh, weil ich die Person kannte. Ich kannte die Person nicht so gut. Aber dafür zum Beispiel meine, äh... Meine, meine, meine... Ne? Arbeitsbeziehung. Ja, genau. Arbeits-E-V. Warte, ganz kurz, ich schreib Alex her, dass wir noch... Er soll da sich jetzt nicht dumm und dämlich sitzen, weißt du? Ja, richtig. Ja? Ja, meine Arbeitsehefrau, die bei der Beerdigung geweint hat, weil der Chief eine dumme Rede gehalten hat. Der Chief? Welcher Chief? Der Chief of Police. Äh, also der... Als der Commissioner? Commissioner, ja. Warum hat er eine dumme Rede gehalten? Der hat, ja, bei der Beerdigung vielleicht über sie geredet. Echt jetzt? Über Dinge, die halt nicht, äh, stimmen. Okay, krass. Also, laut ihr eben. Und... Mh... Sind einige Zettel... Mh... Von eben die Kollegen von mir, auf der eben draufsteht, ja, äh, weil du bist meine Mentorin gewesen und wirst das immer sein. Mh... Mh... Und... Wie empfindest du das, also wie empfindest du diesen Verlust eigentlich grundsätzlich? Ich meine, wie, wie empfindest du es, also... Bist du jemand, der jetzt sagt, ich würde mir wünschen, dass diese Leute im Gefängnis sind, oder? Du meinst die Person, die sie wahrscheinlich umgebracht hat? Mh... Person, keine Ahnung, wer das war. Ich hab da, ich hab ne Vermutung, aber... Mh... Naja, laut der Rede vom Missioner war das ja eine Person aus... Also, war das irgendeine... Aus Weinwood irgendeine... Mh... Gemachenschaft. Mh... Mh... Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich von den Personen denke, weil... Ich weiß nicht, was diese Person für ein Leben geführt hat. Also, ich meine damit, äh... Die Person, die sie umgebracht hat. Mh... Ich bin keine Person, die sagt, äh... Ja, Tod muss mit Tod vergeltet... Vergelt werden. Mh... Mh... Aber ich würde halt einfach gerne von dieser Person wissen, warum... Warum sie es getan hat. Mh... Gute Frage. Gerade sowas ist immer... Schwierig zu beantworten. Gerade wenn Menschenleben nehmen, ist ja jetzt nicht gerade mal... Irgendwie so... Einfach, weißt du, was ich meine? Ich frage mich halt in solchen Situationen... Gibt ja nicht viele Möglichkeiten, man... Also, es... Ein Töten aus Hass... Mh... Oder aus... Ja, eigentlich nur aus... Aus Bereicherung. Mh... Bei Hass kann ich... Verstehen, dass das halt einfach... Keine Ahnung... Einfach so in dem Moment vielleicht... Man einfach das Gehirn ausgeschalten hat... Aber Leute, die sich einfach nur bereichern wollen... Frage ich mich halt einfach nur... Warum... Macht man sowas? Hätte man... Was hatten die für ein Leben, dass die zu diesem Punkt gekommen sind? Mh... Ich glaube, sowas ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, wenn man so etwas tut. Du meinst... Jetzt von der Person selbst? Mh... Also, die Person ist sehr schwer einzuschätzen... Weil... Klar... Wie gesagt... Das kostet eine unglaubliche Überwindung, weißt du, was ich meine? Oder da muss halt ein unglaublicher Hass dahinter sein... Oder... Das muss normal sein. Wenn du dich jetzt erstmal einschätzt... Das gibt bestimmt noch viel mehr Ideen... Und was denkst du? In solchen... Fällen? Ich weiß es ehrlich gesagt so gut wie gar nicht, weil... Ich kannte weder sie... Noch kenne ich ihren Mörder... Noch irgendwen anders... Dementsprechend ist es schwer zu sagen... Ja... Das meine ich nicht. Ich meine generell in solchen Situationen... Äh... Was denkst du, was soll mit diesen Personen passieren, die... Minden ermordet haben? Ich bin ein Freund von Gesetz und Recht, weißt du? Dass Menschen... So ein Leid antun... Ich meine, ich weiß gar nicht, wie alt sie jetzt war... Aber... Dass sie... Dass sie... Ein Leben nehmen... Bevor es natürlich endet, weißt du? Das ist das große Problem, was ich daran sehe. Das ist das große Problem, was ich daran sehe. Von zweckendemel. Das ist das große Problem, was ich anfing, was ich daran sehe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich muss auf klo und viel geld ausgegeben so ein bisschen verpflegung ja man kommt ja nie raus so richtig deswegen verstehe ich muss auch mal gucken bis hin nur noch flasche wodka und ich bin fertig ist das ein klischee oder was also das mit dem wodka das ist immer so klischeehaft habe ich das gefühl ja dabei ich muss immer wodka haben ja gut das macht sinn um besuch wenn jemand besucht kommt immer flasche wodka stimmt einfach freundschaftlicher freundschaftlicher basis na ja genau ja das ist das ist gut ist auch mal gucken ah ich weiß was ich würde der ist gut sehr gut ja 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 das ist ja perfekt. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ne, ich musste mal Kaffee mitnehmen. Kein Kaffee mehr zuhause. Ui. Ist nicht gut. Stimmt. Kannst du doch auch schlecht aufstehen ohne Kaffee? Ja, extrem schlecht. Superschlimm bei mir. Du musst dringend immer Kaffee trinken morgens. Und eine Zigarette, wo wir gerade dabei sind. Ja. Die Lunge teeren, damit der Tod nicht ausrutscht. Das hab ich gar nicht gedacht. Lebensweisheit. Erstmal einen kräftigen Zug nehmen, du. Weil, damit ich überhaupt noch fahren kann. Sonst bin ich immer so müde. Ja, die ist auch spät langsam. Naja, ich muss auch langsam ins Bett. Die Frage ist, darf man hochfahren oder nicht? Boah, lass mal gucken. Ihr habt nicht ganz verstanden, was Haru meinte vorhin. Fertig auch nicht. Und? Fertig? Fertig mit Laufen. Okay, okay. Hier steht's vorhin gesperrt. Hierfür wurden zahlreiche Straßen durch die Einsatzkräfte des SAPD vorhin gesperrt. Wird empfohlen, aufgrund der Schäden vorsichtig den Norden der Insel zu befahren. Moment. Ah, hier steht's. Ähm, Joshua Road. Trailer Park. Ja, okay, gut. Joshua Road und Trailer Park. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich da nicht irgendwo in der Ecke wohne oder wie ich am besten hinfahre. Ja, toll. Die ganze Joshua Road. Die Joshua Road ist... Ah. Zieht sich bis nach Hause. Aber ich denke mal, was die eher meinen, ist dann, ähm, Harmony und sowas. Na, ich glaube, ich kann über den East Highway rüberfahren. Gut. Ja, da können wir ja gucken, wenn da nicht, dann kannst du ja auch bei mir schlafen. Ja, genau. Dann machen wir das so. Ja. Sehr gut, dann. Oder ihr bei mir. Ich hab ein großes Haus. Stimmt eigentlich, ne? Wir könnten alle bei dir schlafen. Oder so, ja. Ja, gut, dann. Wollen wir uns losmachen? Ja, ja, können wir. Gut. Äh, obwohl, können wir kurz bei mir noch anhalten? Ja, klar. Dann bringe ich Essen in den Kühlschrank. Machen wir. Boah, ich bin so müde. Ich wär jetzt wieder von hinten eingestiegen. Nein, jetzt bleib ich hinten. Ähm, achso, ähm, Alexi, du müsstest noch sagen, wo du wohnt, wie man am besten zu dir kommt. Ja, weißt du, wo die Morningwood-Haltestelle ist? Ja. Hier da. Ah, okay, gut. Also direkt gehen wir von der Kirche, ne? Hier, genau. Ah, perfekt, perfekt. Wollen wir da mal lang. So. Boah. Aber mich hat die Müdigkeit auch schon. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, ein bisschen. Es geht so. Es geht so, sagt er. Ja, ich könnte das nochmal ins MD für eine 12 Stunden Schicht. Was? Was? Oh Gott, oh Gott. Ich muss doch mal schlafen. Ist echt so? Ja, in die EU-Zeit kommt sowieso kaum noch einer, glaube ich. Ja, das glaube ich sofort. Und wenn, Nachtschwestern sind bestimmt da, ne? Ja, ja. Die sind. Klar. Jetzt muss ich gehen, entschuldigung bitte. Stecken dran. Was ist das Problem? Nö, ich weigere mich nicht. Hier auf der rechten Seite jetzt. Einen weiteren? Aha. Kann ich hier einfach parken. Noch ein weiter. Noch ein weiter, ja. Da. Vorrend. Da. Rechts. Hier kann ich halten, meinst du? Oh. Du bist auf dem roten Streifen. Hier ist roter Streifen, ja? Ja, gut. Ich weigere mich. Alles gut. Und wir parken am Friedhof und ihr kommt mit rein. Ich würde meine Wohnung auch begutachten. Ja. Dann machen wir das. Ja. Jo. Dann, genau. Willst du schon aussteigen oder soll? Kommst du mit gleich? Äh, ich steig schon los. Okay, gut. Ich lass offen. Ja, ja, ja. Gut. Dann machen wir es so. Dann gucken wir mal wie das wird. Erst mal die Wohnung angucken und wie dann? Bitte was? Äh, wir gucken uns jetzt die Wohnung an oder bleiben wir dann mit dem Alexei oder kommen wir dann zu mir oder? Das ist eine gute Frage. Eigentlich muss ich nach Hause, weil ich packen muss. Was? Ich flieg ja morgen. Auch noch hin. Hast du nicht nur vorgepackt? Nee, ich bin immer so der Last-Minute-Packer. Muss ja nicht. Was? Das hätte ich von dir nicht gedacht. Ja, ich bin der Last-Minute-Packer. Und bitte nicht ein K ganz an den Anfang zaubern, okay? Last-Minute. Na ja, gut, okay. Äh? Last-Minute. Wow, okay. Aber das ist dann nicht nur ein einfaches K. Ist schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen, ne? Naja, warum ist eigentlich ein blauer Pfeil? Weiß ich nicht. Weil die Leute doof sind. Äh. Aber weißt du, was an mich das erinnert? Hm? Weißt du, unser erstes Treffen, nachdem wir den Erste-Hilfe-Kurs hatten. Und dann hier so gemeinsam mit so die Straßen dann gelaufen sind. Na, das waren auch noch Zeiten. Ja, guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, ne. Borislav Abfahrt. Ja, was haben wir mit einem blonden Haar? Ah. Mhm. Der Schnitt ist das. Ja, ja. Ja. Wie hieß da nochmal? Ähm. Engchmal-Schnitt. Ach, hallo. Hi. Ja, geräumig, aber seltener. So. Hier. Mitkommen. Ja, ja, ja. Hier ist mein Schlafzimmer. Aha. Guter Haus. Ja. Guter Haus. 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 Ja. Mhm. Ich hab vorher. Engel und. Das sah nicht so gut aus. Wenigstens hast du Fenster. Das ist gut. Ja, das ist gut. Hier hab ich nicht aufgeräumt. Ja, das ist gut. Ja, das ist okay. Ah, da hinten Toilette. Okay. Ich komm ein bisschen raus. Könnt ihr gucken. Hier ist ein bisschen eng. Mhm. Ja. Mit Dusche. Okay. Ja. Sogar mit Dusche, ne? Und hier der Highlight. Mhm. Waschmaschine. Uh. Ja. Okay, gut. Das ist natürlich. Da muss ich schon sagen. Das ist schon nicht schlecht. Krass. Und jetzt noch Highlight. Guckt mal in den Kühlschrank. Was da in dieser Folie eingewickelt ist. Mhm. In dem oberen. Oh. Ein Fisch. Ein schöner. Ja. Natürlich. Was ist das für ein Fisch? Ich kann das gar nicht bestimmen, was das ist. Das ist ein Kabeljau. Ah. Okay. Sehr lecker. Und Haro, hast du auch Lust einen toten Fisch zu sehen? Ich hab, wir haben einen toten Fisch und einen Leitstellendresen vom Emni. Was? Was? Ja, ich weiß nicht. Der ist auch schon seit Ewigkeiten. Ich glaube ihr solltet die State Park Ranger mal informieren. Ähm. Ich meine, wir haben einen, ähm, einen, ähm, Plastikfisch unter dem Tresen. Ja. Plastikfisch? Ja gut. Das ist was anderes. So. Stinkt der? Nein, 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 nein. Ja, muss. Okay. Kann man keine toten Fisch halten? Nur zum Essen. Ah. Genau. Ne, nein, wir haben nur einen Plastikfisch unter dem Tresen. Warum? Soll ich das nochmal nachfragen? Was? Ja, also wenn der stinkt, dann, ne? Einfach waschen, ne? Ich hab keine Ahnung. Weiß von nichts. Ja, ja. Okay. Sehr schön. Oh man. Übrigens gestern, Alexei, äh, hatte ich Stockfisch gehabt. Oh, lecker, ja? Ja, richtig gut. Ja. Richtig gut. War, ähm, jemand hatte geangelt, ähm, hat auch Angelschein gehabt, dann haben wir, hat die Person auch was gefangen und dann haben wir gesagt, komm, machen wir Stockfisch draus. War ganz gut. Ja, der ist wirklich lecker. Oh, ja. Und Haru, bei dir? Wie sieht's da aus? Angeln? Nö. Also, weiß ich nicht. Ich muss dringend einen Angelschein machen, ich seh das schon. Ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Aber, was ich cool finde, tatsächlich Wanderungen, wenn Alexei das mal anbieten kann. Ja, muss ich mal gucken. Ich hab schon mit Haru gesprochen, ich muss ja für Prüfung Wanderung machen. Mhm. Und dann wollte ich vielleicht auch fragen, ob, äh, weißt du, ich glaube, das wird kein Problem sein, aber lieber mal sicherheitshalber fragen, ob ich vielleicht mit euch so üben könnte, Wanderung. Boah, dann bin ich sofort dabei. Weil dann mach ich ja so Wanderungen, äh, denke ich mir auch, Gebiet, wo wir lang wandern, und dann so ein paar Infos dazu, muss ich halt alles in der Prüfung machen. Mhm. Dann kann ich das schon mal üben. Für euch ist das auch interessant dann. Oh, ja. Das ist natürlich richtig gut. Boah, das können wir auf jeden Fall machen. Da bin ich sofort dabei. Oh, ja. Doch, doch, doch. Das seh ich, das fühl ich, doch. So richtig schöne Wanderung. Mount Gordo oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder wo auch immer du dann so die Wege hast. Ja, doch. Ja, oder? Übrigens, ich war letztens am, ähm, wie hieß er, Raton Canyon. Da, wo du mir gesagt hast. Ja, Raton Canyon, ja. Ja, richtig hübsch. Richtig hübsch. Auf der, äh, Aussichtsplattform. Ja, äh, nee, das war so ein bisschen, da musst du es, also das war, ähm, nördlich, das war da, wo der Fluss schon lief, ne? Da bin ich eine Runde spazieren gegangen. Also da wart, also da wart ihr auch angeln, oder? Nee, 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 angeln waren wir, äh, nee, nee, das war, ähm, heute. Ähm, angeln waren wir gestern. Also ich bin heute dort ein bisschen entlang gelaufen. Ja. Da, wo es so ein bisschen hoch geht, wo du schön von den Klippen runter gucken kannst. Ja. Richtig, richtig schön. Aussichtsplattform habe ich leider keine gesehen, aber vielleicht bin ich falsch gelaufen. Aber das kann auch sein. Da gibt es ja so zwei, drei Wege, ne? Aber ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Doch, doch. Da hoch. Oder sieht man das auf der Bus-App, wo du warst? Ähm, lass mich schauen. Ähm, da, die, ne. Ähm, 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 ähm. Bin ich hier lang? Äh, die, ich, ah, ich war, okay, gut. Ich war bei dem Retton Pass anscheinend. Also ich bin, äh, jetzt wo ich es gerade sehe. Ich bin, äh, den Kalafia, die Kalafia Road hochgefahren. Also von Sandy Shores aus. Ja. Da wo diese Siedlung ist, diese Trailerpark-Siedlung. Ja. Und dann bin ich die erste links rein. Ja, das ist so richtig. Genau, und dann... Und dann auf der rechten Seite irgendwann ist so dein Wald weg. Genau. Und dann ist das eigentlich. Okay, gut. Vielleicht hab ich es einfach voll übersehen. Aber genau. Kann sein. Ja, ja. Ist richtig, richtig schön dort hinten. Ja. Aber sehr holprig. Ja. Dafür brauche ich halt echt ein anderes Auto. Ich müsste dann den Pick-Up vom Center mitnehmen oder so. Gut, da hochfahren kannst du jetzt nicht, wo du hochgewandert bist aber. Ja, genau. Ja. Ja, also zumindest so ein bisschen den Weg entlang, ne? Du kannst ja so die Straße ja noch entlang und dann wanderst du ja den Rest hoch. So war das zumindest da wo ich war. Ja. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wollen wir los? Ja, können wir. Oder wollt ihr Wodka trinken? Äh. Ich muss langsam ins Bett leider. Ja, gut. Aber wir trinken auf jeden Fall demnächst. Ich bin ja ab morgen im Urlaub. Für eine Woche. Ah, okay. Genau, genau. Deswegen. Morgen fahr ich dann zum Flughafen. Und danach, wenn ich wiederkomme, dann trinken wir. Ja. Und wo geht's rein? In die Heimat oder? Äh, ich bin für eine Woche in Rom. Oh. In Italien, ja. Ja. Beruflich leider. Beruflich eigentlich. Ja. Das ist. So wie das immer ist. Deswegen, ja. Eine Woche weg und dann. Freue ich mich, wenn ich wieder zurück bin. Ja. Dann stelle ich Wodka kalt. Oh ja. Dann müssen wir richtig trinken. Und am besten gehen wir angeln und danach trinken. Ja. Dann schmeckt der Fisch besser. Dann schwimmt der besser. Kimmt, ja. Also ganz viel Fisch in den Kühlschrank angeln. Oh ja. Und dann hier treffen und trinken und dann bei dir mal gucken. Oh ja. Ja. Das, das Fisch. Ja. Doch, das sehe ich. Aber wir brauchen Lagerfeuer zum Fisch machen. Da müssten wir dann beim Dings, ne. Bei den State Park Ranchern gibt's ja das Lagerfeuer, ne? Ja, genau. Da, aber wo es auch noch gibt ist, da war ich, äh, unter dem westlichen Highway, da auch in Northern Canyon. Mhm. Da gehst du unter der Brücke und da kannst du auch gut angehen. Da kannst du auch, äh, gut, wie heißt es ja, Stockfisch machen. Da ist auch ein Baum, wo du Stöcker abmachen kannst. Ah, sehr gut. Das hast du mir, glaub ich, beim letzten Mal gesagt, ne, oder? Ja, genau. Ah, sehr gut. Da kann man ja auch hin. Sehr gut. Genau. Dann machen wir das. Ja. Sehr gut, sehr gut. Haru trinkt da nicht, der fährt. Haru ist schon verrückt. Oder wir fahren mit Taxi. Ja. Oder wir fahren mit Taxi. Ja. Das ist auch immer gut. Und nämlich auch trinken. Ja gut, dann trinken wir alle, soviel es geht. Sehr gut. Ja gut. Wann bist du so alt, dass du legal trinken kannst? Oktober. Oktober. Ok. 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 Das sind jetzt zwei Monate. 16. Ich, das muss ich mir drauf schreiben in der reine, muss ich mir immer alle Geburtstag aufschreiben. du hast das mal geschrieben hier das erste habe ich geschrieben was dann muss ich das auch haben wenn du das weißt muss ich das auch wissen notizen schreiben lebenslauf nein und bank nämlich verarschen nein ob diese das mitbekommen mit los santos kredit wie die mich verarschen wollten mit was wie mit kredit wie wollten die dich verarschen ich hatte die wollte ich nehmen für fahrzeuger und dann wollten die irgendwie war das ich glaube 50 prozent haben als zinsen ja nee nee nämlich bei pazifik standardbank gefragt die haben gesagt ja gut das macht mehr sinn 50 prozent viel zu viel was habe ich geschrieben maximal zehn wochen 500 pro woche er genau so wollte ich guck mal schießerei vor dem ellis ich hab doch irgendwo aufgeschrieben oder auch nicht nachschreiben botez geburtstag wo es eskalierte tatsächlich mehrere die haben sogar schusswaffen verwendet die officer warte warte hast du noch mal am 16 oktober ganz schön na ja fünf tage nach dir na ja du gottes wird anstrengende woche aber gleich durch trinken muss eine pause dazwischen machen dort schon dann hattest du 10 september sind wir noch mal sind wir alles 87 bei mir 87 und du du warst 2003 ja 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 in ich bin zwei 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 nicht drei ein zwei ich hab drei stehen nein ich hab zwei stehen alles gut ich nehme mich jetzt nur 19 nur 19 gut das stimmt ist hier von david ja warte ich habe ich mir das doch aufgeschrieben 10 februar hat david oder ich habe ich fange mal von oben an alessa hat am fünften februar also gut welches jahr 2000 2000 dann kommt er wird 10 februar 2002 2002 genau gut sehr gut aber hauptsache ich spreche es jetzt ja gut gut okay bleibst du hier oder soll ich dich hochfahren würde gerne hochfahren wenn die das nichts ausmacht macht mir nix aus wenn man sich morgen noch ein bisschen so papierkram ja das verstehe ich sehr gut sehr gut hier zugemacht hoffentlich ja gut dann fahren wir hoch hau also du fährst mit alexe hoch meinst du genau genau ich fahre dann mit alexe hoch und dann bleibst du auch oben oder genau ich wenn ich durchkomme natürlich wenn ich rufe ich dich gleich noch mal an das machen wir jetzt schon mal verabschiedung gleich dann oder oder wie oder ja 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 alles gut alles gut machen wir jetzt das schaffen wir lass uns hier rüber gehen heute wieder so ein langer tag gut haru dann pass auf dich auf pass auf dich auf erhol dich gut im urlaub auch dankeschön ja das werde ich brauchen genau wir sehen uns dann nach dem urlaub wieder ja genau tun wir auf jeden fall freut mich ja gut dann ist demnächst gute nacht und man sieht sich ja gute nacht ist das eigentlich dein privatfahrzeug das ist mein privatfahrzeug genau habe ich mir vor kurzem gekauft das muss ich gerade überlegen ich glaube irgendwo hier waren dies der park ranger habe ich mir gekauft habe ich gut gut was verdient gehabt und habe meinen damals den panto noch verkauft habe ich auch wenn schon gesehen genau genau den habe ich ja damals gewonnen bei einem festival genau das hat mir dann noch mal so ein bisschen geld gebracht und dann habe ich ja habe ich mir den hier geholt waren wie soll ich sagen waren war eine empfehlung von alessas freund und deswegen ja dann noch ein bisschen farbe drauf scheiben getönt und jetzt sieht er ganz gut aus wird sich auch gut ja der fährt sich richtig gut ich glaube 75 auf gerader strecke und wenn es dann bergab geht dann eher so 80 also der ist da schon gut schnell wie hat der gekostet also 14.000 kostet der wenn du den also ohne also ohne rabatt kost ich habe den gesagt alles das freund hat er mir verkauft für 600 weniger bekommen also 13.400 das ging für so ein auto kann ich mich nicht beklagen ich hatte noch falls du dich noch erinnerst diese fahrschulautos diese elektroautos ja naja das wäre auch noch eine idee gewesen weil die waren auch ungefähr so teuer ich habe aber auch gehört dass die fahrschule demnächst wahrscheinlich ein von ihren autos verkaufen will also ein fahrschulauto wahrscheinlich auch sehr günstig hätte ich ein bisschen gewartet dann hätte ich mir das auch holen können aber hast du so gekauft ohne kredit ohne kredit ja viel gearbeitet und wie gesagt das der panto hat noch mal gut geld reingebracht aber ich war danach auch vollkommen pleite man muss auch zugeben als ich mit haro noch zusammen gewohnt habe da hat er die den großteil der miete getragen das hat mir halt dann auch noch mal so ein bisschen weil ich bin ja habe ja häufiger im palito in der kirche übernachtet und so also in dem fahrbüro was wir dort haben und ja deswegen habe ich mir da ein bisschen miete auch gespart da kommt dann geld zusammen am ende aber tönen hat das viel gekostet ähm oder ich muss los okay nun ei 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 ich hoffe nicht dass er da hinten irgendwo landet ja die die things sind heute richtig krass ja also ich fand es cool was es da so gibt ähm mittlerweile ähm was wir jetzt auch mit haro vielleicht spinnen werden weil man merkt also er hat ja bock auf rp das ist so mein gefühl und da hoffe ich dass er auch ein bisschen mit zieht ja das mein ziel ist es halt wirklich so ja das bisschen aufzuhübschen mit interna äh dass da halt so ein bisschen mehr zusammenkommt auch wenn es am ende nur die puzzelstücke sind die wir zusammensetzen ja dann sind es halt die puzzelstücke ne aber was wir aktiv damit machen können das ist noch ein großes fragezeichen dann los w w w w w w w w Vielen Dank. Ich freue mich auch jetzt aufs Geld wieder hier, weil dann haben wir auch wieder gut was an Geld zusammen gekratzt. Ei, 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 ei. Das ist doch nicht Paradise. Mhm. 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 Ach der ist da hinten, legt mir am Arsch. Oh man, das war dringend. Ja, hab ich gemerkt. Gefühlt rausgesprungen bist du. Ja. Okay. Dann... Ah genau, hier rechts, ja. Langsam kommen mir wieder die Erinnerungen. So lange hier nicht mehr gewesen? Ja gut, mit dir vor kurzem. Ja oder? Und... Na gut, ich wohne ja in Sandy, von daher bin ich immer wieder dort. Oh Gott. Ich fahr mal nicht durch Stopp und Stein. Ich fahr mal hier lang. Du hättest doch den Highway noch einen weiter fahren können. Ah, ach ne stimmt. Wär er auch gegangen. Hier ist ja Dings, hier ist ja dieser Wendekreis. Ah ja, ich seh schon, ich muss durchs Handy schlimmstenfalls. Oh ja, oder wie gesagt, Highway fährst du weiter. Ich glaube wir machen Highway. Das ist besser. Das ist das Problem, das Navi will immer die kürzesten Wege, aber die kürzesten Wege sind nicht immer die besten. Ja, das stimmt. Was ist das hier eigentlich? Recycling Center. Okay. Das ist, oder wie heißt der nochmal? Happy Scrap yet. Ah, okay, kannte ich noch gar nicht. Gar nicht. Die verkaufen auch Autos. Die machen so kaputte Autos, machen die wieder ganz und verkaufen die. Stimmt, 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 wo du es gerade sagst. Ja. Wir hatten das glaube ich damals mal gesehen, ja. Ja, da habe ich auch einmal angefragt. Okay, okay. Aber, äh, also waren teurer als jetzt mein Bobcat XR. Boah, okay. Bobcat habe ich ja, ich glaube es war 8.000 bezahlt. Oh, das geht ja. Ja. Und da hätte ich jetzt für irgendein Fahrzeug von denen, was so ungefähr auch gleichen Koffer und Platz gerade tut. In der gleichen, äh, Bank hätte ich 12.000 bezahlt. Boah, ja, das lohnt sich ja gar nicht. Ja. Ne. Da lohnt sich dann mehr tatsächlich dann das in den Bobcat zu holen. Fährt sich der Bobcat gut? Ja, fährt sich gut, ja. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Mit Bobcat bin ich bisher noch nicht gefahren. Ich fahr ja sonst immer diesen Bison, den großen. Wenn du willst, kannst du jetzt fahren gleich. Ja. Ja. Ja, stimmt. Könnte ich kurz probieren. So ein Naturschutzgebiet da, wo es richtig holprig ist, bin ich jetzt nicht lang gefahren. Mhm. Da fahr ich ja nur mit, äh, von einer Firma die Fahrzeuge. Mhm. Die Geländewagen da, ne? Ja, ist ja Bobcat, aber weiß ich nicht, äh, ob der sich so gut in den Kurven legt, und alles. Ich will's auch nicht so richtig ausprobieren. Mhm. Reicht schon, dass ich das auf der Arbeit da langfahre. Ja, das glaub ich. Vor allem jetzt, wenn man da schon mal runtergefallen ist. Ja, gut. Muss generell auch mal gucken, so ein bisschen Respekt hab ich jetzt davon schon. Ja, gerade wenn man da hoch irgendwo fährt, ja. Ja, ich hoffe nur, dass das jetzt keine wirkliche Angst ist. Ja, ich denke, ähm, man muss sich einfach wieder langsam ran trauen und dann geht das. Ja, oder? Das war hier links. Ja, genau. Ja, genau. Uiuiui. Irgendwann muss ich den Unterboden neu machen, sagst du, wie ist es? Ja. Ja. Das Geländefahrzeug immer sehr gut. Mit viel Abstand. Ja, definitiv. Okay. Hier links ist es mal. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da ist nicht so viel Platz. Warte mal. Sehr gut. Wird was hier für Fahrzeuge stellen? Ja. Teure Fahrzeuge. Ja, oder? Gehst du fahren? Ja, ja. Gerne. Warte mal, dann gebe ich die Schlüssel. Aha. Ich muss mal Zweitschlüssel machen. Danke. Ich probiere den mal aus. Jut. Hoppala. Wir können mal ne kurze Runde drehen rum. Tank war, glaube ich, voll, oder? Ja, Tank ist voll. Ja. Oh, der fährt sich gut. Ja, oder? Boah, schön, hier wieder drin zu sitzen. Oh, das glaube ich. Wir fahren mal ne kurze Runde hier lang. Ja. Boah. 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 Na, den mal wieder zu fahren, ne? Das wird auch... Wie lang bist du jetzt schon, ähm, kannst du nicht fahren? Eine Woche ungefähr. Boah. Puh. Ja, oder? Viel zu lang. Das stimmt. Ja, vor allem sich wieder an die... Ich hoffe, dass ich mich relativ gut an die Gebiete wieder erinnere. Aber ich glaube schon. Ja, gut, dass... So, wenn ich im Kopf abfrage, dann... Was das eigentlich alles, oder? Na, sehr gut. Ja. Weil ja wahrscheinlich, äh, kurz danach auch Prüfung sein wird. Mhm. Ja, das kann der ab. Das merkt man, ne? Das ist... Der kann da wirklich auch über Bodenwellen fahren, ne? Ja, oder? Ja. Ja, aber das mit den ganzen, ähm... Den ganzen Gebieten und so. Das wird... Nochmal spannend werden, ne? Ortskunde. Ja. Wie gesagt, Blaine Country ist, glaube ich, okay. Aber Stadt, oh Gott, oh Gott. Äh... Wie viele Bezirke gab's nochmal in der Stadt? Äh... 30 oder so, ne? Bezirke oder Standorte? Woher Standorte? Standorte. 103. Oh Gott. Und hier in Blaine Country sind es 80. Das ist weniger. Und das Schlimme ist, es gibt keine Liste, die vorher geführt wurde von den ganzen Standorten. Musst du alles selber im Kopf haben und machen, so. Oh nein, das ist ja umso anstrengender. Ja, aber das wäre ja auch, äh... Ja, zu viel Arbeit auch. Äh, äh, äh. Dass das jemand macht und... So lernt man auch am besten. Ja, das stimmt. Gerade so kannst du halt nochmal lernen und siehst dann halt... Ob das, äh... Ob du die Orte dann auch wirklich... Also, dass du die Orte auch wirklich gesehen hast und nicht nur auswendig gelernt hast. Ja, das stimmt, ja. So, warte mal, da ist der Schlüssel. Danke für die Probefahrt. Ja, gerne. So gut, ich werde mich aber jetzt nach Hause machen auf dem schnellsten Weg. Ich bin müde wie sonst was. Ja. Sehr gut. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Genau. Ja. Okay. Sehr schön. Dann schönen Urlaub. Ja, danke schön. Und genau, pass auf euch auf. Ja, machen wir. Jo, bis dann. Ich bin müde wie sonst was leider. Das ist so das größte Problem. Sonst würde ich nur ein bisschen bleiben. Ja, die Sache mit Haru. Ich hoffe, er zieht mit, dass wir zumindest Leute schützen können für irgendwas, ja. Ja. Und das braucht ja Leute, die sich auch einsetzen fürs Gute. Und mal gucken, wie wir das dann halt auch so gestalten können, dass wir Leuten halt wirklich auch das Handwerk legen können, ne. Und das ist ja gerade so ein bisschen das Problem, ne. Ja. 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 ja, wie es in Memdi ist, ne? Man hört alles, man sieht alles und so weiter. Wobei man sagen muss, dass hier die Informationen viel leichter geteilt werden. Und ich glaube, man will gucken, ob Haru nicht den Mund hält. Wenn er mich in Gefahr bringt, dann bringe ich ihn in Gefahr. Ich hoffe, wir haben in den richtigen Vertrauen investiert. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Dann haben wir alle ein Problem. Aber ich glaube, er wird das schon verstehen. Und wir haben wieder einmal Cutting Mission, weil, ja, das darf niemand wissen. Aber mit einem Napier, das wird sich John ja auch nicht anlegen, aber er will die Informationen spreaden, weißt du? Und vielleicht selber gucken, dass man das, was man weiß, dennoch wirklich an die Leute bringt und Leute schützt. Meine Konstantin Schor, der will mich ja damit, beziehungsweise John in damit in Verbindung bringen mit den Leuten. Oh, das nehme ich mal mit hier. Die Angel nehme ich mal mit. Dementsprechend müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen, was die Leute gerade noch angeht. So, die Angel bring ich da hin. So. Gut, dann würde ich sagen, ich würde, achso, ich habe noch Kaffeepulver Kaffeepulver. Wie immer. So, leh. Wobei den Kaffeepulver, nein, das Kaffeepulver können wir woanders reinpacken. Wir haben noch ein 6er Wasser. Ich schmeiß das mal hier rein. So, hier kommt Kaffeepulver rein. Schön. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. John ist morgen wieder unterwegs. Morgen ist er dann auf dem Weg nach Birmingham. ähm, ähm, äh, nach Birmingham, nach Rom. Nach Birmingham ist er ja nicht unterwegs. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir werden uns das App hier noch ein bisschen anschauen. Wie sich das entwickeln wird. Und, ja. Das kriegen wir schon so hin. Ich traue mich, was das T-Shirt so passt. Gut, von daher bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.